Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpghaven.de zu einem ganz speziellen Sprite-Sing, auf das ich mich sehr gefreut habe, denn heute geht es um Dead of the Brain, ein, jetzt haltet euch fest, japanisches Zombie-Splatter-Visual-Novel-Adventure mit expliziten Gore-Faktor mit Adventure-Elementen und sogar ein klein wenig Pixelnacktheit. Ja, das sollte voraussagend schon mal weitergegeben werden, damit ihr wisst, ungefähr was für ein Spiel euch erwartet. Das war ein Game, von dem ich eigentlich nur in Büchern gelesen hatte vorher. Das ist nämlich in Japan für japanische PCs rausgekommen, wie den PC-98 oder das MSX. Es gab später eine PC-Engine-Fassung, die mittlerweile sehr, sehr, sehr teuer ist, aber es war nie übersetzt worden, bis vor einiger Zeit eine Fan-Übersetzung rausgekommen ist, die sogar ganz normal mit der japanischen PC-Fassung in DOSBox spielbar ist. Und das finde ich fantastisch. Ich war echt erstaunt zu sehen, dass davon tatsächlich eine Fan-Übersetzung gekommen ist, denn das war eines der Spiele, wo ich dachte, ach, das ist zu obskur, als dass es jemand übersetzt. Aber ich freue mich jetzt darauf, es zu spielen und ich freue mich darauf, euch mitnehmen zu können. Ihr wisst, was euch ungefähr erwartet, aber ich glaube, es wird mehr als genug Überraschungen geben. Wir haben hier ein paar Optionen, aber die sind nicht speziell, die sind nicht besonders, sondern wir steigen gleich ein in Dead of the Brain. Ah, endlich zu Hause. Mann, was für ein Tag. Es macht mir nichts aus, Häuser zu streichen. Ich hasse es einfach, wenn mein Boss mich hin und her beordert, als ob ich sein persönlicher Bediensteter wäre. Dieses Arschloch lässt mich Überstunden schieben und das ganze Büro heute aufräumen. Immerhin, ich bekomme ja extra Bezahlung für die Überstunden, also kann ich mich darüber nicht beschweren. Verdammt, ich bin durchgeschwitzt. Ich sollte eine Dusche nehmen. Dann geh mal duschen, mein Freund. Ah, ich fühle mich endlich wieder menschlich. Eine heiße Dusche und ein kaltes Bier, das ist das wahre Leben. Wir haben den ganzen Tag gearbeitet. Ich wundere mich, ob irgendwas in der Welt heute passiert ist. Mein Junge, das sollst du nicht sagen, wenn das Spiel Dead of the Brain heißt hier. Ich hasse es, wenn es da zum Beispiel ein großes Feuer oder Ausstreitungen gibt und ich erst viel später von allen dem erfahre als alle anderen. Es bimmelt, es bimmelt. Hä? Wer ruft mich denn an so spät in der Nacht? Hallo? Das ist Cole hier. Cole, ich bin's. Kuga, du musst schnell hier rüber. Doc! Doc, was geht? 88 Mal in die Stunde. Nein, Doc, was redest du überhaupt? Es ist mitten in der Nacht, Mann. Wen interessiert's? Meine neue Erfindung ist so unglaublich, dass sie dich aus den Socken hauen wird. Schon wieder? Doc, vergiss nicht letztes Mal, ja? Du hast so viel Blut in das künstliche Herz gepumpt, dass es explodiert ist. So eine Art von Doc ist er also. Puh. Okay. Da gab es überall Blut. Ich konnte es nicht aus meinen Kleidern rauswaschen. Sogar wenn ich jetzt drüber nachdenke, macht es mich irgendwie krank. Ja, ja, aber es wird diesmal okay sein. Kannst du gleich rüberkommen? Es ist wirklich spät, Doc. Wie wär's mit morgen? Das kann warten, ja? Das kann nicht warten. Wenn du nicht kommst, dann werde ich Terry über dich und Sheila was erzählen. Okay, ich komme. Es ist ja nicht gerade so, als ob ich irgendwas anderes vorhatte. Okay, ich warte dann. Also wir haben jetzt erfahren, dass Cole Häuser streicht, dass er seine Freundin bescheißt und dass er als Freund einen Doktor hat, der viel zu viel Blut in künstliche Herzen pumpt. Das fängt schon mal fantastisch an. Ich liebe es. Ach, es ist so ein Ärgernis, dass der Doktor über mich und Sheila... Sheila? Bescheid weiß nicht mal Sheila. Was ist denn Sheila für ein Name? Wenn Terry das herausfindet? Na, da sollte ich lieber nicht drüber nachdenken. Vielleicht kann ich Sheila überzeugen, ihm das direkt zu sagen. Oh, Moment. Ah, okay. Terry ist nicht seine Freundin, sondern Terry ist sein Freund und Sheila ist wahrscheinlich mit Terry zusammen. Aber wir machen so ein bisschen nebenbei Boinga Boinga mit Sheila, ne? Und jetzt soll Sheila dem Terry mal Bescheid sagen. Du, ich hab da neuen Stecher. So ist das also. Ich verstehe. Aber das Problem für eine andere Nacht, das bezweifle ich fast. Ich muss sicherstellen, dass es Doc gut geht. Ich hoffe, der verrückte alte Mann hat sich nicht selbst verletzt. Oder irgendjemand anderes. Oh, ich freu mich schon. Das wird toll. Doc, äh, hast du hier draußen auf mich gewartet? Ja, und die Nachbarn sind ein bisschen sauer auf mich. Ich will nicht, dass du herumschreist und, ähm, dass sie wissen, dass du hier bist. Cole, alles, was du jetzt hier sehen wirst, da kannst du niemandem was drüber erzählen. Hast du das verstanden? Natürlich, Doc. Ähm, was hast du dir dieses Mal ausgedacht? Es ist in meinem Labor. Komm schnell. Das kann nichts Gutes heißen. Ich hab, ich hab alle, alle alten, äh, Filme gesehen. Ne? Ich hab die alle gesehen. Ich kenn sie ja. Okay. Doc, dein Büro ist, äh, oder dein Büro, dein Labor ist wirklich verrückt. Das Equipment hier muss eine Million Dollar gekostet haben. Nun, ich hab schon ein bisschen Geld ausgegeben, aber das ist das Einzige, was mir Freude gibt, nachdem Kira gestorben ist. Och Gott, das sind alles so viele Ansätze, ey. Oh, es tut mir leid, Doc. Ich wollte das nicht wieder erwähnen. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich bin nur ein plappernder alter Mann. Hä? Was ist das denn? Hast du gerade irgendwas gehört? Wie ein, äh, hohes Jammern? Ein hochgepitschtes Jammern? Oder ein Baby? Das schreit? Okay. Cole, pass auf! Oh, geh runter. Oh, das ist ja fantastisch. Das ist, ähm, genau hier wie aus dem, aus dem Stuart Gordon Film. Ne? Oh, das ist ja fantastisch. Verdammt, Doc. Hast du gerade diese Katze erschossen? Direkt aus dem Kühlschrank da raus, ne? Cole, äh, wurdest du gebissen? Wurdest du irgendwie angekratzt? Na, ich denke, ich bin okay. Kein Blut, kein, äh, Schmerz. Ich kann dasselbe leider nicht für die Katze sagen. Warte mal eine Sekunde. Ist das nicht deine Katze? Äh, ja, das ist Schrödinger. Schrödinger? Sie ist eine nette Katze. Warum hat sie mich angegriffen? Warum hast du sie erschossen? Cole, hör mir zu. Diese Katze ist vor einer Woche gestorben. Du fahrst mich jetzt, Doc. Ja, ich hab sie doch grad vor zwei Minuten gesehen, wie sie mich angesprungen hat. Sie, äh, sie hatte doch Tollwut, oder? Es ist okay, Doc. Ich werde niemandem davon erzählen. Cole, Schrödinger hat keine Tollwut gehabt. Sicher, Doc, aber wenn sie keine Tollwut hatte und vor einer Woche gestorben ist, wie hast du sie gerade jetzt eben mit deiner Pistole erschossen? Verdammt, Cole. Vor einer Woche ist Schrödinger an Katzendemenz verendet. Es waren sicherlich nicht Katzendemenz, gibt's wahrscheinlich schon, ne? Es war sicherlich nicht die Tollwut. Als ich Schrödinger tot aufgefunden habe, habe ich ihre Leiche benutzt, um ein kleines bisschen von meinem Reanimationsserum zu benutzen. Reanimationsserum. Den kannst du auch gleich Dr. Frank West nennen, ne? Oder war es Herbert West? Ne, Herbert West war der Typ, der Dune geschrieben hat, ne? Frank West war es. Auf jeden Fall Dr. West aus Reanimator. Äh, Doc, du sagst, du hast Schrödinger wieder von den Toten zurückkehren lassen. Sie war ein exzellentes Testsubjekt. Ähm, obwohl sie wegen ihres hohen Alters gestorben ist, wusste ich, dass ich sie vermissen werde. Doc, in der echten Welt kann man tote Tiere nicht wiederbeleben. Mir ist es egal, wie viel Laborequipment du kaufst, ja? Du hast wahrscheinlich eine ähnliche Katze gefunden. Ich verstehe Cole ja so außergewöhnliche Behauptungen, ähm, äh, dafür braucht man auch außergewöhnliche Beweise, ja? Ich bin stolz auf dich, dass du mir nicht einfach so glaubst. Aber ich brauche, dass du die Fakten als Fakten akzeptierst. Doc, was machst du? Ich werde dir ohne jeden Zweifel... Oh Gott, oh Gott. Ich werde dir ohne jeden Zweifel beweisen, dass das Serum funktioniert. Oh shit. Oh shit. Du, ähm, pflichtest mir doch bei, dass die Katze tot ist, ja? Es würde doch, äh, sehr merkwürdig sein, wenn eine Katze eine 9mm Kugel überlebt, oder? Doc, ich, ich glaube dir. Lass uns doch eine Pause machen und darüber reden. Nein, du glaubst mir nicht, ja? Du denkst, äh, ich bin verrückt. Aber in einem Moment wirst du deine Meinung ändern. Diese Spritze enthält das Reanimationsherum. Bitte, bitte lass es hellgrün sein. Bitte lass es hellgrün sein. Das wird toll. Ähm, und, äh, äh, schau dir deine Uhr an, ja? Nach meinen Daten, ähm, dauert es exakt 13 Sekunden, bis es, äh, wirkt. Beginnen wir. Ah, es ist nicht grün. Schade. Okay, 13, 13. Hat sich... Es bewegt? Das geht ja gar nicht. Ja, es bewegt sich tatsächlich. Schau euch das an. Pixel, Pixel, es bewegt, bewegt sich. Das ist fantastisch. Ich liebe es. Du hast dieses Ding doch nicht gerade wiederbelebt. Was zum Teufel? Ja, wie du siehst, das ist nicht einfach nur reine Muskelbewegung oder die Rigor Mortis, ja? Es beginnt, seine Körperfunktion wieder, ähm, zurückzuerlangen. Aber es gibt doch keine Möglichkeit, dass es wahr ist. Träume ich? Werde ich verrückt? Nein, du bist, äh, komplett bei Sinn. Es ist das Universum, das verrückt war. Ja, es ist verrückt, dass wir den Tod einfach so akzeptiert haben, so lange Zeit. Holy shit, Doc. Ja, wir werden den, äh, ne, sie werden den Nobelpreis gewinnen. Du wirst, naja, jetzt hör auf einmal siezen, bringt ja nichts. Du wirst den Nobelpreis gewinnen. Na, die werden einen ganz neuen Preis finden, ja? Du musst dem Präsidenten davon erzählen. Hier gibt's noch einige, ja, Imperfektionen im Serum. Ich kann es nicht ankündigen, bevor ich sicher bin, dass es sicher ist. Du hast gerade eine Katze wiederbelebt. Ich denke, das Serum ist fertig genug, um es anzukündigen. Das sind einige unangenehme Nebenwirkungen. Mhm. Ja, es gibt, äh, gewalttätiges Verhalten. Äh, das gibt es sofort, nachdem man das Serum injiziert hat. Gewalttätig? Was sagst du da, Doc? Ist das wie so ein Zombie-Ding? Er hat das Z-Wort benutzt. Ha, ja, Zombie ist ein gutes Wort. Deshalb können wir das Serum nicht angetan. Du hast fucking Zombies erfunden, ey. Wenn man es auf Menschen anwenden würde. Wie du sehen kannst, äh, mit dem armen Schrödinger, die, äh, wiederbelebte Kreaturen, kommen zurück, als ob sie vom Teufel besessen sind. Ja, ich habe noch nie von Katzen gehört, selbst welche mit Tollwut, die, äh, einen Menschen angegriffen haben, um ihn umzubringen. Ich wundere mich, was Schrödinger hat angreifen lassen. War es nur, dass sie verrückt geworden ist, oder irgendwas anderes? Cole, fass diese Katze nicht an. Ich hab vergessen zu sagen, ähm, dass das Serum die körperliche Stärke wesentlich erhöht. Ähm, kennst du den Begriff Hysterische Stärke? Also ich kenn den nicht, aber werdet ihr wahrscheinlich gleich kennenlernen. Ähm, die Muskeln haben mehr als genug Power, um unsere eigenen Knochen zu brechen, aber normale Kreaturen sind nicht in der Lage, diese Kraft, äh, darüber zur Verfügung. Aber dieses Serum scheint, ähm, den Überlebensinstinkt einer, äh, Kreatur zu löschen, und, äh, so hat man auf diese Stärke immer Zugriff. Ist das, ist das irgendeine Basis in der Wissenschaft oder so? Ich weiß es nicht. Mr. Cougar, das ist Jack vom, äh, äh, von hier, der, dem 16. Precinct von der Polizei, ne? Ich würde gerne mit Ihnen sprechen. Bitte machen Sie auf, Mr. Cougar. Doc, es sind die Cops. Was machen wir? Mr. Cougar, bitte öffnen Sie die Tür. Bleib hier, Cole. Versteck die Katze im Kühlschrank! Reanimator! Die haben Reanimator nachgemacht, die dumme Katze im Kühlschrank. Lass sie dich nicht beißen. Okay, Doc. Mr. Cougar? Mr. Cougar! Officer, äh, wie kann ich Ihnen heute Abend helfen? Äh, die Wände sind zu dünn, dass ich alles mithören kann. Mr. Cougar, wir haben einige Beschwerden von Ihren Nachbarn über, ähm, Lärm bekommen. Oh, da gibt es viele Katzen in der Nachbarschaft, die kämpfen die ganze Zeit. Haha. Ja, stellen Sie mal vor, einfach die Polizei zu rufen, nur weil einige Katzen hier, äh, Stress machen. Mr. Cougar. Ähm, Ihre Nachbarn haben eine ganze Woche lang angerufen, dass es täglich, äh, irgendwelche Schreie gibt bei Ihnen. Ich bin nur vorbeigekommen, um zu sehen, ob hier auch wirklich alles in Ordnung ist. Ha! Soweit Sie sehen können, geht's mir gut und ich hab noch nie irgendwelche Schreien gehört. Äh, ist das so? Dann macht's Ihnen doch nichts aus, wenn ich hier mich mal umschaue, um einfach sicherzustellen, dass alles okay ist. Oh, das ist okay. Ich hab hier einen Besucher, also, ähm, je früher wir damit fertig sind. Natürlich, Mr. Cougar. Ich hab das Gefühl, dieser Polizist wird's nicht, wird's nicht überleben. Oder? Oder wird ich nicht... Ah, mal sehen, mal sehen, wer stirbt als erster nach der Katze. Die Katze muss jemanden essen. So ist das. Das ist Ihr Schlafzimmer? Äh, nein, das gehörte meiner Frau. Ich, äh, hab es nicht übers Herz gebracht, es aufzuräumen, seitdem sie gestorben ist. Na, hier gibt's jedenfalls keinen Ärger. Das ist, äh, mein Arbeitsraum, ja, und, äh, die Wissenschaft, die ich hier betreibe, die ist sehr wichtig. Ich bitte bewegen Sie keine meiner Unterlagen. Sicher, Mr. Cougar, ich muss nichts anfassen, aber was ist denn hinter dieser Tür? Das ist mein Labor, wo mein Gast wartet. Ähm, es macht Ihnen doch nichts aus, wenn ich, ähm, da mal reinschaue, wenn ich hier fertig bin. Äh, komm schon, Doc, ja, ähm, sag, dass du das nicht machen musst. Okay, wir versuchen, den Doc irgendwie zu überzeugen davon. Ach, das ist okay, ähm, Sie haben ja fast den ganzen, das ganze Apartment gesehen. Ja, ich stecke ja jetzt hier in dem Ding mit dem, da hinten ist der Kühlschrank, das ist der Kühlschrank wahrscheinlich, ne, wo die Katze drinsteckt. Und hier das Labor, da sollte der Polizist eigentlich nicht hin. Sind das Bilder Ihrer Familie? Äh, nein, das sind einige der größten Gehirne des 20. Jahrhunderts, von Neumann, Einstein und Bohr. Einstein kenne ich. Cole, das ist ein Detektiv vom 16. Precinct. Es freut mich, Sie zu treffen, Officer. Dafür gibt es, äh, keinen Sinn. Nennen Sie mich Jack. Jack Keithman. Wie, wie heißt ein amerikanischer Polizist? Jack, Jack Keithman. Ich hoffe, ich, äh, unterbreche nichts Wichtiges. Nein, nein, ich war gerade auf dem Weg zu einer Party, als ich, äh, vorbeigekommen bin, um zu sehen, wie es doch geht. Ich verstehe, was für eine Art, ähm, Untersuchung machen Sie hier, Mr. Cougar? Oh, ich, äh, studiere Krebszellen. Ich weiß, das ist ein bisschen merkwürdig, aber es ist, äh, schwierig für einen alten Mann hier, ähm, mitzuhalten. Ah, was war das für eine Stimme? Oh, oh. Ach, das sind zu wilde Katzen draußen. Sie kämpfen die ganze Zeit. Ich glaube, meine Nachbarn werfen absichtlich Food, äh, Food, äh, Essen da draußen. Einfach hin. Nachdem Sie gegessen haben, äh, graben Sie, oh Gott, es gibt hier, es gibt hier auch noch einen Friedhof hinten dran. Es gibt noch einen Friedhof. Sie holen sich Nachtisch auf dem Friedhof. Ha, dann passen Sie auf oder Sie sind, äh, der nächste Kurs. Sie sind das, das nächste Gericht. Ich denke, ich bin hier fertig. Bitte, Mr. Kuga, lassen Sie mich wissen, wenn Sie irgendwas bemerken. Na, ich, ah, oder? Kann er, kann er denn kommen? Ach, das werden wir. Ha? Da ist wieder dieses Geräusch. Ich denke, es kommt aus Ihrem Kühlschrank. Oh, fuck. Oh, fuck. Warte mal. Kann ich speichern? Nein, kann ich hier noch nicht. Das ist noch nicht freigeschaltet, das ist alles noch der Text, weil ich will, irgendwas sagt mir, dass ich saveen muss. Nein, nein. Dieser Kühlschrank ist voller Medizin. Nichts, das herumschreit. Es sollte hier so ein paar Actionsequenzen geben mit aber Rücksetzpunkten. Ich muss mal gucken, es kann sein, dass ich zwischendurch, falls ich vielleicht doch wieder von vorne anfangen muss, ich würde dann bis hierhin überspringen und dann kurz die Aufnahme anhalten, aber hoffen wir, dass es nicht dazu kommt. Nun denn, es klingt so, als ob das Geräusch ist, was Ihre Nachbarn beschrieben haben, kann ich diesen Kühlschrank öffnen? Ja, ich habe kein Problem, ich habe nichts zu verstecken. Doc, du hast eine untote Katze da drin. Doc, was zum Teufel machen Sie da? Es würde verdächtig sein, Nein zu sagen. Macht ihr keine Sorgen, ich habe Schrödinger genug Serum nur für zwei Minuten des Lebens gegeben. Wenn diese Katze nicht mehr lebt, warum macht sie dann so viele Geräusche? Oh shit. Oh shit, ich traue mich gar nicht weiter zu klicken. Ich traue mich gar nicht weiter zu klicken. Doc, der Kopf ist, ist, fuck, was ist das? Was? Wir müssen ihn ins Hospital bringen. Es ist zu spät. Schrödinger hat seine Halsschlag-Eierle durchgetrennt. Jack war tot, bevor er den Boden gespürt hat. Ja, ein wirklich wunderschön präziser Schlag. Was ist mit der Katze? Schrödinger ist auch tot. Sie hat ihre letzten Momente benutzt, um die Halsschlagader durchzuschneiden. Doc, Sie werden denken, dass wir das getan haben. Wir sind keine Mörder. Nichts von dem ist unsere Schuld. Es war ein Unfall. Doc. Gott, ey. Doc. Doc. Doc, hör auf damit. Wir müssen die Polizei rufen und ihnen die Wahrheit erzählen. Sie werden uns nicht glauben. Ich kenne dich seit Jahren, aber selbst du hast mir nicht geglaubt. Wir werden verurteilt werden, bevor auch noch die Untersuchung beginnt. Sie werden sagen, dass ich verrückt bin und du auf Höhenfliegern voll mit Drogen. Wir werden als Cop-Killer dann gebranntmarkt und wir kommen auf den elektrischen Stuhl. Und was werden wir dann machen? Dieser Cop hatte ein Walkie-Talkie. und sie werden seine Leiche daran irgendwie identifizieren können, wiederfinden können. Oh, sein Oh-Oh. Oh-Oh-Oh-Oh-Oh. Schau es dir an, ne? Sein Rachen. Seine Halsschlagart. Ich glaube, Schrödinger hat es gebissen. Und was macht das für einen Unterschied? Fokussieren Sie sich, Doc. Fokussiere dich, Doc. Nein, es ist wichtig. Dieses Serum basiert auf einem mit Blut übertragenen, sehr ansteckenden Virus. Es ist genau wie Zombies. Ein einziger Biss oder ein Kratzer ist genug, um den originalen Virus zu übertragen. Es ist das gleiche wie mit dem Reanimationsserum. Was sagen Sie da, Doc? Sagen Sie, dass dieser Kopf wieder zu Leben kommen wird? Es gibt viele Möglichkeiten, was hier passieren kann. Die Dosis, die war niedrig. Das Serum wurde noch nie auf Menschen angewendet. Die Hypothese scheint wahrscheinlich, aber Doc, er bewegt sich, das ist doch gut, oder? Das Serum braucht doch 13 Sekunden, um dann zu reagieren. Ja, aber es gibt viele Faktoren. Der menschliche Körper hat viel mehr Blut und Hirnmasse als eine Katze. Einfach so ein Biss oder ein Kratzer ist keine Injektion. Und wenn man die Effekte bedenkt, nun, Schrödinger war ein wildes Biest. Ja, es war natürlich eine Hauskatze, aber man kann es nicht mit dem rationalen, logischen Denken eines menschlichen Wesens vergleichen. Also macht es Katzen zu verrückten Killern aber nicht Leute? Ich glaube, das ist eine Wahrscheinlichkeit, eine naheliegende Wahrscheinlichkeit. Sicher, wenn wir das Serum ausprobieren wollen, gibt es keine bessere Gelegenheit als jetzt. Doc, Sie wollen ihn doch nicht wiederbeleben. Ich schätze, entweder das oder wir kommen auf den Stuhl. Waren Sie hier, wenn das nicht funktioniert, dann werde ich ihn mit meiner Pistole erschießen. Oder mit der Pistole erschießen. Okay, okay, okay. 5 Sekunden. 13, oh Gott. Oh Gott. 10 Sekunden. 15 Sekunden. Ich schätze, es funktioniert nicht mit Menschen. Oh Gott, ich bin aufgeregt. Es war nur der Traum eines alten Mannes, ne? Er ist aufgehört. Jack, bist du am Leben? Officer Jack, können Sie sich an mich erinnern? Mr. Cougar? Wie oft ist er? Äh, 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 können Sie mich verstehen? Da gab es einen Unfall. Geht es Ihnen gut? Ah, passen Sie auf, Doc! Okay, die Kugeln halten ihn nicht auf. Lauf, Cole, lauf, ich werde direkt hinter dir sein. Schau sie an, schau sie an, das ist fantastisch. Ich werde sie nicht verlassen, Doc. Dann komm schon, go, go, go. Wir haben es auf den, wir haben es auf den Friedhof geschafft und da steht hier fuck you auch noch drauf. Okay, jetzt kommen Return of the Living Dead ist jetzt ein bisschen dran, ne? Ja, wir können ihn hier abschütteln und da sollte niemand da sein. Ich dachte, sie haben gesagt, dass Menschen nicht wahnsinnig werden sollen, nicht gewalttätig. Es war eine Hypothese, ähm, ja, wenn man es bedenkt, unsere Vorfahren waren Primaten. Das ist nicht das, was sie gesagt haben, was du gesagt hast, Doc. Verdammt. Was ist in deiner Tasche? Mein Reanimationsserum. Das, äh, die, die Arbeit meines Lebens. Haha. Ich denke, Doc, er kommt, äh, uns näher. Warte mal, der Zombie läuft also schneller als die? Ja, es scheint, als ob er sogar nicht nur mehr Stärke, sondern auch mehr Fitness hat. Was? Oh nein, der Doc, er stolpert. Geht's ihm gut? Geht's dir gut? Oh nein, sein scheiß Reanimationsserum. fällt auf den Friedhof. Fällt auf den Friedhof. Okay. Doc, wir müssen los. Aber, aber mein Serum. Sie können mehr davon machen, Doc. Ich glaube, äh, du kannst mehr machen, Doc. Wir sind ja beim Du geblieben. Ich glaube an dich. Komm schon. Was steht da Steve? Ach, Stephen King. Ah, das ist super. Schau dir das an. Return of the Living Dead Style hier. Bei Return of the Living Dead, oh, geil, der Arm ist abgefallen. Bei Return of the Living Dead war es ja, sie haben ja den einen Zombie kremiert. Oh, ist das fantastisch. und dann durch die Luft, durch den Regen, ist der Regen auf den Friedhof niedergegangen. Da sind die Zombies wiederbelebt worden. Was ist das? So ein Pfeil oder so, ne? Ey, ich finde das bisher fantastisch. Dead of the Brain aus der Nightmare Collection. Das Intro, war das jetzt hier. Äh, Fairytale übrigens, ist eine Firma. Okay, das können wir jetzt hier dann direkt nicht sehen, durch den Bildausschnitt und so weiter. Aber hier unten steht noch Fairytale. Das ist der Entwickler, der normalerweise eher Erwachsenen-Visual-Novels gemacht hat. Und, äh, das hier ist mal Erwachsen, aber in eine andere Richtung. Wir haben's geschafft, Doc. Aber was werden wir jetzt, äh, anstellen? Cole, ich will nicht von einem Zombie-Cop für den Rest meines Lebens gejagt werden. Cole, beruhige dich. Beruhigen? Beruhigen? Doc, du hast den Zombie gesehen. Er will uns umbringen und, äh, die Cops, äh, werden uns verhaften und dann umbringen. Das ist, äh, doch Übertreibung. Das Serum ist ein Prototyp mit einer limitierten Lebensspanne. Bald, wie bei Schrödinger, wird er wieder zu seinem natürlichen Zustand zurückkehren. Und, äh, wenn er stirbt, wieder stirbt, ja, dann werden wir seine Leiche finden und sicherstellen, dass alles okay ist. und dann werden wir uns stellen. Wir? Du wirst, ach, okay. Doc, was ist mit dem Cops? Ja, ähm, wenn sie, ähm, wenn sie dich, äh, oder wenn sie dich bei Jacks Körper finden, was soll das heißen? Ich habe, ah, okay, wenn, wenn er bei Jack dabei ist, ich bin von der Zukunft zu, äh, weit, äh, immer weggelaufen, ja, ähm, lasst die Polizei das machen, was sie machen müssen. Du hattest von Anfang an recht, wir hätten ihnen die Wahrheit sagen sollen. Du kannst nicht alleine gehen, ich habe keine Angst von der Polizei, wir werden das gemeinsam irgendwie hinbiegen. Aber, da gibt's eine andere, ja, sehr, unangenehme Möglichkeit. Okay, und jetzt können wir hier, was machen, ich geh mal, kann ich irgendwas machen, nur, look. Versuchen wir mal zu gucken, oder, ah, okay, wirklich, es ist nicht die Maus, es ist, ich muss, ich muss mit dem, mit dem Pfeiltasten das jetzt hier machen, da hat mich DOSBox wohl ein bisschen im Stich gelassen, okay, 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 aber das kriegen wir schon hin. So, mal X, also, meine, ähm, Beine, äh, brennen von all dem Weglaufen hier, oder meine Beine sind total in der Mitte von dem Weglaufen. Ich war so beschäftigt mit Laufen, dass ich gar nicht bemerkt habe, wie schlecht Doc ausschaut. Dann kann ich aber mal saven. Und wir saven auf der 1. Mal sehen, geht das. Ich hab mal auf Load gemacht, einfach mal zu sehen, ob das jetzt funktioniert. Okay, die Sachen können, äh, schlechter werden, wie wir es nicht haben. Okay, also es funktioniert. Alles klar, also jetzt können wir hier ein bisschen Adventure-Zeug machen. Ähm, wir können hier auch die Verben ändern. Talk, get, look und talk, okay. Get kann ich nicht machen. Was ist mit go? Go und use. Okay, ich will mal kurz gucken, hier in der Wohnung. Verändert sich der? der Doc wirkt ernsthaft okay. Also der Cursor verändert sich nicht. Sondern wir müssen dann, ähm, ja, davon mal gucken, was hier am besten funktioniert. Aber, uh, für die Action-Sequenzen machen wir das ein bisschen Angst. Aber gut, ähm, wir probieren das mal weiter. Wenn ich zwischendurch irgendwie eine Möglichkeit finde, das irgendwie umzustellen, dann mache ich das noch. Also, wir reden weiter mit dem Doc. Doc, hast du jemals Dawn of the Dead gesehen? Es geht um einen Typen, der einen einzigen Zombie wiederbelebt. Ja, und dieser einzige Zombie ist genug, um eine Infektion auszulösen, die in Kürze New York City zu einem, zu einer Zombie-Hölle verwandelt. Die Zombies in dem, ähm, Film sind gestorben, als die Polizei sie erschossen hat. Also warum ist Jack nicht gestorben? Der Film, der war Finktion, ja, in echt kann man Muskeln nicht reanimieren, äh, in, in, äh, in der Realität kann man Muskeln nicht reanimieren, äh, Blutpumpen oder, äh, Knochen heilen, ja. Nur das Hirn ist das, was wirklich wieder zum Leben gebracht werden kann. Ist das Hirn nicht ein Muskel? Nur das Hirn. Sie meinen also, du meinst also, Jack, äh, verrottet immer noch, er ist immer noch tot, nur sein Hirn ist am Leben. Das ist ja schrecklich. Ist das? Ich wundere mich selbst, was Leben eigentlich ist. Das Reanimations-Zero rum ist, ähm, die, passabels die Imitation von Leben, die jemals jemand gemacht hat. Aber du hast recht, wir werden, äh, können wir dann irgendwo, was hier machen. Add move, das funktioniert alles nicht, ähm, mit Docker haben wir gesprochen, können wir mit dem Telefon rein. Okay, dann, alles klar, dann können wir vielleicht auf go gehen. Das klappt natürlich auch nicht. Was könnte dann hier das, das Rätsel lösen sein? Wir müssen wahrscheinlich, wir uns noch hier irgendwas angucken in Ruhe. Bücher sind's auf jeden Fall nicht. Okay, oh. Okay, mit Look geht's hier weiter. Was, wenn, äh, Jack jemand anderes angreift, wenn der Virus sich ausbreitet? Oh, okay, ich muss hier noch ein paar Mal angucken, dann ging's weiter. Schela ist da draußen. Cole, Cole, öffne die Tür. Hilfe. Das ist Schelas, äh, Stimme. Ich muss sie reinlassen. Cole, sag ihr bitte nichts über unser Problem. Ich versteh, Doc. Da ist sie, Schela. Schela schüttelt sich gerade. Danke für den Schüttelreim hier. Äh, was könnte sie so, äh, verschreckt, äh, aussehen lassen? Will instinktiv die Maus benutzen, ey. Was ist passiert? Du siehst aus, als ob du einen Geist gesehen hast. Cole, ich bin da draußen fast gestorben. Gott sei Dank warst du hier. Ähm, was ist denn passiert? Ich war auf meinem Weg nach Hause von der Arbeit und ich war gerade, äh, weg vom Zug, äh, und auf einmal ist alles sehr merkwürdig geworden. Es ist eine merkwürdige Nacht für uns alle, junge Lady. Die, äh, Fenster waren überall zerbrochen, die, äh, Lichter auf den Straßen waren, äh, aus und da sind ein paar Besoffene auf mich zugekommen und zumindest dachte ich, dass sie besoffen sind. Haben sie dich verletzt? Da war Blut auf ihren Gesichtern und, ähm, der Geruch des Verfalls, der war grauenhaft. Ja, ich bin nicht, äh, lang genug geblieben, um herauszufinden, was sie wollen. Der Geruch des Verfalls. Äh, ich glaube nicht, dass es Make-up war. Es sah zu realistisch aus und das Blut, es war grauenhaft. Ich wusste nicht, was ich machen soll, also bin ich hergekommen. Wie konnte das passieren? Es ist noch nicht mal eine Stunde. Wie konnte es so schnell sich ausbreiten? Aber Shelas Beschreibung ist zu detailliert, um irgendwie Zufall zu sein. Sie wurde auf jeden Fall von Zombies angegriffen. Cole, was schaust du mich so an? Die, die Typen, die du gesehen hast, sie waren Zombies. Der Doc hat ein Reanimationsserum gemacht und hab es seiner Katze gegeben. Und dann hat die Katze einen Cop umgebracht und der Cop, wir haben versucht, den Cop zu, äh, wiederzubeleben. Und, äh, naja, es ist nicht lustig, Cole. Sheila, er erzählt die Wahrheit. Ich war sicher, dass das Reanimationsserum, ähm, dann ablaufen würde, bevor Officer Jack irgendjemanden, äh, verletzt würde. Ja, du hast ja, auf dem Friedhof hast du so viel verschüttelt, mein Freund, ne? Da hast du gar nicht dran gedacht? Doc, du hast es getan? Ja, die Polizei wird, äh, das untersuchen, wenn sie das herausfinden. Unsere Probleme sind jetzt viel größer als die Polizei, befürchte ich. Ein Virus, der Leute in Zombies verwandelt. Wie konnten sie nur? Das ist keine Zeit, um jetzt, äh, die Schuld zuzuschieben. Wir müssen die Polizei wissen lassen, was wir alles wissen. Die Polizei? Wann haben die denn was für jemanden getan? Oh, Schäler? Schäler hat ein bisschen, ähm, hier. Don't trust anybody. Don't trust the cops. Wir können selbst nicht viel anstellen, ja? Wir müssen die Behörden anrufen, die Autoritäten und ihnen erzählen, was passiert ist, dass es ein tragisches Unglück gewesen ist. Habt ihr beiden nicht genug gemacht? Okay. Dann ruf einfach die Polizei an, bevor es schlimmer wird, Cole. Okay, dann, äh, use, schätze ich mal. Okay, ja. Look. Okay, Schäler ist beruhigt. Um zu glauben, dass das jetzt hier passiert. Er ist das nicht mit dem Telefon? Okay, ich kann die anderen Items hier nicht benutzen. Vielleicht mache ich hier mal erstmal eine Pause und check mal, ob ich das mit der Steuerung hinkriege. Und, ja, lasst es mal so mal. Dann machen wir hier mal eine kurze Pause. Für euch sollte kein Unterschied sein, aber ich schaue mal, ob ich das dann geklärt kriege mit der Steuerung. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Ich habe es herausgefunden. Es ist eine Einstellungssache bei DOSBox. Und, haha, schon besser. So sollte das eigentlich ausschauen. Ja, anstatt hier das mit dem Pfeiltasten machen zu müssen, ist eine Maus auf jeden Fall wesentlich angenehmer. Und jetzt kann ich auch ein paar andere Befehle hier auswählen. Der Doc hat recht. Wir müssen das die Polizei machen lassen. Es ist jetzt außer Kontrolle. Ob das Telefon gerade benutzt? Es scheint zumindest der richtige Weg gewesen zu sein. Es tut uns leid, aber wir haben leider niemanden zur Verfügung, der sich um sie kümmern kann. Bitte warten Sie, bis was für sie frei wird. Verdammt, das Telefon funktioniert nicht. Das ist das letzte Mal, wo ich 991 gerufen habe. Den Notruf auch passiert. Okay. Ich versuche nochmal anzurufen. Tut mir leid, keiner da. Nein, das Telefon funktioniert gar nicht. Okay. Fehler hat sich ein bisschen beruhigt. Es ist schwer zu sehen. Oder, ja, man denkt nicht, dass das jetzt hier passiert. Move geht noch nicht. Talk und Look. Achso, ja, ich kann ja vielleicht mit denen reden, wo ich das Telefon benutzt habe. Das ist so typisch japanisches Point and Click, dass man ein paar verschiedene Sachen ausprobiert. Die Polizei ist zu beschäftigt, um mit uns zu reden. Das könnte gut sein. Vielleicht versuchst du sie in ein paar Minuten wieder anzurufen. Fehler hat recht. Wir sollten einfach hier warten und, ja, darauf hoffen, dass die Polizei dann verfügbar ist. Okay. Let's do it again. Oder muss ich wirklich eine physische Minute warten? Okay. Dieses Mal wird es funktionieren. Hallo, hallo? Hallo, gibt es hier jemanden? Was ist passiert? Da gibt es... Oh. Es gibt nicht mal ein Leerzeichen oder so. Das Telefon ist tot. Holy shit. What the hell? Schaust du an der Blute aus dem Mund? Es tut mir leid. Ich hätte nie gedacht, dass er uns bis hierhin verfolgt. Ist es der Polizist? Doc, das ist nicht der Polizist von vorher. Cole, gib mir meine Pistole. Das ist unsere einzige Chance. Okay, Sheila, geh aus dem Weg. Oh, Doc, es funktioniert nicht. Das ist ja der Hammer. Stirb, stirb. Warum stirbst du nicht, du Monster? Doc, komm rüber. Wir müssen hier weg. Warum wird dieses verfickte Ding nicht sterben? Okay, bei der Übersetzung haben sie echt nicht zurückgehalten. Mr. Kuga, kommen Sie hier. Überall diese Leute. Sind das Zombies? Unglaublich. Unmöglich. Meine Berechnung. Wie konnte das so falsch laufen? Ich habe versucht, euch das zu sagen, Leute. Es wird nicht einfach sein, hier durch die Straßen zu kommen. Unsere einzige Hoffnung ist die Polizei. Die nächste Station ist das 16. Precinct zu Fuß. Ich glaube, da, wo unser Kollege herkam. Okay, wir haben eine Karte. Also. Can I go? Okay, safe kann ich hier machen. Das ist der Friedhof. Das ist wahrscheinlich das Precinct hier. Dann gehen wir hier hin. Das 16. Precinct. Ja, es fühlt sich so an, als ob wir einen Marathon gelaufen sind. Ich habe, so mein Gefühl ist jetzt so ein bisschen vielleicht Assault on Precinct 13. Also wie der, ähm, wie der Film von John Carpenter, wo es die Belagerung gab, aber da waren es keine Zombies. Das ist mehr The Void, ne? Wo das Krankenhaus so eine ähnliche Belagerung hatte. Und man quasi die Monster-Dämonen-Plage hatte. Och, ach, ich finde das ist so ein tolles Spiel. Es ist großartig. Ich liebe es. Wahrscheinlich werde ich es hassen gleich, wenn da irgendwelche Nerfereien sind. Aber bis jetzt liebe ich es. Aha. Ähm. Es scheint nie so weit weg zu sein, tagsüber. Okay, also. Dieses Auto gehört zur Station, aber da ist niemand drin. Dieses Zeichen sagt das 16. Precinct. Okay, es ist ein wirklich echt tolles Polizeigebäude. Ja, ganz, äh, hohe Stockwerke und alles voller Cops. Und ich hätte nie gedacht, dass ich freiwillig in eins reingehe. Äh, okay. Wie verzweifelt muss man sein, die Mülltonnen beim Polizeirevierde zu durchsuchen? Nein, nicht verzweifelt, aber das ist eigentlich eine ganz gute Idee, ja? Sie, äh, ah, okay. Man setzt wieder die geschredderten Polizeidokumente zusammen und kann sie an interessierte Parteien verkaufen. Also unser Cole, der ist so ein ganz schlimmer Finger, so ein bisschen, ne? Ist das nicht wieder an? Okay, der Eingang ist sehr groß. Ich hoffe, das bedeutet, dass da viele Cops drin sind. Erstmal bedeutet das, dass wir upsaven. Ich gehe mal auf der 1. Okay. Also, zock, äh, move. So. Zeit, mit der Polizei zu reden. Ich hoffe, dass sie uns nicht erschießen. Das stimmt. Okay. Die Polizei ist nicht mehr dein Freund und Helfer hier. Was zum Deibel? Doc, die Zombies, sie sind schon hier gewesen. Okay. Oh Mann, was ist das für ein Weg zu sterben? Sogar eine ganze Polizeistation konnte sie nicht aufhören. Der Typ hat keinen Kopf da hinten. So ein bisschen, ähm, Snatcher-Style, ne? Der Geruch dieses Ortes, ja. Wenn ich darüber nachdenke, dann werde ich krank. Verdammt, alle Pistolen sind leer. Ja, ja, es gibt überall hier dann die leeren Hülsen, aber keine einzige Kugel ist über. Äh. Wir haben den Deskofficer umgebracht. Das ist wahrscheinlich der Erste gestorben, ohne dass er wusste, was hier gerade los war. Gleich mit dem Reden. Und doch, ähm, werden diese Leichen, du weißt schon, nicht Leichen werden? Ja, das glaube ich nicht. Ihre Gehirne sind überall verteilt hier im Raum. Ohne ein intaktes Gehirn kann das Reanimationsserum nicht arbeiten. Okay. Hallo, mein Name ist Cole. Was ist deiner? Jetzt fühle ich mich ein bisschen blöd. Ja, ich hatte auch keinen Kopf da. Okay. Also. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Okay. Talk ist hier nicht. Use, go, load, save. Move, get, look. Muss also noch ein bisschen was angucken. Ich wundere mich, wie viele Zombies hier waren. Bestimmt, äh, könnte die ganze Station nicht von einem einzigen erledigt worden sein. Aber keine von den Leuten sehen aus wie Zombies. Ähm, konnten sie wirklich nicht einen einzigen Zombie stoppen? Okay, der Kopf von allen wurde geöffnet. Ja, sie waren ja mal, ähm, menschliche Wesen, ja? Es, äh, die Zombies waren mal menschliche Wesen. Es kann sein, dass sie ein instinktives Wissen darüber haben, was die Schwächen von Menschen sind. Aber warum? Warum Menschen umbringen? Da muss doch ein Grund dafür da sein. Ähm, ich denke, ich verstehe jetzt, ähm, aber erstmal scheint es, dass wir auf uns gestellt sind. Da könnten weitere Überlebende sein. Wir müssen ihnen helfen, wenn es möglich ist. Ja? Guter Gedanke. Okay, das sagt Scheler. Wir haben einen Move. Könnte es die Tür sein hier? Das Licht ist aus. Äh, Scheler, kannst du das Licht anmachen? Ja. Und? Ich glaube, es gibt keinen Strom hier. Der Switch macht gar nichts. Da gab es Licht, äh, auf dem zweiten Stockwerk. Ich, äh, vielleicht ist da jemand, ähm, hat sich da eingekerkert. Wir müssen das auschecken. Gehst du alleine da hin? Ja, es ist okay. Kannst du mir deine Pistole geben? Diese Pistole ist, ähm, befürchte ich jetzt sehr nutzlos. Sie hat keine Munition mehr. Das ist okay. Ich werde einfach extra vorsichtig sein. Sei vorsichtig, Cold. Ich liebe dich. Nicht so sehr, wie ich dich liebe. Ja. Wenn ihr Leute hier Ärger habt, dann schreit und ich bin hier in einer Sekunde. Das gleiche gilt für dich. Hätte ich speichern wollen. Okay, das ist eine Halle auf dem ersten Stockwerk. Second floor natürlich amerikanisch. Die Lichter sind an. Es könnte sein, dass hier jemand überlebt hat. Let's save it. Sagen wir auf zwei. Okay, also, da gibt es überall Blut. Es ist schon wohl eine Weile her, denn das Blut ist trocken. Das ist ein Feuerlöscher. Jeder braucht da hin, auch die Polizei. Fünf Türen, aber ich bin mir nicht sicher, wo das Licht hinter ist. Ich sollte sie nacheinander checken, ohne dass ich durcheinander hier komme. Ja, hier scheint es schon mal nicht zu sein. Und das, also ich würde vielleicht so im Kreis gehen wollen. Kann ich hier einfach gucken. Diese Tür scheint die gleiche zu sein. Go. Diese Tür ist schon offen und blutig. Das ist ein Konferenzraum. Ich schätze auch, die Polizei muss hier Meetings haben. Okay. Ein, oh, da ist eine Nottaschenlampe im Fall eines Stromausfalls. Die Polizei hat alles. Oh, kann ich die nicht nehmen? Do I want a flashlight? Ja. Okay. Jetzt habe ich ein Flashlight gefunden. Jetzt kann ich auch dunkle Gegenden erkunden. Kann ich das auf Views machen? Gucken wir nochmal ein bisschen weiter. Ein großer Konferenztisch in der Mitte des Raumes. Das scheint sehr sauber. Genug Stühle für acht Leute. Das Mondlicht scheint in den Raum. Ja, ich kann seine Güte fast spüren. Und des Mondes, des Mondlichtes, als ob sie will, dass ich das hier überstehe. Die Stühle sind bereit für das nächste Meeting, aber es ist niemand hier außer den Toten, um das Meeting wahrzunehmen. Von hier scheint die Stadt wirklich merkwürdig ruhig. Alles ist still. Vielleicht haben die Zombies alle aufgegeben. Ich glaube, ich kann hier raus, ne? Return. Okay, ich habe jetzt meine Taschenlampe. Jetzt kann ich die anderen Räume untersuchen. Welchen Raum soll ich als nächstes machen? Das ist jetzt noch... Ich weiß noch nicht, wie stark das greift. Ich werde immer wirklich safe early, safe often machen. Diese Tür, meine Hand zittert. Es fühlt sich her, als ob die Tür zum Tod selbst führt. Holy shit, ey. Holy shit ist das der Hammer. So viel Blut und für was? Niemand konnte entkommen. Wie viele Zombies waren da? Er muss von hinten angegriffen worden sein und er ist gestorben, bevor er von seinem Stuhl loskam. Okay, da ist das Funkgerät, mit dem man mit den Einsatzfragen reden kann. Vielleicht soll ich jemanden warnen. Kann ich das nicht? Es ist leicht zu sehen, was hier passiert ist. Da gibt es überall Blut. Ich denke, diese Maschine kann benutzt werden, um Patrolcast zu rufen. Ich könnte vielleicht herausfinden, wie sie funktioniert. I think. Okay, weil das Use war gerade noch aus. Seine Kopfhörer haben wahrscheinlich den Sound des Ärgers hinter ihm ausgeblockt. Er hatte keine Chance. Ich kann das mir nicht passieren lassen. Papiere sind hier auf dem Boden voll mit Blut. Der Kampf war so gewalttätig, dass alles umgeschmissen wurde. Diese Uhr scheint zu funktionieren. Das zeigt die aktuelle Zeit. Okay. Vapers are soaking. Kann ich jetzt mal Use machen? Jetzt geht Use. Ich werde versuchen, ein Polizeiauto zu rufen. Hello? Gibt es da jemanden? Hallo? Gibt es da jemanden da draußen? Ist das Ding an? Gehirne. Da ist jemand draußen. Das funktioniert. Jetzt ist... Das ist aus Return of the Living Dead. Wo die... Da war es nicht die Polizei, sondern es war die... Das waren die Rettungskräfte, die geschickt wurden. Die dann zu Zombies geworden sind und dann Verstärkung gerufen haben. Mehr Gehirne. Schickt Verstärkung. Ah, die... Also, ganz klassische Horror-Fans hier. Das ist toll. Was? Das ist kein Kopf. Brauch mehr Gehirne. Rum. Es sind alle tot. Die Stimme auf dem... Radio hier. Es ist wie ein Portal zur Hölle. Es ist überall so wie da. Warte. Diese Stimme wollte Gehirne und alle Gehirne wurden schon gegessen. Ist das, was die Zombies wollen? Also wollen sie... Sie essen die Gehirne, ne? Das ist nicht nur die Schwäche. Es sind richtige Hirne-essende Zombies. Bei Return of the Living Dead war es so auch... Sie haben die Gehirne gegessen, weil das den Zombies die einzige Linderung gebracht hat. Sie hatten ja den einen Zombie gefesselt, die Zombiefrau. Und sie hat gesagt, it makes the pain go away, wenn sie die Hirne essen. Und das ist natürlich die Implikationen, die da drin sind. Wow. Aber puh. Vielleicht sind Menschen die Hirne die einzige Nahrung, die sie vertragen, wenn man das denn... Um zu leben, wenn man das denn Leben nennen kann. Ist es da, wo die Kalkulationen vom Doc falsch gegangen sind? Okay, ich werde nicht nochmal da anrufen oder das benutzen. Vielleicht kommen hier noch mehr Zombies hier. Okay, ich glaube, wir können wieder raus. Ich verstehe nicht, was die Zombies wollen. Und ich muss dem Doc es erzählen, wenn ich die Chance bekomme. Okay, das war Raum Nummer 2. Puh. Speichern. Machen wir auf der 3. Dann schön hier mit den Speicherständen hier rummachen. So. Frage ist, erst die oder erst den hier? Ich könnte wirklich hier den Horschuh machen. Ich könnte also das Hufeisen machen. Aber das scheint mir wieder wichtig... Ach, komm, nee, wir machen das Hufeisen. Die werden ja nicht das Wichtigste hier hintergepackt haben. Ähm. Go. Habe ich das schon nachgeguckt? Es riecht wie Schießpulver, aber ich kann nichts sehen. Flashlight. Oh. Ey, und das ist jetzt zwar... Wann ist das Spiel rausgekommen? Ich glaube 92. Also fast 30 Jahre später. Aber jetzt denke ich an den Anfang vom Resident Evil 2 Remake. Ja, ich kann ein bisschen was sehen. Okay. Da gibt es, ähm, ein Pfad des Blutes hier. Er scheint hinten zum Raum zu führen. Da gibt es eine Art Schreibtisch und einen anderen Raum. Ich kann keine Waffen sehen. Ja, das ist wohl die Asservatenkammer hier. Alles, was ich brauche, ist eine einzige Pistole. Move. Okay. Kann ich nicht. Geh mal raus. Ich geh mal wieder raus. Also ich konnte nicht weiter nach hinten zum Raum. Oder ich hätte mir noch was angucken sollen. Aber das merken wir uns mal. Also die Erservatenkammer war wohl leer. Und da hinten ist theoretisch noch was. Wir haben ja die Spur gesehen, die nach hinten führt. Wir gehen jetzt mal in die anderen Räume rein. Nochmal absaven. Brauche ich erstmal nicht. Mich irritiert das Move und das Go. Ne. Da gibt es bereits Blut auf dieser Tür. Okay. Die Zombies haben es... Oh, aber eine Pistole. Die Zombies haben es in den Verhörraum geschafft. Ist das... Es ist ein ehemaliger Polizist. Die Zombies haben... Die Zombies haben sein Hirn gegessen wie schön dickflüssige Suppe. Mit Stückchen drin. Er hält eine Pistole in der rechten Hand. Er muss gestorben sein. Hat sowas erschossen. Da waren wir das sind... Alles ist umgeworfen worden. Gun. Also ich... Ah, wir sehen, der Schaft ist da geöffnet. Ich sollte sehen, ob da noch genug Kugeln sind. Es gibt keine Kugeln. Nicht eine einzige in der Kammer. Er muss sie geschossen haben, bis keine mehr drin gewesen sind. Und er hat dann einfach weiter geschossen. Okay, es lohnt sich also nicht. Dokumente. Ein Stuhl. Ein Ashtray hier. Ein Aschenbecher. Ein paar Briefumschläge. Er hat wahrscheinlich hier... Dein Schreibarbeit erledigt. Immerhin hat er noch eine letzte Zigarette rauchen können. Okay, also die Pistole. Fock. Ich glaube nicht, dass er antworten kann. Er hat kein Gehirn. Das hat viele Leute heutzutage nicht aufgehalten, was zu sagen. Jetzt mache ich aber ein Save. Save mal auf die vier. Go. Uff. Es ist das... Das ist das... Okay, das ist das Büro des Chiefs, wo Präsident draufsteht. Es scheint, als ob die Zombies hier nicht reingekommen sind. Versteckt sich vielleicht die Tochter des... Naja. Ähm. Jus. Kann ich Flashlight machen? Nein, also es ist nur einfach dunkel. Die amerikanische Flagge wird stolz gezeigt. Ich wundere mich, ähm... Wie viel es kostet, all diese Flaggen zu kaufen. Also der Tisch, der wird gut beleuchtet. Als wir draußen waren, schien das Licht nicht so hell. Aber so hell scheint... Na gut, für ihn scheint es wahrscheinlich hell zu sein. Da ist ein Telefon. Ein Stifterhalter. Ein Namensschild. Und ein einziges Stück Papier. Vielleicht sollte ich jemanden anrufen. Mal gucken. Oh, Leiter in Ashtray. Wenn ich... Okay, Feuerzeug. Oh, das Feuerzeug ist leer. Okay, also Feuerzeug brauchen wir nicht. Da ist einige auf dem Tisch und ich brauche da keinen zu benutzen. Aber... Ähm... Talk. Warte mal. Es ist ein schwerer, gut gemachter Tisch. Nicht der billige Crab, den die normalen Drohnen unten im Gemeinschaftsraum bekommen. Okay, also ich wollte das Telefon benutzen. Da ist ein teurer Stuhl hinterm Tisch. Okay, ein bisschen Licht kommt rein. Aber... Oh, vielleicht sollte ich die... Äh, Jalousien öffnen. Okay, warte mal. Look. Da ist eine Karte auf der Wand. Ich bin aber nie gut gewesen in Karten. So erzählen also, hier werden wahrscheinlich keine Zombies kommen. Solange sie nicht fliegen können, denke ich mal. Der Chief ist auch irgendwo nicht hier. Achso, das Tele... Ach. Okay, jeden Tag klingelt hier das Telefon und jeder, der in diesem Stuhl sitzt, versucht es zu reparieren. Das ist das Telefon. Es... Oh? Okay. Vielleicht Get-Telefon. Die amerikanische Flagge ist schwerer, als sie ausschaut. Ich glaube nicht, dass ich die Stärke habe, sie mit mir herumzuschleppen. Selbst wenn ich die Stärke hätte, was würde ich mit dem Stock hier machen? Aber mit dem Stock kannst du Zombies... ...erstechen. Okay, also das Feuerzeug kann ich nicht nehmen. Merkwürdig, dass ich... Er hat ja gesagt, er will gerne das Telefon benutzen, ne? Aber er macht es nicht. Hier bleibt noch mal ein bisschen. Also ich kann Get... Ich kann Look machen. Use kann ich das Flashlight nicht anmachen. Okay. Also ich weiß nicht, was hier noch sein könnte. Die Stühle auf der Seite. Auf jeden Fall nicht. Ich gehe mal wieder raus. Falls ich an irgendwas zu lange hänge, werde ich zwischendurch mal ein paar Pausen machen und sozusagen selbst nochmal weiterspielen, ohne dass ihr hier mich sehen müsst, wie ich tausendfach im Kreis gehe. Aber dann werde ich wieder dazukommen, wenn ich was Neues dann ermittle. Ich hoffe, dass es jetzt noch nicht so weit ist. Ich gehe erstmal wieder raus. Ich muss hier was ergeben. Okay, ich gehe dann nochmal... Wir haben die Räume untersucht. Did I check this room? Ja, du warst schon mal drin, aber... Ja, so Wartenkammer. Ich sollte vorsichtig sein. Könnte zu einem toten Polizisten gehören. Das Blut ist noch ein bisschen feucht. Das muss... Ah, I don't want to go back there until I finished. Searching... Okay, deshalb... Ähm... Stay... Kann ich Move... Okay, dann wird Move erst freigeschaltet, wenn ich die anderen Räume mir angeguckt habe. Okay, ich hab's rausgefunden, denke ich mal zumindest, ist das der nächste... Oder ist das zumindest eine Sache, die ich vorher nicht gefunden hatte. Und ich kann das hoffentlich... Reicht das dann, um die Story weiterzutreiben. Im Büro vom Chief war nochmal was. Ich hab da Pixelhunting gemacht. Das ist eben... So hat man die Spiele länger gemacht damals. Go in das Büro. Das war leider auch eben bei Snatch und bei Policenauts so. Ich meine, falls ihr das Policenauts Let's Play hier gesehen habt. Natürlich, das ist ein paar Jahre später rausgekommen. Hier aus der PC-Ecke waren sie noch ein bisschen unverzeihlich. Ähm, hier. Ich hab auf den Tisch geklickt, aber ich hab nicht mal auf dieses Stück Papier speziell geklickt. Denn... Ein Memo. Was sag ich jetzt? Wie kann ich das denn verpasst haben? No? Wie kann ich das denn verpasst haben eigentlich? Ich versteh's nicht ganz, aber... Auf diesem Memo steht 216 drauf. Oder könnte es 915 sein? Ist nicht auf dem Kopf, no? Ähm, Central Hotel 216. Eine Rettungs... Äh, eine Möglichkeit irgendwie zu evakuieren. Ist es da, wo jeder gerade ist? Vielleicht gibt es ja doch Hoffnung. Okay. Kann ich... Vielleicht kann ich das jetzt mitnehmen. Central Hotel. Ich muss das Papier nicht nehmen. Ich hab mir gemerkt, was da steht. Okay. Also. Ähm. Jetzt hoffen wir aufs Beste. Er ist nur nach hinten nicht gegangen, weil wir wohl nicht alle Items hatten. Ich denk mal, weil du wohl nicht auch zurück kannst. Wieder zu alten Locations. Ähm. Und du... Äh... Deshalb erstmal alles erschöpfen musst, bis du dann den nächsten Plotpunkt dann weiter treibst. Also. Go. Hier hinten rein. Diese Nachricht füllt mich nicht gerade mit Vertrauen. Und did I... Maybe I missed something. Did I check this room? Hätte ich hier noch was untersuchen sollen? Ich glaub, ich hatte hier alles. Und das ist also die Asservatenkammer. Save it. Nehmen wir mal den vierten. Go. Geht das? Ja. Es geht. Geil. Geil, 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 geil. Okay. Dann war es nur dieses dümme Stück Papier, was ich nicht geguckt habe. Time to investigate the back room. Gehen wir nach hinten. Gehen wir nach hinten. Also hier endet die Blutspur, aber ich sehe hier niemanden. Aha. Da ist ein Schrank. Da könnte gutes Zeug drin sein. Er ist leer. Verdammt. Ich dachte, da sollte wenigstens Material zum Saubermachen drin sein. Diese Regale sind auch leer. Vielleicht braucht die Polizei mehr Geld. Da gibt es Jalousien. Es ist ein kleines Fenster auf dem zweiten Stock. Ich glaube nicht, dass da jemand hier durchkommt. Es ist ein generischer Schreibtisch für einen Polizeioffizier. Es scheint nicht so, als ob es hier irgendwas benutzt wurde. Es hat nicht mal irgendwelche Schränke. Ich glaube, ich weiß alles, was ich da wissen muss. Da gibt es Staub da drauf. Und dem Schrank war nichts, ne? Okay, geht's. Da soll ich mich noch ein bisschen umschauen. Was passiert denn, wenn ich wieder zurückgehe? Da gibt es hier nichts. Na, nun denn. Huh? Ich habe da gerade was hinter mir gehört. Ja! Okay, fuck. Da ist ja doch ein Zombie über. Okay, das ist das Ende. Ich werde sterben, weil er mich hier in der Sacka servischt hat. Okay, da ist ein Timer. Der Zombie trägt immer noch seine Polizeiuniform. Es ist egal, was er trägt. Ich muss seinen Weg finden, um zu überleben. Äh, use. Nein. Talk. So ist es also, wenn man dem Tod ins Gesicht starrt. Da ist nichts mit seinem Mund. Und, und ich muss, ich werde zu einem Zombie-Dessert und... Die Zeit ist abgelaufen, oder? Äh, äh. Game over. Ich habe schon ein bisschen erwartet jetzt, wenn ich das... Hm. Okay, also ich konnte nichts benutzen jetzt hier gerade. Ich hoffe, dass es nicht Sackgassen-mäßig ist. Dass ich doch irgendein Item verpasst habe. Aber es hat mich ja nicht weitergehen lassen, bevor ich alles mitgenommen habe. Ähm, wir machen Continue. Dann schmeißt er uns hoffentlich wieder hier raus. Ich sehe hier niemanden. Okay. Move. Ähm, warte mal, bevor wir weitergehen. Also, er springt uns an, wenn wir versuchen wegzugehen. Und dann haben wir... Wie viel war es? 20 Sekunden Zeit? Und können uns dann Sachen angucken. Ich konnte nichts benutzen. Ich konnte ihm nicht mit der Taschenlampe ins Auge leuchten oder so. Und er hat so verschiedenen Sachen was gesagt. Dem Tod ins Auge blicken. Sein Gehirn habe ich mir angeguckt. Den Mund. Ich check mal einfach. Ah. Irgendwas müsste ich sagen. Okay, go. Also. Ah, ich glaube, ich habe was mit mir gehört. Da ist er wieder. Okay. Das ist das Ende. Look. So, wieder zu... Okay, nothing wrong with this mouse. Shit. Ich will sein Gehirn zerstören, aber ich kann es nicht. Mit meinen Händen. Doch, du kannst da reingreifen. So, ähm. In seine Augen. Da ist nicht mal ein bisschen was an Menschlichkeit. Ich glaube, er braucht nicht seine Augen, um zu sehen. Keine Zeit, um darüber nachzudenken. In diesem Game kriegst du nur ein Leben. Okay. Es war nicht schnell genug. Aber der Text ist weiter... Also, okay. Das ist schnell, um es zu prozessieren jetzt im Moment. Der Text ist weitergegangen, als ich über seine Augen geklickt habe. Ähm. Okay. Wir probieren das mal nochmal. Return. Also, die Augen. Guck ich jetzt an. Oh, look. Also. So schaut man der Fratz ins Gesicht. Da ist kein bisschen an Menschlichkeit. In diesem Spiel habe ich nur ein Leben. Er braucht seine Augen nicht. Okay. Jetzt ist das... Okay. Nee. Alter, nein. Der Zombie blutet überall über mich rüber. So ein Shit, ey. Jetzt ist... Ich habe ihn geblendet. Ah. Ich bin ausgerutscht. Ja, das Blut auf dem Boden macht es gefährlich. Dieser Typ, er gibt nicht auf. Fuck, warum bin ich umgefallen? Äh, der Zombie, der ist angefallen. Wieso geht er immer noch? Wieso weiß er, dass ich hier bin? Das ist schlecht. Äh, talk, get, use. Okay. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Das Blut. Oh, was ist das? Was ist das hier? Er kommt mir zu... Okay. Was? Was? Okay, Moment. Bevor ich weiterklicke. Ähm. Was ist das? Ach ja, da unten auf dem Schrank habe ich geklickt, ne? Da ist so ein... Da ist so ein bisschen Gelump unten drin. Hast du mir gerade ein Game Over? Ja. Aber so ist das okay. So kann man das ja nochmal machen. Okay, da war unten was. Ich konnte aber nur Look machen am Anfang. Return. Return. Also. Okay. Auge, 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 Auge. Oh, ist das heftig, ey. Holy shit, ey. Holy shit. Jetzt ist es Zeit zu rennen. Also. Bin ausgerutscht. Okay, look, 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 look. Hier. Es kommt zu mir. Äh, get. Was ist das? Eine Pistole. Okay. Oh. Jetzt läuft die Zeit irgendwie ganz komisch weiter. Da war Game Over. Okay. Ah, ich habe wahrscheinlich jetzt... Ich habe so schnell draufgeklickt, dass ich wahrscheinlich... Das war eine Pistole, ne? Ich habe sie genommen und gleich auch geschossen. Okay. Also. Nicht zu schnell klicken. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Äh, go. Return. Ich mag das irgendwie. Ich mag das irgendwie. Auch wenn es nervig ist gerade. Aber ich mag das. Okay. Also. Look, 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 look. Jetzt der Effekt natürlich nicht mehr ganz so. Holy shit. Oh. Doch, doch. Ne. Moment. Der ist schon. Jetzt das dritte Mal die Augen ausstechen. Okay. Also. Look, look, look. Get. Okay. Fuck you. Ja, ich schätze, du bist wohl nicht zu verletzen. Oh. Ah. Moment. Ich habe ihn auf die Brust geschossen. Ich muss ihm auf den Kopf zielen, ne? Okay. Also. Du kannst doch nicht so kleinteilig jetzt sein spielen. Ne? So kle... Okay. Doch, doch. Es kann so kleinteilig sein. Man will ja auch was für sein Geld haben, ne? Ja, man sieht es gekauft hat damals. Die waren ja auch teuer, diese PC-Spiele in Japan. Ah, das ist fantastisch. So. Jetzt. Yes! Alter, ich habe mir den Kopf weggeballert. Wie geil... Und jetzt steht er einfach da, ne? Das ist also ihre Schwäche. Ich muss es die anderen wissen lassen. Holy fuck, das war ja fantastisch. Ah, guck, wie er da steht. Ha! Das ist ja super. Ich bin wieder zurück. Ha? Wo sind denn alle? Sheila, äh, der Detective. Ich glaube nicht, dass es ihm gut geht. Ha? Das ist Sheila Stimme. Sie kommt von der Stimme, wo da steht, die, ja, Aufzeichnungskammer. Da. Okay, okay. Let's save it, save it. Five. Das, das war ja großartig. Ich kann Stimmen hören von da. Aber wie konnte es denn sich so schnell verteilen? Die Droge basiert auf einem Virus, die Medizin auf einem Virus. Ein einziger Biss ist genug, um die Infektion weiter zu sein. Du hast Zombies erfunden, Kuga. Ich hätte nie so eine schreckliche Kreation machen sollen. Ich habe alle Regeln der Medizin gebrochen. Mr. Kuga. Naja, gut, ich bin bei du geblieben. Du kannst dich jetzt nicht darauf fokussieren. Wir müssen herausfinden, wie wir das überleben. Sheila hat recht, Doc. Ja, ähm, du kannst deinen schrecklichen Fehler später bereuen. Ähm, jetzt macht es keinen Unterschied. Oh, Cole. Ah, ihr habt beide recht. Es gibt keine Zeit, ähm, dass ich mich, äh, dass ich trübsal hier blase, ne? Ähm, vergebt einem alten Mann. Also, was hast du im ersten Stock gefunden? Ach, gute und schlechte Dinge. Okay, wir gucken erst mal kurz. Ja, ich bin froh, dass ich Sheila da nicht mitgenommen habe. Was ist, wenn sie verletzt würde? Doc, ist das ein Schwert? Moment. Ein Schwert? Oh ja, ich habe es im Beweisraum gefunden. Ähm, es ist ein japanisches Katana. Sie müssen es, äh, jemandem abgenommen haben, der wirklich verrückt gewesen ist. Okay, er guckt sich einige finanzielle Berichte hier an. Über die größten Firmen der Stadt. Aber wie wird das jemandem helfen? Und Sheila schaut sich ein paar Bilder an. Das ist der Police Records Room, ja. Also, alles, was sie da nicht. Ich kann das nicht alles lesen. Das sind detaillierte Aufzeichnungen über die Stadt. Doc scheint ziemlich deprimiert. Aber, äh, ich glaube, er gibt sich trotzdem die Schuld dafür. Ja, auch absolut zurecht. Aber wir müssen ihn jetzt nicht, ähm, quasi sich Sorgen machen lassen die ganze Zeit. Okay. Oh, ist das ein Schwert? Ich habe noch nie eins in echt gesehen. Sheila hat es nicht verdient, in dieses, diese Verrücktheit hier einbezogen zu werden. Nicht wie Doc und ich. Wie ist der andere Terry? Ihr eigentlicher Stecher, ne? Uff. Okay, also, Talk. Na, was schaust du dir denn an? Das sind Karten der Stadt. Wir müssen herausfinden, wo wir hin sollen. So viele Karten. Ich habe von einigen dieser Stadtteile noch nicht was gehört. Wieso sollten die Cops diese haben? Dieser Ort, jemand hat ihn eingekreist. Da steht Central Hotel. Ah, Central Hotel. Ah, jetzt habe ich mich erinnert. Da war ein Memo im Chiefs Officer. Der hat gesagt, dass alle dahin evakuieren sollen. Evakuierung? Dann machen die Polizei. Dann macht die Polizei ja doch was. Ja, ich denke so. Das Memo hat es klingen lassen, als ob alle dahin sollten. Das ist es, Doc. Ich habe den Schwachpunkt der Zombies entdeckt. Ja? Rate mal. Oh, wirklich? Ich wurde angegriffen auf dem zweiten. Äh, Moment. Aber du hast jetzt deine Daumen in die Augen des Zombies gesteckt. Und Blutkontakte so wahrscheinlich nicht, ne? Weil, oder solange du keine kleine Wunder hast, wo das da reinkommt. Äh, egal, ne? Ich wurde auf dem zweiten, ähm, auf dem ersten Stockwerk angegriffen. Da ist eine Wartenkammer. Da. Oder, okay, nee, die Armory ist die Waffenkammer. Das, da unten war wahrscheinlich die, der Evidence Room ist ja also Wartenkammer. Entschuldigt dieses Durcheinanderbringen. Äh, ich wollte eine Maschinenpistole oder eine Shotgun suchen, aber alles war leer. Und dann habe ich mich umgedreht. Bist du okay? Wurdest du gebissen? Äh, mir geht's gut. Besser als dem Zombie. Ich habe seine Augen zerquetscht und da hat er mich trotzdem verfolgt. Ich glaube, sie sehen nicht wie andere Menschen. Na, vielleicht haben sie eine Art sechsten Sinn. Also sechster Sinn-Zombies auch noch. Vielleicht ein sechster Sinn, der sie dazu bringt, Leute anzugreifen. Und wie hast du sie zerstört, die Kreatur? Wie hast du sie besiegt? Da war eine Pistole, die hinter ein Regal gefallen war. Ich habe sie in den Kopf geschossen und sein ganzer Kopf ist explodiert. Sein ganzer Schädel. Faszinierend. Ohne das Hirn konnte der reanimierte Körper nichts mehr machen. Ein Schiff ohne Kapitän. Und ich habe herausgefunden, dass diese Dinger menschliche Hirne suchen. Das ist das Einzige, was sie interessiert. Sie werden davon getrieben, sie zu essen. Natürlich. Cole, du bist ein Genius. Du magst uns alle gerade zusammen. Ey. Wir haben genau was herausgefunden, was alle über die Zombie-Filme schon herausgefunden haben. Ach, das war ja nichts. Du bist der echte Genius, Doc. Du hast ja das Serum erfunden. Jedenfalls, jetzt wissen wir, wie wir sie umbringen. Wir könnten das irgendwie überleben. Aber, Doc, warum essen sie menschliche Hirne? Damit der Schmerz weggeht, Leute. Damit der Schmerz. It makes the pain go away. Was für eine heftige Szene, ey. Was bedeutet das? Die Medizin hält nur ein paar Minuten. Es scheint so... Ah, guck mal. Hier ist es so erklärt, ne? Sie brauchen die spezifische Komposition. Eine, ja. Eine Verbindung, die es nur im menschlichen Gehirn gibt, um dann weiter zu funktionieren. Wahrscheinlich so, sie müssen dann die Partität in den Tank wieder auffüllen, ne? Also in anderen Worten, wenn sie keine menschlichen Gehirne konsumieren, werden sie sterben. Aber das ist natürlich auch was. Hier gibt es also ein Enddatum zur Zombie-Plage, ne? Weil irgendwann sind ja gar keine Gehirne mehr übrig. Oder wenn du dann genug Zombie-Social-Distancing machst, dass sie nicht an Gehirne kommen, dann sterben sie von alleine aus. No way, ne? Sie versuchen, am Leben zu bleiben, so wie wir. Nicht wirklich wie wir. Ohne einen funktionierenden Verdauungstrakt können sie nicht essen. Aber die Analogie ist funktional. Da gibt es noch viele Geheimnisse, die wir lösen müssen. Es würde einige Untersuchungen brauchen. Vielleicht sollten wir jetzt uns erstmal weiter bewegen. Okay. Also was hast du zu sagen? Vielleicht, wenn wir gehen, gibt es da auch weitere Überlebende. Könnten Leute da schon hin evakuiert sein? Vielleicht ist es doch nicht so schlecht. Vielleicht, wenn wir gehen, gibt es da andere... Okay. Gut. Dann mache ich ein Save-O. Move. Go. Oh, Entschuldigung. Oh. Kann ich noch nicht go? Oh. Weißt du, wie man ein Schwert benutzt? Meine Nichte mag die Filme von Kurosawa. Wir haben sie jahrelang gemeinsam geschaut. Ich denke, dass ich dem Schwert einen Namen gebe. Was denkst du über Rashomon? Sei einfach vorsichtig damit, Doc. Der Doc scheint wirklich aufgeregt zu sein. Ich wundere mich, was er denkt. Okay. Okay. Also können wir jetzt go machen. Move. Ne, look and talk haben wir hier. Okay. Das haben wir. Beides. Hier detailliert. Okay. Es sind Baupläne. Der Blueprint für die Polizeistation. Es wäre gut zu wissen. Oder die wären gut gewesen, bevor ich hochgegangen bin. No time to read the soul. Das ist ein Schwert. Okay. Das Mensch-Schwert hatten wir. Dezailliert. Sie sagen das gleiche. Was könnte ich mir noch nicht angeguckt haben? Ich habe hier... Wer hat da ein anderes Stück Papier? Während da war das Schwert. Es ist ein Broke... Oh! A Broken Flashlight. Okay. Was ist denn jetzt passiert? Ich sollte es wegschmeißen. Ich muss nicht das Unnötige mitnehmen. Also das Flashlight ist weg. Okay. Also... Japanese Sword. Ich weiß nicht. Ich hoffe, es hilft ihm. Detailed Records of the City. Schön alles durchsuchen hier. Ah. Okay. Ich habe noch nie was vom Central Hotel gehört. Vielleicht war das, dass ich dieses... Das Flashlight wegwerfe. Und jetzt kann ich mit Shela reden. Wisst ihr denn, wo das ist, das Hotel? Du weißt es nicht. Es ist ein international geführtes... Oder international bekanntes Hotel. Der Präsident Japans. bleibt dort, wenn er in ein paar Monaten uns besucht. Der Kater wird zu urteilen. Scheint, es ist ein großes Gebäude zu sein. Es ist ein guter Platz zum Evakuieren, wenn die Polizei es sichern kann. Aber wo ist es? Es ist beim Needle River, nahe der Brücke. Ich denke, ich kann uns da hinbringen mit dieser Karte. Oh, ich schaue dir diese Karte an. Okay. Das ist eine Karte. Sollten wir das mitnehmen? Ja, aber wir können nicht so ein großes Buch mitnehmen. Ich reiße einfach die Seite raus. Der Needle River, der fließt diesen Weg runter. Und das Hotel ist da. Direkt am Fluss. Okay, lass uns los, Dog. Und vergesst nicht das Schwert. Wir wollen es brauchen. Okay. Safe kann ich nicht. Aber da ist das Hotel. Was passiert eigentlich, wenn ich wieder zum Friedhof zurückkehre? Geht das? Nein. Okay. Ich habe Testbar sein. Aber gehen wir zum Hotel. Nächste Location. Ui. War dieses Hotel schon hier mein ganzes Leben lang? Was sind das für Plane? Ach, es wird umgebaut wahrscheinlich. Wie konnte es denn sein, dass ich es nie vorher bemerkt habe? Ich denke, es wird noch gebaut. Okay. Es ist noch im Bau. Okay. Scheint so, als ob die Planen da wie Segel im Sturm wehen. Aber sind sie Rettungssegel oder sind sie Piratensegel? Ja, sie sind noch nicht fertig. Sie haben noch ein paar Monate, bis es fertig ist. Es sieht sehr creepy aus. Da würde ich beipflichten. Ich bin mir sicher, dass es okay ist. Leute von der ganzen Stadt hier werden hierhin evakuiert. Ey, aber wie groß dieses Hotel ist. Stellt dir mal so ein Zombie-Hotel vor. Holy shit. Ist wie bei Dead Island. Oh, und da muss ich einmal Pause machen. Da klingelt es. So, da bin ich wieder. Für euch soll das keinen Unterschied machen. Musst du nur mal kurz an die Tür gehen. Immer, wenn man Zombie-Let's Plays macht. Also, wir gucken uns nochmal hier das Hotel an. Bist du dir sicher, dass das der richtige Ort ist? Ich sehe hier niemanden. Das ist das Central Hotel, laut der Map. Ich habe die Markierung schon hier mal gesehen. Ja, dieses gelbe Ding da, ne? Aber ich bin mir nicht sicher, wo. Okay. Ein sehr modernes Hotel. Nicht die Art von Ort, wo ich normalerweise abhängen würde, wenn es nicht gerade für die Arbeit wäre. Es ist das höchste Gebäude, das es hier gibt. Unsere Stadt hat nicht wirklich irgendwelche Wolkenkratzer. Also sind Hotels die höchsten Gebäude. Okay. So. Lass uns reingehen. Alle Türen sind verschlossen. Verschlossen? Sind wir denn zu spät? Ich glaube, ihr seid viel zu spät. Ah, Cole, schau dir mal dieses Nummernpad an. Das Schloss wird nicht öffnen, wenn wir nicht die richtige Nummer reinpacken. Die richtige Nummer? 2, 1, 6 war es, ne? Oder? Ey. Und das ist... Er sagt auch noch... Ähm... Okay. Also warte mal. Ähm, ja. Also... Ah, und jetzt kann ich die hier so durchnehmen. Mit was muss ich denn vom Look dann klicken? Die, ähm... Knöpfe gehen von 0 bis 9, wie bei einem Geldautomaten. Wenn ich mich richtig erinnere, haben Hotels normalerweise drei Nummern für sowas. Also... Use. Okay, wieso kann ich denn das Look nicht wechseln? Move kann ich. Use hätte ich gerne. Password. Okay, ich muss Move machen. Und Password jetzt. Alles klar. 2, 1, 6. Kein Satz, ob es geöffnet ist. Ja, das war keine Zimmernummer, sondern es war der Code für die Tür. Ey, und jetzt nehme ich mir ein Stück Papier und Stift, weil ich hatte jetzt Glück, dass ich mir das gemerkt habe. Sonst hätte ich nochmal Pause machen müssen und mal checken müssen, was es ist, weil das ist ja mega fies, ne? Ich konnte den Zettel nicht mitnehmen, weil er gesagt hat, ich merke mir das. Das ist der Charakter. Aber er hat sich nicht gemerkt. Ich musste mir das merken, ne? Ohne ganz fies hier. Okay. Ich schreibe auch nochmal hier 2, 1, 6. Als ob wir das uns so gemerkt hätten. Die Nummer war nicht für einen Raum, sondern der Code für die Tür. Beide ich. Oder lass uns beeilen. Lass uns reingehen, bevor irgendwas Schlimmes passiert. Erinnere mich jetzt hier an den... Das ist wie das Gebäude bei Police Notes, ne? Wo wir dann ein gutes Stück von der Story verbracht haben. Cole sagt, ist das hier vorne der Empfang? Das ist ein bisschen creepy, aber wenigstens ist der Strom noch da. Das Terminal zeigt den Status jedes Stockwerks. Er sagt in Benutzung. Er scheint so zu zeigen, welcher Stockwert gerade verfügbar ist. Also das zweite und das dritte. Only the second and third floors. Oder der erste und zweite Stock. Er hat geschossen natürlich. Ja, man muss ja immer umdenken von den Ami-Sachen aus. Also das ist die Tür, wo wir reingekommen sind. Es scheint so, als ob du rausgehen kannst, ohne einen Code einzugeben. Safety first, denke ich mal. Nur ein großer Pfeiler hier. Sie sind normal in solchen Hotellobbys. Da ist das ein... Okay, ja, das ist ein Aufzug. Wir sollen vorsichtig sein. Da sind vielleicht ein paar Zombies drin. Ja, ist egal. Der Aufzug hat nicht darauf reagiert, dass ich den Knopf gedrückt habe. Vielleicht haben sie das Gebäude oben noch nicht fertig. Ja, vielleicht auch deshalb das hier, dass nur wirklich das erste und zweite Stock, also second and third floor, bereit sind. Also Terminal zeigt den Use. A bit of strange. Also es ist merkwürdig, dass es hier einen Empfang gibt. Und einen Computer, wo das Hotel noch gar nicht hoffen ist, nicht so merkwürdig. Das Gebäude sollte vor Monaten aufmachen. Und das ergibt Sinn. Okay. Move. Äh, go. Okay, ich kann gar nichts von denen. Dann muss ich noch mehr gucken. Ohne den Aufzug müssen wir die Treppen benutzen. Die haben sie doch sicher fertig. Die Treppen sind direkt neben dem Elevator. Ich hasse die Treppen. Ach, ich habe schon immer die Treppen gemacht. Kann ich jetzt schon raus? Nein. Äh, doch. Warte mal. Move. Noch nicht. Also es blinkt hier nicht mehr. Da sind Use. Oh, was schaust du dir an? Der Pfeiler, da ist was. Oh ja, guck mal da unten in der Ecke, ne? Was ist das? Das Glas ist hier sehr dick. Ich denke, es könnte Kugeln aufhalten. Ohne den Code wären wir hier niemals drin. Das ist alles hier kugelsicher. Wer auch immer das gebaut hat, ist paranoid wie die Hölle gewesen. Also, hm. Ähm, jedenfalls kommen keine hier rein, der nicht reinkommen sollte. Das war welch? Hier beim Pfeiler hatte ich geklickt. Na, das ist nur meine Vorstellung. Okay, gleich sims to be bulletproof. Was ist mit dem Pfeiler? Okay, also. Komm, Leute. Ich habe doch ein nicht Load. Obwohl, ich könnte hier ein Save machen. Mal bei der 6. Aber wir saven auf allen einmal. 7. Damit wir überhaupt mal was haben. Auf der 6 haben wir gesaved. Also. Ähm. Ist das der Schacht vielleicht hier? 2. oder 3. Stock? Sind das die einzigen Level, die fertig sind? Lass uns versuchen, ein paar Überleben zu finden. Vielleicht hat es Terry geschafft. Oh oh. Terry? Ich hoffe, dass es ihm gut geht. Aber es wird ein bisschen awkward sein, wenn er hier ist. Es ist zu dunkel, um zu sehen, was hier los ist. Pass auf deine Füße auf, Doc. Er ist okay. Ich bin immer sehr vorsichtig. Das glaube ich. Also ey. Du bist doch gestolpert und hast jetzt diese Zombie-Plage sowieso mitverursacht. Auf dem Friedhof. Okay. Die Stufen sind zu Ende. Ist das der erste Stock hier? Ja. Hier ist eine Tür. Ich kann etwas hören von der anderen Seite. Seid vorsichtig. Okay. Bleib hinter mir. Holy shit. Okay. Gebracht hat das nichts. Pass auf. Die Tür. Alle, die in dieses Hotel evakuiert wurden, sie sind tot. Komm, Doc. Dieser Ort ist viel zu gefährlich für dich. Du solltest draußen warten. Nonsens. Da gibt es noch ein Stockwerk und ich werde es genau untersuchen. Ja. Der zweite Stock. Aber Sheila hat recht. Jeder, der hier evakuiert wurde, wurde getötet von den Zombies bereits. Boah. Was passiert mit dieser Stadt? Okay. Der Zombie will wieder raus. Vielleicht sollen die beide rausgehen, während ich den Rest des Stockwerkes hier untersuche. Mr. Kuga, es ist zu gefährlich. Okay, wir werden sehen, ob hier auf dem zweiten Stock irgendwelche Überlebenden sind. Niemand geht alleine. Wenn ich irgendwelche Zombies sehe, macht euch keine Sorgen. Ich werde zurückgehen, so schnell wie meine alten Füße mich tragen. Doc. Seien Sie vorsichtig. Sei vorsichtig. Also in dem dritten Stock. Second floor. Da ist nichts, wovor wir Angst haben müssen. Was für ein merkwürdiger Korridor. Ich wundere mich, ob man von hier aus den Sonnenaufgang sehen kann. Okay. Alter, ey, dieser Zombie, ey. Es ist so toll gezeichnet, ey. Es ist toll. Also. Diese Tür ist sehr sicher. Ich wette, der japanische Premierminister hier. Haben sie nicht Präsident gesagt? Aber es ist der Premierminister, ne? Der Prime Minister eigentlich. Fühlt sich wirklich sicher, wenn er reist. 2, 2, 0. Also gibt es 20 Räume. Genug von der internationalen Delegation. Vielleicht sollten sie sich ein paar Räume teilen. Ich weiß nicht, was drin ist, aber der zweite Stock, äh, der erste Stock war voll mit Zombies. Okay, also da gibt es noch Paneele. Die Korridore wurden vom Mondlicht angeleuchtet. Das ist das perfekte Setting für eine Zombie-Attacke. Das Glas ist aber wirklich sehr stark, wie auf dem, ähm, Erdgeschoss. Ja, es scheint also, als ob dieser Ort von, ähm, sogar wenn dieser Ort von Terroristen angegriffen würde, wären wir okay. Aber was ist denn mit Zombie-Terroristen? Ja. Wenn man das im Fenster sieht, kann man den Needle, äh, Fluss sehen, den River. Als ich ein Kind war, habe ich da die ganze Zeit gespielt. Aber jetzt nicht mehr. Okay. Habe ich denn? Talk, get, move. So. Also ich muss noch weiter gucken, was ist hier mit dem. Okay. Also, ich muss mit dem, mit dem mittleren Teil von Look klicken. Das ist auch nicht ganz so gutes Game Design, weil du kannst, Text kann kein Mauszeiger sein. Es sei denn, du sagst, die obere linke Ecke vom Text ist ein Mauszeiger. Aber egal. Es ist ein, äh, Two-Factor-Log hier. Also du brauchst zwei Faktoren. Es braucht eine Karte und eine PIN-Nummer. Irgendwas, was du hast und irgendwas, was du weißt. Okay. Bei dem hier auch. Ich habe keine Karte, aber was würde ich da reintun? Was ist das mittlere hier? Genau. Ich muss also zwischen, zwischen den beiden Os ist dann der Klickpunkt anscheinend, ne? Oder? Mal gucken. Okay, ja, ich muss irgendwie zwischen den beiden Os, um dann zu erwischen, was ich erwischen möchte. Ne, was ist da hinten? Der Boden. Ich kann nur ein paar Fußspuren hier ausmachen. Ja, es gibt immerhin kein Blut. Da sind einige kleine und einige große Fußspuren. Sie müssen verschiedene Leute gehört haben. Oh, die Stimme eines Mannes. Haltet an. Noch einen Schritt und wir schießen. Oh, Moment. Er ist hinter uns. Bewegt euch nicht. Seid ihr menschlich oder seid ihr einer von diesen Dingen? Wir sind hier für die Evakuierung. Was, ihr seid Überlebende? Ich habe euch fast erschossen. Ich bin Scheler. Das ist Cole und Mr. Cougar. Du kannst mich Kiel nennen. Oder Flensburg? Ich weiß es nicht. Ey, wenn der vom Namen her Kiel Flensburg heißt. Ich bin ein Detective. Na, ich war es jedenfalls. Bis das hier passiert ist. Also bis vor einer halben Stunde ungefähr. Wir sind ein Cop. Okay, den können wir siezen, oder? Dann können wir endlich mal. Das duzen wir ein bisschen komisch. Sie sind ein Cop. Gibt es irgendeine Chance, dass sie vom 16. Precinct sind? Nicht mehr. Nach all dem, was da passiert ist. Komm schon, suchen wir uns einen Nord, wo wir uns hinsetzen können. Sind sie der Einzige, der es geschafft hat? Ja, nicht ganz. Die Zombies haben fast alle gekriegt, aber es sind noch ein paar von uns über. Fürs Erste. Dann gehen wir jetzt mal. Der Rest von den Überlebenden, die sind drin. Oha. Schau dir das an. Ich habe einige Überlebende gefunden im Korridor. Wie schön, als ob sie nützlich sind. Nützlich? Natürlich sind wir nützlich. Ich war doch gerade draußen und habe keinen gesehen. Wo seid ihr hergekommen? Wir sind gerade durch die Lobby gekommen. Die Lobby ist verschlossen, um die Zombies rauszuhalten. Ich hoffe, ihr habt nichts Permanentes gemacht. Oh nein, wir haben den Passcode in der Polizeistation gefunden. Jeder war da tot, aber da war eine Nachricht, wo es hieß, dass man herkommen soll. Ah, ihr müsst mein Memo gefunden haben. Ah, das ist der Polizeichef. Ich hatte keine Zeit, das zu greifen. Die Zombies waren überall. Dutzende von ihnen. Übrigens habt ihr euren Weg in die Waffenkammer gefunden. Die Armory, natürlich. Ja, ich wurde von dem Zombie attackiert und fast... Dann habt ihr wahrscheinlich bemerkt, dass es da kaum Waffen gab. Das ist, weil wir sie alle hierher geschleppt haben. Okay, das ergibt Sinn. Also musst du der Chief des 16. Precincts sein. Ja, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Ich bin Richard Grease. Oder Gre? Ne, das ist nicht Franzose. Ich bin Richard Grease. Aber die meisten Leute nennen mich einfach Chief Ghoul. Was? Fragt mich nicht, was das bedeutet. Ich habe es von meinem ehemaligen Chief geerbt. Sozusagen. Ich habe es von ihm bekommen. Ich habe... Das haben wir gehört. Okay, er ist also Chief Ghoul. Aber wie Ghoul? Vielleicht wird er selber ein Ghoul. Das muss... Ja, das muss ein Vorzeichen sein. Ich bin Ghoul. Das sind Shayla und Dr. Kuga. Gibt es wirklich nur sechs weitere... Insgesamt sechs Überlebende? Ist das alle, die es geschafft haben? Es scheint so, aber diese sechs haben einen unerbittlichen Krieg gegen die Untoten geführt. Hoffen, dass sie mehr Überlebende finden oder wenigstens die Toten rächen können. Es ist ein schwerer, dankloser Job. Also, es hört sich so an, als ob ihr schon seit Monaten hier im Krieg seid ein bisschen. Es hat doch gerade so eine halbe, vor einer Stunde angefangen. Aber gut. Als Überlebende, was ist da noch über? Was ist mit euch drei? Wir könnten mehr Leute gebrauchen, die fähig sind. Okay, der Typ, der die Beine überschlagen hat. Diese Loser. Wir haben dich hier zum Verantwortlichen gemacht und du willst sie rekrutieren. Ray, sie haben bis hierhin überlebt. Außerdem, welche Wahl haben wir? Wir sind hier kein Wohlfahrtsverein, Sally. Das sind unsere Leben, über das wir hier sprechen. Wirst du wirklich diesen Arschlöchern mit deinem Leben anvertrauen? Oder deinem Leben anvertrauen? Ray und Sally, ne? Es scheint, als ob sie ein paar Probleme hier dann auszuräumen haben. Wir tun alle das Beste, was wir können. Okay, wer von denen ist denn jetzt Sally? Ich hätte jetzt an die da unten links gedacht. Aber Sally kann ja auch vielleicht ein Nachname oder ein Spitzname sein. Kann vielleicht der Glatzkopf da sein auf der rechten Seite. Wir tun alle das Beste, was wir können. Zeigt auch ein bisschen Menschlichkeit. Das ist das Einzige, was uns trennt von den Zombies. Das Beste machen, was wir können. Wir sollen versuchen, diesen lebenden Friedhof irgendwie verlassen zu können. Nicht einfach hier herumzuhängen und darauf zu warten, dass wir sterben. Und wie willst du das machen, Ray? Diese Dinger sind überall. Keine Autos, keine Flugzeuge, keine Züge. Willst du einen Zombieschauffeur irgendwie anheuern? Was auch immer. Cool. Was sollen wir machen? Uh. Uh. Kann ich speichern? Ah, ich würde das Quid gerne probieren mal. Ah, ich würde das Quid gerne mal probieren. Wann haben wir das letzte Mal gespeichert? Als wir da unten waren, ne? Ähm. Falls das Game Over sein soll und ich weitermachen kann, dann mache ich kurz Pause. Ich spüle bis wieder hierhin. Ich habe ja ein Save da gemacht, ne? Ich mache Quid. Bin ich sicher. Vielleicht hat Ray recht. Vielleicht sind wir nicht fertig. Äh. Vielleicht sind wir nicht bereit. Siehst du? Er ist ein Feigling. Ich mache es. Okay, gut. Das war also keine richtige Wahl, sondern einmal, um dem falschen Stolz nochmal irgendwie vorschieben zu können. Äh. Wir wissen eure Hilfe zu schätzen. Ich bin mir sicher, dass ihr drei, ähm, erschöpft seid. Ihr solltet euch ausruhen. Sally. Ähm. Gib ihnen ihre Pistolen, ihre Karten. Okay, hier. Oh, eine Granate, eine Karte und eine Pistole. Äh. Euer Ruhm ist 2022. Hier ist eure Karte, eure Pistole und eine Granate. Also für uns alle eine insgesamt, ne? Äh. Äh, ziel das Ding nicht, äh, auf etwas, was du nicht zerstören willst. Das ist nur für die Toten. Wir haben ein paar Operationen, die wir, ähm, wo wir kurz davor sind, sie anzufangen. Wenn ihr Leute hier in 30, wenn ihr Leute in 30 Minuten hier im, äh, Meeting Room sein können, dann können wir euch gebrauchen. Wir sind alle ein Team. Wir haben verschiedene Meinungen, aber wir sind Menschen, die versuchen, am Leben zu bleiben. Vergesst das nie. Okay, cool. Lass uns ein bisschen ausruhen. Ja, ich brauche eine Pause. Ja, das ist unser Raum. Sie haben uns, äh, den Amnesten zu den Treppen gegeben und den Zombies. Okay, also Use. Bekalt. Ich glaube, es funktioniert so. Warum versuchst du das in die Wand zu stecken? Hö. Okay, warte mal. Okay, ah, ich muss es erst mal angucken. Und dann Use. Okay, jetzt können wir rein. Yo, Cole. Was war denn die Nummer? Oh, hey. Ist das Sally? Sheila, geh schon mal durch. Ich bin da in einer Sekunde. Ja, ich verstehe. Hey, du kannst mich Nose nennen. Okay, das ist nicht Sally. Okay. Ich habe was, was ich dir erzählen muss über Ray. Das ist doch kein Problem. Hoffe ich, oder? Den Typen da? Es ist Rays alte Freundin. Sie ist auf dem zweiten, auf dem ersten Stockwerk. Ich bin, ähm, da hingegangen, um mich um sie zu kümmern. Aber als ich ihr in die Augen geschaut habe, ich konnte es nicht tun. Nose, sie ist ein Zombie, oder sie ist, da kannst du nichts mehr tun. Ah, ich weiß es. Aber sie trug noch diese Halskette, die ihr, äh, Ray gegeben hat. Und ich habe angefangen zu weinen. Das ist nicht, das ist nicht richtig, weißt du? Und jetzt habe ich Angst, darunter zu gehen. Was, wenn es nochmal passiert? Was würde ich Ray sagen? Aber wie soll Ray nachts schlafen? Es ist die erste Nacht. Er hat noch nie geschlafen jetzt hier. Ähm, nachts schlafen, wenn er weiß, dass seine Freundin nur ein paar Stockwerke drunter ist und Leuten das Hirn aussaugt und frisst. Ich kann dich nicht bitten, das zu tun, aber wenn jemand auf den zweiten, zum ersten Stockwerk gehen konnte und die Dinge erledigen kann, akzeptiere. Überlass die Zombies auf dem zweiten Stockwerk mir. Danke, Mann, das bedeutet mir die Welt. Und Ray, wir haben alle so viel verloren. Und dann übrigens, Cole, ist das deine Freundin? Oh, Sheda, ja, es ist kompliziert. Äh, wenn du es nicht zurückschaffst, darf ich es mal bei ihr versuchen. Wenn ich es nicht zurückschaffe, Nose, kannst du machen, was auch immer du willst. Sorry, dass ich dich das machen lasse, Cole, ich bin ein schlechter Typ. Ah, vielleicht, aber ich habe mich ja bereit erklärt. Wenn das alles vorbei ist, dann kaufe ich dir einen Big Dog beim Golden Boys Big Dogs, wenn es den noch gibt. Ich freue mich drauf. Nose scheint tough zu sein, aber innen drin ist er ein Mensch wie wir alle anderen auch. Okay, ich habe Ja gesagt einfach. Das ist kein Luxusraum, das ist nicht mal ein Economy Room, ne? Sie waren wirklich noch nicht fertig, das Ding hier zu öffnen. Okay. Geben wir also sechs. Machen wir sieben. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, jetzt wo wir die anderen, den anderen Überlebenden hier, wo wir dazugekommen sind. Was ist, wenn wir sie enttäuschen? Wenn wir zurückgekehrt werden, nachdem wir den ersten Stock untersucht haben, dann werden wir nie diese Leute gefunden. Ah, und das ist das Heiztuch, was ich für Shelas Geburtstag gekauft habe. Ich kann mich erinnern, dass sie gelächelt hat. Es sind sechs Monate seitdem, aber sie trägt es immer noch. Zu meinem Geburtstag hat sie mir Jeans geholt. Okay. Der Doktor hat ein bisschen Blut drauf. Wenn ich in Docks Schuhen stecken würde und ich das Serum entwickelt hätte, dann würde ich mich auch sehr schlecht fühlen. Ihm scheint es ein bisschen besser zu gehen. Es ist nicht gut, zu lange auf depressiven Gedanken herumzuhocken. Sogar, wenn sie wahr sind. Okay. Sheila, ich bin froh, dass wir mit den Leuten hier zusammenarbeiten. Es ist besser, dass wir sterben, wenn wir unseren Gegnern ins Gesicht sehen, anstatt wegzulaufen, solange sie noch ein Gesicht haben. Dieses Hotel ist ein guter Spot, um sich zu verschanzen. Die Türen und das Glas sind super stark und es ist viel sicherer als die Straße. Habt ihr noch mal an Essen oder sowas gedacht? Ich weiß, aber seid vorsichtig. Es dauert nur eine Sekunde und eins von den Dingern könnte dir dein Hirn rausreißen. Hey, ich bin der, der ihren Schwachpunkt entdeckt hat. Ja, du und alle Leute, die Zombie-Geschichten geschrieben haben. Meine Verteidigung ist immer oben. Ich weiß, aber ich mache mir immer noch Sorgen um dich. Danke, aber auch wenn es die Zombies hier rausschaffen, gibt es keinen Weg, dass sie durch die Tür kommen. Was hast du zu sagen? Cole. All das hier ist auf einem bestimmten Weg meine Verantwortlichkeit. Ich würde gerne mit dir gehen, um zu helfen, nur ein bisschen. Dr. Kuga, sie können verletzt werden. Du könntest verletzt werden. Ja, ich denke, aber ich bin okay, wenn ich mich auf mich selbst verlasse. Ähm, Nonsens, ja? Ich werde dich nicht vor mir sterben lassen, junger Mann. Ähm, denk an mich, als ob ich dein Bodyguard... Stimmt, du hast ja dein Ninja-Schwert hier, dein Samurai-Schwert. Da ist es ja. Ist du bereit für ein bisschen Zombie-Jagen? Ey, der Doktor, der die Zombies erfunden hat, ist mit dem Katana hier unterwegs, ey. Okay, aber lauf nicht in irgendetwas einfach rein. Wenn du ein Zombie siehst, geh zurück und wir werden herausfinden, wie wir uns darum kümmern. Okay, ich werde das schaffen. Der Mann, der uns zum Treffen, äh, zum Meetingraum gebracht hat. Ich, ähm, komm nicht umhin zu sagen, dass ich ihn... Ich glaube, ich hab ihn schon mal gesehen. Detective Kiel, Detective Flensburg. Vielleicht, ähm, hat er mal angerufen bei deinem Apartment oder so? Vielleicht. Das ist wahrscheinlich nicht so wichtig. Es ist wahrscheinlich sehr wichtig. Wenn man vom Teufel spricht, ist, glaube ich, Zeit, dass wir zum Meetingraum zurückkehren. So, was wollte der, ähm, gruselig aussehende Mann? Auch Nose, er wollte sich entschuldigen für Ray. Ray, ah ja, der, ähm, streitsüchtige Typ im Meetingraum. Ja, er scheint so, er hat seine Freundin verloren. Sie ist auf dem ersten Stock und sie trägt immer noch die Halskette, die er gegeben hat. Deswegen ist er so schlechter Laune. Das ist ja schrecklich. Ich weiß, ich hab Nose gesagt, ich will versuchen, Ray zu helfen. Es muss schrecklich sein, zu wissen, dass seine Freundin nur ein Stockwerk weg ist und so herum stolpert. Nose, äh, er klingt wie eine gute Person. Aber warum kümmert sich Ray nicht drum? Es ist doch sein Problem. Du kannst, oh, oh, da werden wieder, ey, das ist bestimmt auch alles vorbereiten, ne? Puh, ach, ach, die arme Schäler. Ich glaube, da passiert nachher was, ne? Du kannst den Typen nicht fragen, dass er seinen Liebhaber, äh, seinen, ja, seinen Liebhaber umbringt. Hab doch ein Herz, ja? Du würdest mich doch nicht erschießen, wenn ich ein Zombie wäre. Ich glaub, sie würde mich sofort erschießen. Oh, wirklich? Oh, Nose hat gesagt, dass du echt süß bist. Ah, ich mag ihn jetzt schon mehr. Okay, das muss Sally sein. Keine Angst, ich bin gleich wieder zurück. Okay, und Sally war die Dame. Die war auf der anderen Seite neben der, ähm, Polizistin da vorne. Cole, bist du bereit, ähm, dich, äh, auf die Arbeit zu machen? Okay. Wenn ich keine Freundin hätte, dann würde ich drüber nachdenken, Sally nach einer Verabredung zu fragen. Normalerweise machen, äh, Brillen jemand, äh, macht eine Brille erst, dass jemand tough ausschaut. Aber Sally, die, äh, scheint, äh, ansprechbar zu sein. Ich wundere mich, was sie, äh, was sie getan hat vor diesem ganzen Verrückten, was gerade passiert ist. Es ist kein Weg, ähm, es gibt keinen Weg, dass sie einfach nur eine Sekretärin ist. Okay. Wir reden. Okay, seid ihr bereit dafür? Absolut, diese Zombies werden nicht wissen, was ihr erwischt habt. Ja, der, äh, der Bau des ersten Stockwerks ist nicht ganz fertig, also passt auf. Ja, die Toten könnten überall sich verstecken. Er ist die gleiche Nummer an, äh, Räumen wie auf diesem Stockwerk? Nicht ganz, ja. Der ganze, ähm, das ganze Stockwerk ist für Konferenzen und für Businessmen gedacht. Es gibt nur fünf Räume und wir wissen, ähm, dass es mindestens vier Zombies gibt. Nur vier? Das klingt ja nicht so schlecht. Seid, äh, geht bitte sicher, dass ihr jeden einzelnen Zombie eliminiert, ja. Es gibt, ähm, es dürfen keine von ihnen hier in diesem Hotel über sein. Verstanden? Es wird keine geben. Wenn ihr es wieder zurückschafft, dann, ähm, macht, ruht euch nochmal aus und morgen, ähm, holen wir uns ein paar Supplies. Und dann gibt's, ah, ähm, auf der Straße gegenüber gibt's dann einen Supermarkt, der aber auch bestimmt schon alles voll ist, Leute. Das ist erst die erste Nacht, das sind erst ein paar Stunden losgegangen. Wir haben noch keinerlei Planung, die wir machen können. Verstanden? Heute, zweites Stockwerk, ähm, morgen der Department Store. Sie hätten es vielleicht ein bisschen so machen müssen, dass es jetzt nicht die eine Nacht ist, wo wir flüchten. Wobei, vielleicht ist das der Hintergrund der Geschichte, dass wir es bis zum Morgengrauen sozusagen schaffen. Das ist ja immer ein ganz gutes Vehikel für sowas. Aber ich hätte es vielleicht verstanden, wenn sie sich verbarrikadiert hätten, ja, für ein paar Tage im Haus von Cole und Danz flüchten müssen und dann auf der Polizeistation sind und wir diese, diese Zerstörung sehen. Weil dann ergibt das so ein bisschen, das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an 28 Days Later, wo wir irgendwie, ja, das sind nicht mal drei Wochen, wo die Welt untergegangen ist, wo London irgendwie von Zombies geworden ist. Und alle, alle Anstand und alle Art von sozialen Begebenheiten sind auf einmal weg, als ob die schon seit Jahren irgendwie Fledderer wären. Also, ja. Aber gut, ähm, morgen zum Department Store. Wir zählen auf dich, Cole. Ich bin mir sicher, dass du einen guten Job machst. Also, wir drei sollen erstmal wirklich das komplette Stockwerk da unten säubern und ich und der Doktor? Wirklich? Und die anderen helfen mir nicht? Cole, wie war's? Ich hab mich freiwillig erklärt, den ersten Stock zu räumen. Morgen werden wir ein bisschen Essen vom Department Store gegenüber von der Straße holen. Und dann, Cole, bist du bereit? Goodbye, Sheila. Ich verspreche dir, ich bin bald wieder zurück. Ihr beiden, seid vorsichtig. Es scheint so, als ob die Zombies, die hier waren, jetzt weg sind. Ja, sie müssen in einem dieser Räume sein. Sei vorsichtig, Doc. Okay. Gott, oh Gott, oh Gott. Also, wieder verschiedene Räume, die wir uns angucken müssen. Also, da gibt's Blute auf dem Boden. Die Zombies scheinen hier irgendwo gewesen zu sein. Gibt's da einen Zombie? Diese Türen sind sehr dick. Ich kann überhaupt nicht hören, was da drin ist. Allerdings haben sie noch keine Schlösser installiert. Okay, es sind fünf Räume, haben sie gesagt. Hier, eins, zwei, drei, vier. Wobei, der Gang da hinten... Hier gibt's keine Tür. Das ist zu dunkel, um zu sehen. Oh, und ich hab nicht das Flashlight mehr, ne? Okay, gehen wir zuerst wieder hier rein. Holy Shit! Ich glaube nicht, dass hier ein Zombie ist. Was ist... Wie? Okay. Also, wer hat sie denn aufgehängt hier? Was gibt's da? Scheint wie eine normale Box. Ich schau mir erstmal alles drumherum an. Vielleicht soll ich mir genau anschauen, was das ist. Cole, diese Box wurde zugenagelt. Vielleicht haben sie die Materialien noch nicht gebraucht. Ja, wenn man's richtig bedenkt, die all diese Boxen sind, ähm, zugenagelt. Keine von denen könnten benutzt werden, um sich zu verstecken. Cole, sei vorsichtig. Selbst wenn sie nicht in diesen Boxen sind, die Zombies können irgendwo sein. Okay. Cole, sei vorsichtig. Okay, auf dem Boden sammelt sich das Blut der hängenden Frau und ihr Arm liegt da. Sie ist hier schon seit einer Weile. Das Blut ist trocken. Es ist nur trockenes Blut. Gut, ich hab mehr von dem gesehen, als ich am letzten Tag noch gedacht hätte. Es gibt keine, ähm, Fenster jetzt noch hier. Und die nächtliche Luft und das Mondlicht kommen hier rein. Äh, ich kann aber jetzt schon sagen, selbst wenn es nicht fertig ist, es hat sehr viel Geld gekostet, das zu bauen. Cole, pass auf. Okay, dann gucken wir. Doch, diese Frau wird sie aufwachen. Ich glaube nicht. Die Zombies, ähm, scheinen solche Fallen nicht aufbauen zu können. Denn sie werden von ihrer allumfassenden Lust nach Gehirnen konsumiert. Okay, und kann ich mir ihren Arm angucken? Aber worum hängt sie dann wieder? Glaubt ihr, glaubt nicht, oh. Ja, ich glaube, das ist kein Grund. Wisst ihr, was ich denke? Ich denke, sie war eine Leiche. Also sie ist gegessen worden und, ähm, oder angegriffen worden, wurde umgebracht. Ähm, und dann haben sie die Überlebenden hier aufgehängt, damit sie quasi wie so eine Art Lockvogel für Zombies ist, ne? Also, es ist egal, wir sollten sie erstmal runternehmen und uns, ach, vielleicht ist das keine gute Idee, Leute, äh, und dann darum kümmern, äh, wer es gemacht hat. Cole, wir müssen erst den, ähm, das Stockwerk hier clear in. Es scheint herzlos, aber wir können uns noch nicht in Sicherheit wiegen. Oh ja, du hast recht, Doc. Okay, also, ja. Mir haben ja gesagt, hier gibt's ein bisschen nackte Tagsachen zu sehen, ne? Das ist ja auch ein Zombie-Splatter-Spiel. Go. Leave. Okay, es scheint merkwürdig, äh, friedlich hier zu sein. Ich wundere mich, äh, ob sie froh ist, dass sie kein Zombie geworden ist. Bis jetzt ist noch nichts Böses passiert, aber hier waren bereits Zombies. Okay. Oh. War da noch nicht drin. Oh, shit. Oh, da! Shit, pass auf, Cole. Ah, das ist die Freundin. Das ist die Freundin, das Necklace hat sie. Holy shit. Es ist Rays Zombie-Freundin. Ach, äh, ist total durch den Wind, seitdem er weiß, dass sie hier ist. Cole, es hat uns gesehen. Es ist keine Zeit, jetzt zu reden. Cole, nein! Fuck, was hab ich getan? Das zu, ähm, verdienen. Game over? Oh, okay. Ich dachte, es war jetzt wieder... schießen wir sie in den Kopf, ne? Okay. Okay. Oh, warte mal. Vielleicht kann ich einfach nur das, ähm... Vielleicht kann ich einfach nur das Necklace greifen. Okay, also ich werde sofort mit dem schießen. Es wechselt sofort auf die Pistole. Ah, durchs Auge vielleicht. Durchs Auge. Oh, nein. Fuck, was hab ich gemacht, um das zu verdienen? Okay. Das andere Auge. Sonst muss ich erstmal andere Räume gucken. Also, okay, sie anzuschießen, ist nicht das Richtige. Dann lass ich die Zeit mal ablaufen. Wenn's auch nicht ist, dann gehen wir erstmal in die anderen Räume. Aber shit, ja. Ich wollte währenddessen, während die Zeit abläuft, mal auf andere Items, äh, oder auf andere Buttons klicken. Aber natürlich war das falsch. Trial and Error, ne? So wie bei der echten Zombie-Klage. Go. Gut, jetzt lass ich's einfach. So, mal sehen, was passiert. Vielleicht kann's ja nicht ausgehen. Zeit ist durch. Okay, nichts passiert. Okay. Ich wüsste nicht, ob ich da auf ein anderes Körper zeile oder so. Dann gehen soll, aber dann gehen wir erstmal in die anderen Räume. Aber da muss ja noch ein anderer Zombie sein, ne? Ein männlicher Zombie, wenn ich mich nicht irre. Oh, ich dachte, ich hab was gesehen, als ich die Tür geöffnet habe. Aber jetzt ist der Raum leer. Kannst du was sehen, Doc? Nein, ich kann nix sehen. Es könnte sich überall verstecken. Also kein Blut auf dem Boden. Vielleicht sind Zombies hier nicht reingekommen. Vier Zombies sollen hier sein, ne? Zwei haben wir da, obwohl... Ja... Also wir haben die Tote gesehen, die hing. Die war ja kein Zombie. Die Freundin von Ray ist ein Zombie. Aber den Typ, den sie gegessen hat, gilt ja als Zombie. Ich glaub, das sind vier Personen. Und dann haben wir drei von den vier Personen jetzt schon gesehen, ne? Es gibt nichts in diesem Karton. Überall Feinstaub. Ey, das ist ja eine Toolbox, ne? Vielleicht ist ja was Gutes da drin. Hast du was gefunden? Ich bin nicht sicher, wie man es öffnet. Ah, es ist jetzt offen. Und, was ist da drin? Es sind einige Tools. Ein Hammer. Ein Spanner ist, glaub ich... Ein Schraumschlüssel, oder? Oh, beeil dich. Die Zombies sind noch da. Ey, wie der Doktor mit dem... Katana da steht, ey. Ja, ich weiß, äh, Doc. Äh, ein Nagel, einige Schrauben. Oh, Cole. Pass auf, Doc. Fuck, es ist weggelaufen. Wann ist das für eine Art Zombie läuft denn weg? Doc, warte. Halte ein. Ich rufe eine Ambulanz. Nein. Ich... Hol dich hoch. Sie werden sich um dich kümmern. Cole, es ist schon zu spät. Oh, ist das das Ende für den Doc? Habe ich nicht versagt? Es ist noch nicht vorbei, Doc. Wir werden diese Wunden behandeln und dann wird es dir gut gehen. Ich werde dich retten. Cole, das Serum verteilt sich wie ein Virus. Es ist schon in meinem Blut. Bald bekomme ich einen Freund von diesem Polizisten. Doc, was sagst du da? Dir wird es gut gehen. Du wirst okay sein. Also, wenn der Typ jetzt stirbt, der diese Zombie-Plage verantwortet hat, kann er sich auch nicht darum kümmern, ein Gegenmittel zu machen, ne? Es ist fürs Beste. Ich habe diese Infektion verursacht. Ich habe sie geschaffen. Es würde unfair sein, wenn ich überleben sollte. Cole, ich bin ein schlechter Einfluss auf dich. Shela, hör auf sie. Erzähl Ray, es tut mir leid um seine Freundin. Sie schien nett. Doc, bitte rede weiter. Es wird okay sein. Wenn all das vorbei ist, werden wir eine Party haben. Du kannst nicht sterben, wenn du stirbst. Was werde ich? Cole, ich habe eine letzte Bitte. Oh Gott, ich muss ihn jetzt köpfen oder so, ne? Würdest du mir meine letzte Bitte erfüllen? Alles, Doc. Ich kann fühlen, wie ich mich gerade verwandle. Könntest du mich erschießen vorher? Doc, worüber redest du? Es gibt keinen Weg, dass ich mich erschieße. Doch, ich würde es machen. Erfülle diesem alten Mann seinen letzten Wunsch. Ich will nicht, dass mich Shela so sieht. Du bist mein einziger wahrer Freund. Du verstehst das, oder? Weine nicht, Cole. Du bist ein starker Mann. Was hast du mir gesagt? Wir haben keine Zeit, um depressiv zu sein. Äh, ich verstehe, Doc. Ich werde dich im Himmel sehen. Ich werde auf dich warten. Und Shela, seid glücklich. Boah! Ich habe nicht mal selber schießen dürfen. Alter Verwalter! Puh! Oh! Hätte ich es schaffen können? Der Counter war sehr, sehr schnell. Ne? Die meisten Leute sind wirkliche Arschlöcher. Aber Doc, der hat mich immer mit einem Lächeln begrüßt. Er war ein wahrer Wissenschaftler und mein bester Freund. All seine Experimente waren Fehlschläge. Aber er hat sich nie von einer Herausforderung gedrückt. Er war der beste Wissenschaftler, den ich hier kannte. Er hat die Menschheit ausgelöscht mit der Zombie-Plage. Aber selbst nach all diesen Niederlagen hat er einen letzten Fehler gemacht. Einen großen Fehler. Und es hat die Leben vieler Leute beendet. Und es hat ihn umgebracht. Ich werde dich nie vergessen, Doc. Nicht für den Rest meines Lebens. Ich verspreche es. Wenn ich nicht hier reingekommen wäre, würde Doc nicht tot sein. Was werde ich nur Shela erzählen? Gehirne. Oh, das kommt von Raum 103. Ist das der Zombie, der Doc attackiert hat? Ich kann ihn nicht wegkommen lassen. Ähm. Wo haben wir? Auf 7 haben wir gespeichert, ne? Oh, ich kann noch nicht speichern. Okay. 1, 0, 2. 1, 0, 1, 0, 3. Nicht von da. Wo ist denn 1, 0, 3? Ist das hier? 1, 0, 1. 1, 0, 2. Das ist... Okay. Also hier ist 1, 0, 3. Aber wie kann denn 1... Achso. 1, 0, 1, 0, 3, 1, 0, 5. Gegenüber ist 1, 0, 2. Klar, wir sind im Hotel. Das ist ja Quatsch. Dass die gleichen Zimmernummern nebeneinander sind. Ähm. Es ist Zeit, dass dieser Zombie... Ähm. Eine Kugel frisst. Mit Docs Namen. Shit. Hat er darauf gewartet, mich anzugreifen? Fuck. Ich hab meine Pistole. Warte. Das ist viel zu stark für mich, um wegzulaufen. Go for the ice. Das bringt es jetzt, selbst wenn ich seine Augen hier ausdrücke. Halt... Ich glaube nicht, dass er losgehen will. Er hat mich in seinem... Äh... Äh... Er ist stärker als ich. Es ist unmöglich für mich, ihn umzubringen. Vielleicht kann ich aber weggehen. Link. Das ist der Zombie, der Doc attackiert hat. Er... Äh... Er ist weggelaufen, als ich meine Pistole gezogen habe. Und hat hier sich versteckt, damit er mich erwischt. Selbst im Police Radio Room könnte... War einer der Zombies, die gesprochen hat. Könnten sie wirklich noch irgendwer im Leben sein? Sie essen, äh... Nur menschliche Hirne. Aber... Zwei dieser Zombies haben auch, äh... Jemandes in 1 und 2 die Arme und die Beine gegessen. Vielleicht, vielleicht hatte Doc... Äh... Vielleicht lag Doc falsch. Vielleicht sind diese Dinger im Leben. So wie wir. Alles wird schwarz. Und das sind meine letzten Gedanken. Es hätte nett sein können, eine letzte heroische Sache zu machen für Shela. Aber... Ich fühle, wie meine Augen langsam... Ähm... Trüb werden. Ja? Ist da noch jemand im Raum? Noch ein Zombie? Oh! Okay. Was ist passiert? Wurde ich gerettet? Wer bist du denn? Da muss man ja vorsichtig sein, ja? Ähm... Wenn ich spät gekommen wäre, dann hätte es dich ungewacht. Lass mir ja mal raten. Das ist Terry. Oder? Okay, das ist nicht Terry. Sonst würde er ihn erkennen. Du hast mein Leben gerettet. Ich danke dir. Ich bin Cole. Bist du mit Chief Goals Überlebenden? Nein, ich bin alleine hier unterwegs. Ich schätze. Wir werden aber alle jetzt hier überleben, so wie das hier funktioniert. Es ist nur ein dummer Witz. Mein Name ist Cain. Gut, dich zu treffen. Okay. Er ist kein Zombie und er hat mir geholfen. Also schätze ich, dass wir keine Feinde sind. Aber wenn du nicht mit Chief Goal bist, wie bist du hier hingekommen? Ja, ich war nur in der Nachbarschaft. Es war aber dein glücklicher Tag, schätze ich. Okay, habe ich einen Talk? Aber schließt der Eingang nicht von alleine da unten. Diese Schlösser würden nicht mal einen Amateurjournalisten heraushalten. Selbst ein Idiot könnte alle möglichen Kombinationen in 30 Minuten... Ja, es sind ja nur... Ja, es ist schon ein bisschen bescheuert, dass es nur drei Zahlen sind. Selbst bei vier Zahlen, klar, gehen davon aus natürlich, dass jemand bemerkt wird, wenn er 30 Minuten da steht und dann Sachen eintippt in die Tür. Und 2N6 ist auch nicht allzu hoch, wenn jemand dann von vorne anfängt. Also im besten Fall irgendwie 10 Minuten oder so. Weniger sogar. Aber er hat recht. Ein Journalist? Wow, du bist in der Stadt, um den Vorfall zu melden. Dude, der Vorfall ist erst... Oder habe ich was verpasst? Habe ich was verpasst zwischendurch? Haben die davon geredet? Nee, die haben sich ja da verstanden. Dann ist Schäler gekommen, wir sind zum Polizeirevier gegangen. Wie kann denn er jetzt hier sein, um... Es müssen eigentlich ein paar Tage vergangen sein. Aber egal. Habe jetzt darüber schreiben, ich versuch den Fakt nochmal davor wegzulaufen. Oder ich dachte es jedenfalls. Was? Sag mir doch nicht, dass es schon längst zu anderen Orten hingegangen ist. Es sind so nur ein paar Stunden gewesen. Okay, dann bleibe ich doch nicht falsch. Ein paar Stunden. Hast du denn nicht die News, dir angehört? Moment, was? Meine Stadt wurde letzten Monat überfallen. Es war ein intention... Okay, ich verstehe das nicht. What? Hast du nicht die News, dir angehört? Meine Stadt wurde letzten Monat überfallen. Es waren internationale News. Hä? Was? Ich denke, ich arbeite sehr hart, aber ich hätte doch über Zombies was gehört. Ich bin nicht sicher, was ich sagen kann. Es war im Fernsehen, in den Nachrichten. Es gab Magazinen. In Magazinen wurde darüber geschrieben. Deine ganze Stadt hatte Evakuierungsvorbereitungspläne. Aber heute ist doch der erste Tag, dass Doc das Reanimations-Serum benutzt. Es gibt keinen Weg, dass die Zombies vor dem schon da sein konnten. Hast du sie überhaupt gesehen? Hast du die Zombies gesehen, die deine Stadt angegriffen haben? Sie haben die Geburtstagsparty meiner Schwester angegriffen. Meine ganze Familie war da. Okay, ist das ein Zeitparadoxon oder sowas hier? Holy shit, kann ich vielleicht in der Zeit... Okay. In einem Moment wurde so ein glücklicher Anlass in ein Blutbad verwandelt. Ich habe es rausgeschafft, aber wenn ich daran zurückdenke, ich war der Einzige, der über war. Ich habe alles verloren. Deswegen habe ich geschworen, dass ich den Mörder finde, der dafür verantwortlich ist und ihn will ich nur umbringen. Ja, da kommst du ein bisschen zu spät, leider. Okay, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Wie war es? Mein Freund Doc Cougar, der ist tot im Raum 105 in diesem Hotel. Er ist der Mann, den du suchst. Er hat das Reanimationsserum geschaffen. Reanimationsserum? Du meinst, der Mann, der das getan hat, der Mann, der meine ganze Existenz gestohlen hat, der ist bereits tot. Es war ein Unfall. Er hat es an einer Katze probiert und diese Katze hat einen Kopf umgebracht, einfach so direkt die Halsschlagart durchgetrennt. Und er hat versucht, den Kopf wieder zurückzubringen und er wusste nicht, was passieren wird. Wenn man das Serum Tieren gibt, dann läuft es in ein paar Minuten aus. Er war sich sicher, dass es das Gleiche für Menschen ist. Es hört auf. Du meinst, die Zombies würden einfach wieder aufhören und tot umfallen? Das ist das, was der Doc dachte, aber die ganze Stadt ist schon überlaufen. Es scheint wesentlich schneller sich zu verteilen, als wir dachten. Oder als es dann ausgeht. Aber er hat gesagt, ich war die erste Person, die er jemals von dem Serum erzählt hat. Er wollte es ankündigen, wenn er wusste, dass es sicher ist. Vielleicht hat er dich einfach angelogen, Cole. Vielleicht hat er es bereits an Menschen ausprobiert. Und Doc hat nie gelogen. Er war nur sehr beschreit. Vielleicht haben wir die Zombies gar nicht erfunden, oder? Vielleicht haben wir auch die Zombies erfunden. Oder es ist ein unglücklicher Zufall, oder so. Selbst als er diesen Kopf umgebracht hat, hat er gesagt, er will sich selbst stellen. Wenn Doc an Menschen experimentiert hätte, dann wüsste er, dass man Zombies in den Kopf schießen muss. Achso, er wüsste, dass man Zombies in den Kopf schießen muss. Er ist fast gestorben, als er das Ding angeballert hat. Eins von den Dingern. Und dann, wenn dieser alte Mann irgendwas geplant hat, dann hoffen wir, dass es mit ihm gestorben ist. Es ist ein grässlicher Ort hier. Kannst du dich nicht an irgendein merkwürdiges Verhalten erinnern? Irgendwelche ungewöhnlichen Pläne? Na, der Doc war nur der Doc. Er hat nichts geplant. Wirklich. Wer selbst weiß noch über das Serum und Dr. Kuga? Nur ich und Shayla. Sie wurde hier reingezogen, weil sie spät von der Arbeit zurückkam. Du hast nichts deinen neuen Freunden erzählt? Nein, noch nicht. Einige von denen. Ich glaube nicht, sie könnten nicht vertragen, dass Doc verantwortlich war dafür. Cole, vielleicht erzählst du erstmal auch niemanden über dieses Serum. Vielleicht sogar nie. Es wäre das Beste für alle. Es tut mir leid, dass es so gekommen ist, aber danke für die Info. Ich werde mich weiter umsehen. Ich gehe wieder in den Schaut, wenn ich was finde. Oh ja, ich verstehe. Kane ist ein wirklicher Held. Ich wünschte, ich könnte wie er sein. Es tut mir leid, Doc, aber ich muss jetzt los. Shayla wartet an mich. Du verstehst doch, oder? Cole, geht's dir gut? Als du spät dran warst, habe ich mir Sorgen gemacht. Es ist sehr viel passiert. Also wir haben jetzt die Halskette nicht holen können, ne? Oder war das was Optionales? Und der Doc ist gestorben? Uff. Vielleicht sind das verschiedene Wege, die man gehen kann, ne? Das ist ja auch schließlich so ein Adventure. Hm. Okay. Ich sollte sie alleine lassen. Ich würde nicht wissen, wie ich... Der ist dir besser gegangen. Wenn ich über Doc rede, macht das vielleicht... Das lässt es uns beide weinen. Cole, dein... Dein Hals, er ist voller Male. Ja, ich habe einigen Ärger gehabt. Ärger? Wo ist Dr. Kuga? Sind ich mit dir mitgegangen? Shayla? Doc. Sie haben ihn. Was? Er ist tot? Was zum Teil ist passiert? Wir haben einen Raum untersucht und ein Zombie kam von hinten auf Doc zu. Sag mir nicht, das ist ein... Das muss ein Witz sein. Es tut mir leid. Ich wünschte, es wäre eine Lüge. Doc und alles andere. Weil ich zu lange gebraucht habe, um den Raum zu untersuchen. Nicht Dr. Kuga. Das fühlt sich für mich so an, als ob es was Optionales ist jetzt hier. Also wir haben... Ich save gleich nochmal. Ich lade mal, um es zu probieren. Er hat das alles nicht verdient. Shayla, warum hast du... Warum hast du ihm nicht geholfen? Ich habe es versucht, aber der Doktor war schon infiziert. Wenn es nicht wegen ihm gewesen wäre, dann wäre ich jetzt tot. Er hat mein Leben gerettet. Also hast du sein Leben für seins getauscht. Hast du dein Leben für das von ihm getauscht. Doc wollte sich selbst wieder gutstellen. Er dachte, dass dieses ganze Desaster seine Schuld ist. Er war immer ein guter Mann. Er war auch Shayla, wirklich. Na gut. Er hat mich wie seine eigene Familie geliebt. Ich habe jetzt auf der 8 gesaved. Ich will es mal probieren. Ich habe ja sehr wenig Zeit gehabt, den Zombie zu erschießen. Okay. Also 7. Merken wir uns, bei der 7 haben wir es gespeichert. Move. Go. Hier war das. Also. Enchecked. Die Toolbox. Okay. Wir probieren es gleich mal. Ich hatte irgendwie so 5 Sekunden nur oder so, ne? Fuck. Er ist weglaufen. Welcher Zombie läuft weg? Okay. Also das war es nicht. Aber ich könnte auch zu langsam gewesen sein. Irgendwie die Zeit läuft ab. Mal gucken, ob wir wieder zu dem... Weißt du es irgendwie schneller machen? Okay. Ah, ich kann Enter gedrückt halten. So. Okay. Ich muss wohl das Go machen. Ich habe einfach gedrückt. Oh. Da war es auch also. Der richtige Weg. Okay. Okay. Also nicht einfach gedrückt halten. Ich musste Think. Ich muss das nochmal mit dem Laden machen. Der Go4Eis war das das letzte Mal. Kick war das das letzte Mal. Think. Okay. Okay, das ist es. Ich muss da so lang genug denken. Ich probiere das noch einmal. Aber du musst... Bis hierhin, um nochmal zu laden. Oh, hier war ich aber auch noch nicht. Ein kalter Wind guckt hier durch. War zu sehen, aber hier gibt es Blutspuren auf dem Boden. Was sind all diese Boxen? Die sehen komisch aus. Jeder wartet auf uns. Muss ja eine Möglichkeit geben, auch die Halskette zu holen, ne? Seien es, als ob es Cloudy wird. Kann ich wenigstens nicht. Ey, keiner versteckt sich hier. So, warte mal. Ich möchte hier mal wirklich ein bisschen was ausprobieren. Also bin ich hier gerade reingegangen. Okay, das war der Raum, wo wir dann den... äh... lief. Wo wir nachher mit... unserem neuen Freund zusammenkommen. Okay, es gibt zwei Zombies. Sie haben uns noch nicht bemerkt. Jetzt ist wieder eine gute Zeit, sie zu treffen. Okay, jetzt der andere. Weggesplattert. Doubled Headshot. Sie werden keinen mehr ärgern. Diese Leute haben menschliches Fleisch gegessen. Okay, das waren die, von denen wir vorhin geredet haben. Ich war aber gar nicht in dem Raum hier drin, ne? Deshalb hat mich ein bisschen die Konversation ein bisschen verwundert. Keine, sie wirklich nicht ums Gehirn gekümmert zu haben. Ja, die Zombies. Wurde dazu getrieben, weiter die Leiche zu essen, nachdem sie das Hirn beendet haben. Vielleicht evolvieren sie. Ja, ist noch ein bisschen japanisch rüber. Kann nicht schlafen, bis all diese Dinger tot sind. Die zwei werden nie jemanden wieder... ...führen. Das ist jetzt leer. Irgendwas gefunden. Nur Müll. Auch mal ein bisschen Fastfood-Verpackung. Ja, ich glaube, alles okay hier. Ist das wirklich nur Müll? Ein paar Acryl-Teller. Also Müll. Einfach nur Pappe. Zwei Zombies, die wir umgebracht haben. Es war kein Timer hier, ne? Aber ich hatte einmal geschossen. So, wir machen mal... Also, Safe war der am Anfang. Und der war hier danach. Wir beginnen mit der Eins wieder. So ein bisschen aus... Ja, das ist ein bisschen ausloten, ne? Das ergibt schon Sinn, hier was zu machen. Also, ähm... Look, kann ich da noch was machen? Get ist hier auf jeden Fall nicht. Also, zwei. Dann bleibt noch der eine, der Doc nachher umbringt, eventuell. Plus die Dame. Gut, dass die Zombies ihn nicht gesehen haben. Wenn sie uns beide auf einmal angegriffen hätten, dann wäre schlecht geworden. Da war die Dame. Hängt sie da. Jetzt rockenes Blut. So genagelt. Okay, also... Es kann sein, dass ich wirklich nicht den exakten Punkt erwischt habe mit der Frau von... Ähm... Das kann es nämlich sein. Deshalb... Also, hier ist keiner. Okay, so far nothing has happened. Wir haben zwei erwischt. Eins hatten wir gespeichert, ne? Muss es ein paar Mal probieren. Zwischen die Augen vielleicht. Okay, ja! Zwischen die Augen! Ey, aber... Nur weil ich den exakten Punkt nicht erwischt habe... Schau dir das an, ne? Jetzt, weil... Ich weiß, wie Nose sich fühlt. Auch wenn sie jetzt ein Zombie war. Da war immer noch was über. Wir mussten schießen, ja? Ja, sobald du ein Zombie geworden bist, dann gibt es kein Zurück mehr. Es ist nur die Güte, dass man solche Kreaturen von ihrem Leid befreit. Ich habe die Stirn genau getroffen und die Austrittswunde hat ihren Kopf hinten komplett zerstört. Das ist der Anhänger, den Ray ihr gegeben hat. Sie trägt ihn auch nachdem... Ähm, sie... Ein Zombie geworden ist, sollen wir es Ray wieder geben? Nein, das war ein Geschenk. Lass es bei ihr. Aber da scheint ein Foto drin zu sein. Ein Bild von Ray. Hier sieht er echt hübsch aus. Wenn ich doch noch nie das Serum gemacht hätte. So viele Unentschuldige Leben sind zerstört. Wie Oppenheimer vor mir bin ich der Druck geworden. Oppenheimer war die Atombombe, ne? Doc. Also wir lassen das. Das gehört hier. Ohne ein Hirn wird dieser Zombie nie wieder sich bewegen. Weißt du, dass du heißt? Ja, das ist der Körper, den Rays Freundin gegessen hat. Das Serum, das der Doc erfunden hat, ist wirklich die Hölle. Es bestraft die Toten und die Lebenden. Sein Hirn guckt raus, wenn Rays Freundin den Typen nicht gefunden hätte, dann hätte sie uns vielleicht angegriffen. Ähm, sie war so jung. Ach, das ist toll, dass es solche Spiele gibt. Dieser Typ, er hat eine Mutter, eine Familie, Leute, die ihn geliebt haben und nun schaue ihn dir an. Okay. Ich habe bis schon viele geöffnete Schädel gesehen, ja? Aber ich werde mich nie daran gewöhnen, hoffe ich. Okay. So. Jetzt trägt sie immer noch den Anhänger ihres Freundes. Ich wundere mich, ob sie sich an ihn erinnert hat. Doc, was ist denn mit diesem Look jetzt hier? Also Blut on the floor. Ein Zombie. Wir haben diesen Raum geschaut, der war leer. Wir haben die zwei Zombies da umgebracht. Wir will hier nochmal reingehen. Haben wir Rays Freundin gefunden. Wo kann der letzte dann sein, ne? Okay, vielleicht... Einer ist ja noch übrig. Das müsste der sein, der Doc dann umbringt. Ich muss das irgendwie schaffen. Das ist irgendwie machbar. Da ist es wirklich nicht die Zeit, sondern das Timing. Ach, dieses Spiel ist mal fertig. So. Go. Ich habe jetzt gesehen, dass ich die Tür geöffnet habe. Es könnte sich hier... Leer. Noch nicht. Und die Toolbox extra so attraktiv. Wenn man direkt gucken möchte. Okay. Okay. Ah, er hat ihn da schon gebissen, ne? Er ist weggelaufen, aber... Hm. Guck mal, er beißt ihn schon. Sobald wir an der Tür sind. So geht der Texte nicht so schnell weg hier. Ja, noch können wir nicht laden. Ich werde das einmal nochmal machen mit dem Laden. Und dann arbeiten wir uns da wieder durch. Kick. Und das letzte war Think, ne? Wieso geht denn das jetzt so langsam? Mit dem Text. Singt vorher noch richtig schnell mit dem Text. Okay. Kann ich wieder zurück? Nein. Also der Dog wird... Er wird schon in dem Moment gebissen. Sobald wir da durchgucken. Also ist vielleicht nicht zu vermeiden, dass er stirbt. Mensch. Mensch. Okay. Also. Ähm. Look. Coolbox. Also sobald er guckt. Guck mal. Und da seht ihr gleich die Bewegung. Er ist schon am Schädel dran vom Dog. Bevor ich überhaupt was machen kann. Jetzt. Zack. Was geht denn jetzt hier? Guck mal, wie er da knabbert. Dog, pass auf. Fuck, er ist weggelaufen. Welcher Zombie läuft weg? Ja. Egal, wie gut ich versuche zu zielen. Wir bleiben dabei. Also der Dog. Den Dog hat's gefetzt. Mein Freund. So. Jetzt können wir aber mal drüber nachdenken, was... ...der Typ gesagt hat. Es ist schon seit Monaten. Was soll das so bedeuten? Kann es sein, dass hier... Also vielleicht hat er wirklich der Dog hier parallel was erfunden. Oder wir denken nur, er hat's erfunden. So. Vielleicht denken wir nur, er hat's erfunden. Und aber... Jemand müsste ja was von dieser Zombie-Plage gemerkt haben. Go for ice. Ready kick. Und think. Den geht's. Okay, und jetzt kommt's schön von hinten. Zack. Jawoll. So erse ich das. Okay, ich bin Cole. Also. Talk him. Also ja, er sagt ja jetzt wieder das mit den... ...mit den Monaten. I work pretty hard. Also. Der Dog ist jetzt tot. Ähm. Wir haben immerhin... Na, jetzt sind alle Zombies tot hier. No? Jetzt sind ja wirklich alle tot. Wir haben die zwei in dem Raum erwischt. Wir haben die Schwester erwischt. Ja, die Schwester sag ich schon. Wir haben die Freundin von Ray erwischt. Plus jetzt den hier. Kane. Also seinen Namen wieder vergessen. Irgendwas muss mit Terry auch nochmal sein. So. Und jetzt gehen wir wieder automatisch zurück, ne? Oh, das ist viel passiert. Also das hatten wir ja auch. Trouble. Was ist mit Doktor? Doktor ist tot. Was ist passiert? Was ist passiert? Nein. Der Doktor, der Arme. Er ist doch... Er ist... Er ist doch so unschuldig. Warum hast du ihm nicht geholfen? Ich hab versucht zu machen, was geht meine... ...meine Liebe. Ich hab mich geliebt wie Familie. So. Safe. Jetzt machen wir... In der Eins hatten wir das. Sieben, acht. Jetzt können wir bei der Zwei bis Sechs. Das kann ich machen. Zwei. Move. Go. Wir haben mich wie in Familie geliebt. Verstehe ich Schielers Gefühle. Es ist meine Schuld, dass Dok gestorben ist. Ich hätte vorsichtiger sein sollen. Schieler hat Dok immer geliebt. Und jetzt hab ich sie beide enttäuscht. Ich hab sie schon weinend vorsehen, aber sie war noch nie so traurig. Ist mir leid, Schieler. Schieler, bitte weine nicht. Es ist nicht deine Schuld, Cole. Mach dir keine Schuldgefühle. Oh ja, du hast mit Nose gesprochen. Als du mit Nose gesprochen hast, hast du mit Dr. Kuga diesen Schlüssel gegeben. Ein Schlüssel? Zu was? Ich bin mir nicht sicher, aber es schien ihm sehr wichtig zu sein, dass ich ihn habe. Wichtig? Was könnte denn Wichtiges an einem Schlüssel sein? Ich wundere mich, ob er wusste, dass er nicht wieder zurückkehrt. Und das Katana haben wir auch nicht mitgenommen, ne? Schieler, ich glaube, ich hab diesen Schlüssel schon mal bei Docs... Also, ich hab diesen Schlüssel mal bei Docs Haus gesehen, aber ich weiß nicht mehr wo. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendein Schloss bei Doc gesehen habe, wo das hinpasst. Vielleicht sollen wir zu seinem Haus gehen und herausfinden, zu was dieser Schlüssel gehört. Aber das, was mir Sorgen macht, erscheint so, als ob er nicht verantwortlich für das ist, letzten Endes. Worüber redest du? Nachdem Doc gestorben ist, wurde ich von einem Zombie angegriffen. Ich wäre gestorben, wenn er nicht dieser Journalist namens Kane wäre. Ein Journalist? Ist er mit den Überlebenden im Hotel? Nein, er ist nur vorbeigekommen. Er sagte, dass diese Stadt vor einem Monat angegriffen wurde, aber Doc hat gesporen, dass er niemandem von diesem Serum erzählt hat, außer mir. Das Serum wurde im Geheimen gemacht. Also, wie könnte es Kane statt infiziert haben vor über vier Wochen? Vor einem Monat? Ich weiß nicht. Ich hab nichts darüber gehört. Niemand hat darüber geredet. Ich wundere mich, ob News über sowas rauskommen würden, ob es eine Panik geben würde. Vielleicht konnten sie das nicht im Fernsehen sagen. Wenn ein neuer Freund nicht gelogen hat, dann macht vielleicht jemand außer Dr. Kruger das Serum. Ich glaube ihn, aber das Timing kann kein Zufall sein. Jemand anders macht das gleiche Serum und veröffentlicht es einen Monat, bevor es Doc macht? Wenn du das so sagst, schauen wir uns ein bisschen. Terry war es vielleicht, weil er hinter unserer Affäre gekommen ist und uns damit rächen wollte oder so. Terry, Terry ist der Böse. Wenn du es so sagst, wobei es wir sind, die die Affäre haben, fuck, es scheint ein bisschen verrückt für mich zu klingen. Ja, aber ich muss die Wahrheit herausfinden. Ich werde noch weiter untersuchen. Morgen. Aber für heute brauche ich erstmal ein bisschen Schlaf. Und da liegen wir. Wir und unsere Brustwarzen. Dr. Kruger. Ich wundere mich, ob es da irgendwas war, was ich hätte machen können. Am Morgen werde ich dich Kane vorstellen. Cole, lass mich nicht alleine. Ich will nicht, dass du weggehst und nicht mehr zurückkommst. Ich werde okay sein. Du musst dir um mich keine Sorgen machen. Ich hab Doc versprochen. Ich hab Doc versprochen, nicht einversprochen. Ich hab Doc ein Versprechen gegeben, dass ich am Leben bleiben werde. Docs letzte Worte waren, dass wir glücklich sein sollen. Ich wundere mich. Oh, Moment. You will need to change discs. Aha, Ctrl-Alt-D. Okay, dann müssen wir gleich die Discs wechseln. Hier in Dropbox. Ctrl-Alt-D. Okay, read me for help. Gut, dann machen wir das gleich mal. In einem Moment. Okay, ja. Ich hab den ganzen Tag geschlafen. Es wird wieder dunkel. Mann, ich muss wirklich müde gewesen sein. Ah, mein Hals fühlt sich an, als ob er versucht, mich umzubringen. Ah, Moment. Meine Maus natürlich wieder. Es riecht wie Regen heute. Sheila ist schon unterwegs. Ich wundere mich, wo sie hingegangen ist. Da gibt es eine Notiz. Ich bin später aufgewacht. Ich gehe zum Store, um da Essen zu holen, bevor es dunkel wird. Ich werde bald zurück sein. PS, ich leih mir deine Pistole. Sheila. Sheila lässt es klingen, als ob es eine ganz normale Sache wäre. Wie schafft sie es, so ruhig zu bleiben? Okay, es regnet heute. Wenn man zu lange dem Sound des Regens zuhört, dann trägt es dich weg. Zuerst kühlt der Regen alle Dinge, aber wenn er aufhört, dann wird alles wieder heiß. Das Bett war nicht sehr komfortabel. Die Matratze ist wie eine Stahlplanke, aber soll es nicht ein Luxushotel werden? Es gibt nur ein Bett im Raum. Ich wundere mich, wo es hergekommen ist. Aber das Kissen, das war sehr weich. Ja, wenn nur die Matratze so komfortabel wie das Kissen gewesen wäre. Ich hätte aber kein Problem zu schlafen. Ich war so müde. Ich habe über nichts geträumt. Wenn wir auf die Straßen gucken, gibt es da nicht viele Menschen. Es sind nur Zombies. Die Stadt ist der einsamste Platz auf der Welt. Ich kann einige Gebäude sehen, die nah dran sind, aber wenn da jemand drin ist, dann machen die da nicht gerade viel. Okay. Gut. Ja, Sheila. Ist das so eine gute Idee? Ich sollte raus in den Gang. Ist das ein Telefon? Wer? Wer ist das? Oh, du hast das Telefon in die Hand genommen. Das ist Sally. Guten Morgen, Sally. Da gibt es ein Meeting im Meeting-Room. Jeder ist da. Willst du nicht kommen? Ein Meeting? Oh ja, ich werde gleich da sein. Ich muss den Leuten einige Sachen erzählen. Wir warten auf dich. Sally klingt ziemlich relaxed. Vielleicht geht es heute ein bisschen besser mit den Sachen. Vielleicht ist Sheila ja schon im Meeting-Room. Ich hätte Sally fragen sollen. Also er macht sich keine Sorgen. Oh, das ist aber eine schöne Farbe hier. Nun, wo gehe ich hin? Meeting-Room 2.20 bin ich hergekommen. Ich gehe also zum Meeting-Room. Am Telefon klang es, als ob jeder im Meeting-Room drin ist. Ne. Weniger. Da fehlt auch jemand von denen, ne? Die blonde Frau, die da vorne links war. Und Sheila ist nicht hier. Cole, geht es dir gut nach gestern? Ja, ich werde überleben. Also Nose ist ein weichherziger Typ. Er ist der, der mich gestern nach Ray gefragt hat. Bevor ich mit Nose geredet habe, schien Ray ziemlich intensiv drauf zu sein. Aber ich glaube, jetzt verstehe ich ihn. Es war Sally, die mich angerufen hat. Sie ist sehr gut beim Organisieren von Sachen. Gestern wurden wir fast von Kiel erschossen. Ähm. Äh. Ja, wenn er nur ein bisschen schreckhafter wäre. Oder wir mehr wie Zombies ausgesehen hätten. Dann hätten wir sterben können. Und Chief Goal war der Kopf des 16. Precinct. Er scheint sehr vorbereitet zu sein für all das. Ein Whiteboard. Da steht noch nichts. Ein guter Tisch. Okay. Cole, du wolltest reden? Ja, was für eine Arbeit hast du gemacht vor alledem? Ich? Welche Arbeit? An was für eine Arbeit denkst du? Ja, du trägst Brille. Vielleicht warst du eine Lehrerin. Ja, fast. Ich war eine Personal Trainerin. Das erklärt, warum du so doch alles bei dir hast. Wenn ich hier, ähm, ich nehme meine Brille ab, wenn ich bei Klienten bin. Es sei denn, ich muss was lesen. Was hast du gemacht? Oh, ich habe, äh, ich war Anstreicher. Ja, so Wände und Zeug. Und ich habe Papierarbeit erledigt. Und nun, wenn all das vorbei ist, dann ruf mich an. Ich kann bestimmt was finden, was dir wesentlich mehr Geld bringt für wesentlich weniger Schwitzi. Ja, dafür bin ich, äh, immer zu haben. Streichen, äh, saugt, ja. Es ist hauptsächlich mein Boss, der nicht gut drauf ist. Sagt, da war doch eine andere Frau, die hier gestern gesessen hat. Oh, das ist Kathy. Sie hat eine schwere Zeit, sich, ähm, anzupassen. Sie ruht sich in ihrem Raum aus. Wenn du die Zeit hast, kannst du ja hingehen und sie ein bisschen, ein bisschen, ähm, fröhlicher stimmen. Ist das so? Fröhlich, auf welche Art. Aber gut. Jedenfalls ist kein Zombie ihr bisher hinterher gestiegen. Die Mitglieder dieser kleinen Gruppe scheinen gute Leute zu sein. Das stimmt. Chief Cole hat Erfahrung, ein Anführer zu sein. Also wird er mit einem Plan aufwarten, der die Stärken aller Leute benutzt. Kill ist auch sehr fähig. Er ist gut mit einer Pistole. Und in einer Situation wie dieser ist es ein sehr guter Skill, den man haben sollte. Und wir kennen Snows. Er ist warm und gütig. Warmherzig und gütig. Ich war ein bisschen ängstlich ihm gegenüber zuerst, bevor ich seine wahre Natur bemerkt habe. Ray scheint ein bisschen unstabil, aber ich glaube an ihn. Er war der Erste, der nach einer Handwaffe gefragt hat. Ich denke, er muss sich etwas beweisen. Und er wird kein Nein als Antwort akzeptieren. Ist er, ähm, hat er dich angebaggert? Hat er das, ja? Aber wir sind jetzt vorbei. Ich hoffe es. Es war, glaube ich, alles nur ein ehrliches Missverständnis. Moment. Aber wie hat er, wenn er sie angebaggert hat? Gerade wenn seine Freunde... Ach, vergessen wir es. Sally, ähm, worüber redest du denn? Ach, nichts. Äh, vielleicht sollten wir nicht dieses Gerücht verbreiten. Es wird nur die Gruppe stören. Behalte es für dich und es wird niemanden, ähm, ablenken. Meine Lippen sind versiegelt. Also solltest Kathy angucken. Ihr Raum ist 2.13. Ich bin vor einer Weile dahin gegangen. Ich bin sicher, dass sie froh ist, dich zu sehen. Ich schaue, ob ich dahin kann. Aber mach nichts Komisches, okay? Na, ich weiß nicht, worüber du redest. Ganz kassi. Äh, aber es wäre das Beste, wenn du da nicht involviert wirst. Ich denke, wir werden okay. Wir sind ja alle Erwachsene hier. Okay, also mit ihr haben wir geredet. So, ja, okay. Also ich dachte, ich kann jetzt mit allem nacheinander reden. Das ist hier Hairstyle. Vielleicht war sie vor dir mein Model. Nein, sie ist natürlich ein Personal Trainer. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die alle hier zur Polizei gehören. Oh, Cole. Und ruf mich an, wenn du irgendwas hörst. Okay. Ah, jetzt kann ich mit den anderen. Damit wir ein bisschen durchwatschen. Yo, Cole. Ich habe gerade den zweiten Stock mir angeguckt. Du hast ja gute Arbeit geleistet, nachdem ich neu geladen habe. Ah, danke dir. Sorry um den alten Mann. Ich habe seine Leiche da unten gesehen. Das ist rough. Ja, als ich gesehen habe, dass er zu einem Zombie wird, hat er mich angebettelt, es zu beenden. Ich verstehe, Mann. Der Shit ist einfach alles in die Binsen gegangen, ja. Es fühlt sich an, als ob wir nie wieder zurückkehren können nach Hause. Daheim? Nach Hause? Doc ist zu Hause? Was zur Hölle redest du überhaupt? Er ist ungefähr, achso, ungefähr meine Größe, aber er zieht sich wesentlich besser an. Ich denke, wenn du ein Detektiv bist, hast du ein bisschen mehr Geld für Kleidung. Detektives sind immer in Fashion, Kiel würde auch auf ein Magazin darauf passen. Auch auf dem zweiten Stockwerk war meine Pistole fast nicht genug. Wenn Doktor und Kay nicht da wären, dann wäre ich Geschichte. Der alte Mann hatte eine Kugel in die Stirn bekommen, oder nicht, Cole? Ja, nachdem der Zombie ihn erwischt hat, hat der Doc mich darum angebettelt. Es hat sich an, als ob das tough war. Ich verstehe, wie du dich gefühlt haben musst, aber du hast das Richtige getan. Also, was für eine Art Untersuchung hat der Mann gemacht? Ich denke, es war hauptsächlich Krebszellen. So, Behandlung, Diagnose, diese Art von Sachen. Ach, kein Grund, ich sah ihn in diesem weißen Kittel mit all den Blutflecken drauf. Ich hatte ein bisschen Angst, dass er ansteckend sein könnte. Und was ist mit dem Mädel, was bei dir war? Was ist mit dir passiert? Sie ist zum Department Store gegangen, um Essen zu holen. Ich glaube, sie wird bald wieder zurück sein. Ich war vor kurzem draußen, aber ich habe sie da nicht gesehen. Und auch keine Zombies. Aber ich hatte ein paar frische Bloody Fox Gang Tags gesehen. Okay. Ich hätte Ray darüber fragen sollen. Hä, Bloody Fox, was ist das? Warum sollte Ray... Ach, du weißt es nicht? Ja, früher waren Ray und ich bei so ein paar richtig Hardcore Typen. Sie haben sich die Bloody Foxes genannt. Okay, und was? Ja, diese Typen sind tough. Sogar wenn die Zombies... Ähm... Und jetzt auch, wenn sie sich verstecken mit den Zombies. Diese Typen sind fast genauso schlimm. Verstecken? Worüber redest du? Ich weiß nicht viel, aber es scheint so... Während des Tages verschwinden die Zombies alle irgendwo hin. Und sie sind dann sehr schwer zu finden und zu eliminieren. Okay? Okay, was? Aber gut, es ist auch davon ausgehen, dass das schon länger passiert. Du kannst ja keine Beobachtungen anstellen, ob sie am Tag verschwinden, wenn das jetzt der erste Tag ist. Da war irgendwas über Kiel, dass, äh, Doc sich, wo sich Doc Sorgen gemacht hat. Weil, das ist nicht von Kiel gesagt, er ist ein verdächtiger Typ. Es ist eine Sache, die mich stört? Nein, Kiel könnte verdächtig Doc gegenüber sein. Oh ja, Doc hat gesagt, dass er dich irgendwo gesehen hat vorher. Ja, ich war ein Sicherheitsmann. Oder ich hab, ähm, die Straßen patrouilliert für lange Zeit. Aber ich würde mich daran erinnern, jemanden im Laborküttel gesehen zu haben. Vielleicht hat er mich gesehen und ich kann mich nicht daran erinnern. Ja, das ist es wahrscheinlich. Was ist mit den anderen Überlebenden? Ich kann den Chief für lange Zeit. Er hat sich immer um seine Untergebenen gekümmert. Sally organisiert, sie ist wirklich ein Genius da drin. Sie behält all diese Nummern und Pläne in ihrem Kopf. Und dann spuckt sie aus, ähm, sie sieht aus, wann immer wir sie brauchen. Nose war mal im Militär. Es ist ein bisschen errötend, aber er hat, äh, mal mein Leben gerettet, als dieses ganze Ding angefangen hat. Dabei zählt es niemanden. Ray, ne, er ist ein Arschloch, aber er liebt es, Zombies zu töten. Ich kann nur für mich selbst sprechen, aber ich denke, jemand sollte auf den Typen achten. Kathy scheint in einer Minute okay zu sein und dann hat sie Angst, ähm, die Pistole zu benutzen im Anderen. Ich glaube, ähm, sie ist aber gerade dabei, nicht so an, nur dabei, sich an diese Sache zu gewinnen. Ich hoffe, du hast was Vernünftiges darüber, davon gelernt. Ich glaube, du wirst hier ganz gut reinpassen. Okay. Schreib mir Bescheid, einmal Move. Wir gehen die Leute einmal durch. Und Nose, wir haben das gemacht, was du wolltest. Hey, Cole, tut mir leid für die Sache, die ich, ähm, um die ich dich gestern gebeten habe. Was, einen Big Dog zu essen, nachdem wir hier fertig sind? Ich werde dich daran erinnern. Hey, das würde ich um nichts in der Welt verpassen wollen, ja? Ähm, wenn der leckere Saft der Hot Dogs dir das Kinn runtergleitet, ist das das Nächste, wie ein Mensch an den Himmel kommen kann, Narren. So, Nose. Ich habe gehört, du warst in der Armee. Ja, ich war in der Armee, aber... Ein Consentious Objector. Okay. Wie auch immer. Das kenne ich leider nicht, aber er hasst Gewalt auf jeden Fall. Ist das, wo du diese Muskeln alle her hast? Hey, du hast selbst ein paar Muskeln. Wie hast du überhaupt diese, diesen Quadrizeps aufgebaut? Ach, sie kommen mit dem Job, ja? Ich habe in der, ähm, im Bau, auf dem Bau gearbeitet, ja? Und dann bin ich jetzt, äh, Maler geworden. Jeden Tag habe ich schwere Sachen rumgetragen, es hat meinen Rücken nicht gut getan, aber es hat mich ziemlich stark gemacht. Ja, ich habe auch solche Jobs gemacht, aber ich habe mir gedacht, wenn ich wirklich stark werden möchte, dann muss ich dem Militär mich anschließen. Ja, und wenn dir, ähm, äh, hier am Malkanister und Bretter diese Muskeln dann gemacht haben, stell dir mal die Muskeln vor, ähm, wenn du Tanker und, äh, Panzer und Kanonen herumträgst. Ja, ich wäre wahrscheinlich sehr stark, wenn ich das machen würde, das ist nur natürlich. Was denkst du über die anderen Überlebenden? Scheint wie eine gute Gruppe, ich habe ein bisschen, ich mache mir ein bisschen Sorgen über Ray, aber ich glaube, er wird okay sein, da gibt es eine Schwäche. Ja, das ist wahrscheinlich Kathy, oder, ne? Du kennst den Chief, oh, nein. Er ist ein guter Leader und er hat auch den Willen, alle zusammenzubringen, dass sie alle am gemeinsamen Ziel arbeiten. Oh, aber die wahre Stärke hier ist Sally, ja, sie hält alles am Laufen. Sie macht's, äh, sie stellt sicher, dass, äh, alles auch gemacht wird, was gemacht werden muss. Wenn wir sie nicht hätten, dann wäre das eine, ein großer Verlust für die Gruppe, vielleicht sogar tödlich. Wow, du glaubst, Sally ist so wichtig? Ich habe nur das Gefühl, dass ohne sie wären wir alle, ähm, wirklich vor großen Problemen. Ich habe das Gefühl, also diese Art von Gefühl, wenn jemand dein Leben rettet, weißt du? Außerdem, sie ist ziemlich hot, ja, also viel zu hot für mich, aber sie ist hot. Ich habe gehört, dass du Kills Leben gerettet hast vorher. Aha, habe ich das? Ich kann mich nicht daran erinnern. Das war ziemlich, äh, wild alles gestern. Also, bin mir sicher, dass das passiert ist. Aber wenn du über all diese Sachen dann Buch führst, dann wird das dich irgendwann nur runterziehen. Jeder versucht nur sein Bestes. Das ist alles, was ich weiß. Okay. Lass uns mit Ray reden. Lass uns mit dir alle mal kennenlernen. Ui, der sieht, der sieht ja auch ein bisschen fies aus, aber brauchst du was? Oh ja, was für ein einschüchternder Typ. Es tut mir leid wegen gestern, ich habe mich nicht so gut gefühlt. Aber mach dir keine Sorgen, ich habe kein Problem damit. Alles gut zwischen uns? Ich habe ein paar Fragen, wenn es nicht zu viel ist. Für mich? Ja, schieß los. Aber du warst meiner Gang, oder? Ha? Du warst nicht mal die Hälfte davon. Ich war, ich bin böse geboren worden. Soll du vorsichtig sein? Nein, ich will, dass Ray nicht wütend auf mich wird. Was denkst du über die anderen Überlebenden? Ja, nochmal sehen. Goal ist der Anführer hier. Auch wenn ich ihn nicht gewählt habe, ich kann keinem Kopf vertrauen. Also okay, Ray kam nicht aus der Polizei. Also es ist kein Ex-Gang-Mitglied, das bei der Polizei ist, aber er ist ein Gang oder gehört vielleicht sogar zu diesen Hells Angels oder wie die hießen. Die Gang, ne, denke ich mal. Aber ich wurde schon mal verknackt und er ist wirklich rein. Also, wem werden die Leute am ehesten vertrauen? Kilo Nose scheint okay zu sein. Diese Leute können sich um sich selbst kümmern. Ja, und Nose hat sich Sorgen um dich gestern gemacht. Der Typ? Ach was. Was ist mit den anderen Überlebenden? Sally hat alles beisammen. Ja, und denk nicht daran, sie anzutatschen. Ja, sie liebt mich. Hast du verstanden? Okay, kein Problem. Du bist anscheinend ein sehr beliebter Typ. Und so wie Sally gesagt hat, er hat den falschen Eindruck. Und was ist, und das Mädel, das neben mir saß gestern, das ist Kathy. Du und sie, ihr würdet euch wahrscheinlich gut verstehen. Sie versteckt sich immer in ihrem Raum. Ich bin mir nicht sicher, dass ich Dating-Advice von Ray mir irgendwie holen sollte. Das ist alles, was ich weiß. Ich danke dir. Dann bleibt nur noch der Chief. Und dann gucken wir nach Kathy. Chief Cole. Cole, ich habe ein Gerücht über dich gehört. Geht's dir gut? Ah, mir geht's gut. Also warum habt ihr euch diesen Ort ausgesucht? Ich meine, ein Hotel, das noch gerade fertiggestellt wird, wäre nicht meine erste Wahl für eine Evakuierung. Es war wichtig, einen Ort sich auszusuchen, wo nicht viele Leute sind, sodass wir es verteidigen können, wo wir drin leben können. Und sicher, dieser Platz war ideal. Es wurde mit Sicherheit, oder im Namen der Sicherheit hier, gebaut, sodass fremde Staatsträger oder Billionäre, Trillionäre, das wäre Billionärs, wären Trillionäre auf Deutsch, oder? Million, Billion, eine Milliarde. Billionäre, nee, Milliardäre, Billionäre ist Milliardäre, du musst einen zurückgehen, wenn du ins Deutsch umrechst. Ey, erst das mit den Stockwerken und dann das hier, ey. Also, fremde Staatsoberhäupter oder Milliardäre, die nicht sich Sorgen um ihre Sicherheit machen müssen. Du magst es nicht bemerkt haben, aber das Glas hier ist schusssicher und bombensicher. Sogar eine Granate könnte es nicht zerstören. Ich sehe, dieser Ort ist wie eine Festung, die wie ein Hotel aussieht. Oder ich habe eine Geschichte gehört. Hast du Rays Girlfriend gefunden auf dem zweiten Floor? Ja, der Zombie hat immer noch den Anhänger getragen. Ich bin mir sicher, dass sie es gewesen ist. Es ist so, es tut mir leid, dass du dich um sie kümmern musstest. Ich weiß, wie du dich fühlst. Vor Jahren hat meine Tochter sich den Drogen hingegeben. Sie ist eine Gang, ja, wieder diese Gang, ja, dann bei einer Gang gewesen. Und sie wurde wütend und gewalttätig. Eines Nachts habe ich eine Gruppe von Drogendealern konfrontiert in einer Gasse. und einer von denen hat eine Pistole gezogen. Ich habe sie erschossen und es war meine eigene Tochter. Oh, du hast deine eigene Tochter erschossen? Ja, sie war high auf Höhenfliegern. Ich wusste nicht mal, ob sie mich erkannt hat. Sie sagen, es braucht fünf Jahre für einen Süchtigen wieder in ein normales Leben zurückzukehren. Damals habe ich gedacht, vielleicht, wenn ich sie alleine lasse, aber... Ach, es war nichts anderes, was ich hätte machen können. Wenn ich sie nicht erschossen hätte, dann hätte sie die Pistole auf mich gerichtet und geschossen. Oder sie hatte sie schon gerichtet, sie hätte mich erschossen. Wenn ich mir Ray angucke, dann sehe ich mich selbst. Ich weiß, wie sehr das weh tut. Also jeder hat eine tolle Geschichte. Aber ich danke dir. Es scheint es Ray besser zu gehen. Ich glaube, Ray und Sally könnten eine Verbindung formieren. Das bezweifle ich fast. Ray und Sally, ich dachte, sie hassen sich. Ray ist nicht der, der lange Zeit herumweint. Ich denke, er ist jemanden, auf den wir uns verlassen können. Ich bin froh, das zu hören. Ich danke dir, Cole. Ich arbeite noch in unserem nächsten Plan. Ich lasse es dich wissen, wenn wir unser Ziel später haben. Verlass bis dahin bitte nicht das Hotel. Ja, ich verstehe. Kannst du nicht mal jetzt nach deiner Freundin fragen? Ich arbeite noch in unserem nächsten Plan aus. Ich sage dir Bescheid. Ja, I understand. Okay. Dann, wir waren bei zwei, ne? Okay, go. Dann gehen wir zum Raum von Cathy. Oh. Meeting Cathy 220. Cathys Raum ist da drüben. Es ist Cole. Kann ich reinkommen? Ja, es ist offen. Hast du denn was an? Ein bisschen was. Ah, nett dich zu treffen. Geht's dir denn? Du bist der Junge von gestern. Cole war es, ne? Das stimmt. Es tut mir leid. Ich bin nur ein bisschen nervös. Das ist okay. Ich bin Cathy. Es freut mich, eine andere normale Person zu treffen. Sie sieht ziemlich Street-Style aus. Ich denke, ich habe in einem Magazin gelesen, das bedeutet, dass sie gerne tanzt und Sport betreibt. Du hast ein süßes Gesicht. Vielleicht sind wir lang verlorene Zwillinge. Mach ihr Haar. Es ist hell und offen, wie eine vertrauenssürdige Person es haben würde. Scheint so, als ob sie und ich viel gemein haben. Wenn das vorüber ist, sollten wir uns weitersprechen. So, wenn du... Du bist die Schöne und ich bin der große Dumme. Okay. Es ist traurig, dass ein süßes Mädel wie du gegen die Untoten kämpfen muss. Okay, okay. Also, all die Schmeichelei hier. Ich hoffe, das stelle ich nicht, wenn ich frage, aber jetzt, wo du es erwähnt hast, wie alt bist du? Ähm, man sollte das ja Mädchen nicht fragen, aber ich bin 20, ne? Und wenn ich schätze, bist du 24? Ah, das ist gut geraten. Das würde ich wahrscheinlich auch sagen. Ja, ich sehe, wahrscheinlich sind wir doch keine Zwillinge. Sehen wir genau gleich aus, oder was ist los? Ich bin froh, dass du zu diesem Hotel gekommen bist. Da ist niemand hier wie du. Ja, ich meine, jeder hier ist nett. Zuerst dachte ich, dass Noah ein bisschen angsteinflößend ist, aber er ist ein richtig guter Typ. Vielleicht würdest du das nicht sagen, wenn du alles über ihn wüsstest. Kennst du ein paar Geheimnisse? Also, was für eine Arbeit machst du, bevor ich Zombies erschossen habe und in den Kopf geschossen habe? Ach, ich war nur eine Kellnerin in einem kleinen Café nah bei der Bahnstation. Ja, sie versucht fröhlich zu sein, aber ich kann sagen, dass sie depressiv ist. Dieses Mädchen, was mit ihr? Weil sie ist deine Freundin, ja? Schäler? Ja, wir sind seit einiger Zeit, gehen wir miteinander aus. Also, ist... Okay. Ist der Name meiner Rivalen Schäler? Glaubst du, ich habe eine Chance gesehen? Alter, ich habe sie schon in der Tasche und ich habe noch nichts gemacht. Ich weiß nicht mal, wie ich aussehe. Oder habe ich mich mal gesehen jetzt hier? Wir gucken ja aus der Ego-Perspektive. Ich habe sie schon in der Tasche. Ich habe das gar nicht beabsichtigt. Ah, definitiv. Wenn ich dich, als ich das erste Mal gesehen habe, bin ich von meinen Beinen fast gefegt worden, okay? Also, so eng scheint die Beziehung mit Schäler auch nicht zu sein. Ach, sag doch nicht solche Dinge. Deine Freundin könnte die falsche Idee bekommen. Ich könnte die falsche Idee bekommen. Ich hatte recht. Du bist eine gute Person, Cole. Verlier das nicht. Ist das eine gute Person, die jemanden angriffen, wie seine Freundin gerade in der Zombiestadt Essen holen geht? Eine gute Person wie du sollte sich nicht in jemanden wie mich verlieben. Ah, das ist doch ein wenig errötend. Ich bin nicht so gut und du bist nicht so schlecht. Ich meine, dein Lächeln ist fast schon genug, um mich diese albträumerischen Zeiten vergessen zu lassen. Da merken wir vielleicht ein bisschen so, wo die Entwickler was für Spiele, die vorher gemacht haben. Die waren nämlich wesentlich unanständiger als das hier. Ist das? Ja, zuerst hatte ich Angst, aber Chief Cole hat mich gefunden. Und ich denke, jetzt gibt es eine Chance, dass wir das alles gemeinsam hier schaffen. Aber dieses Lächeln, das ist eine Illusion, Cole. Ich lächle nur, weil ich an andere Leute glaube. Stärkele Leute, wie dich und Chief Cole. Cole, ich muss dich irgendwas fragen. Irgendwas, zu dem du nicht Ja sagen solltest. Nur für ein paar Minuten. Willst du mich halten? Das könnte unser letzter Tag auf Erden sein und ich will ein bisschen mit dem verbringen, mit jemandem wie dich. Cassie, ich verstehe dein Gefühl, aber wir können nicht. Hast du Angst um Schäler? Vielleicht solltest du Angst um dich selbst haben. Hey, du könntest aus dieser Tür rausgehen und dein Gehirn von einem Zombie essen lassen und kein Mädel würde dich je wieder halten können. Bitte, Cole, halt mich nur für ein bisschen. Ich schätze, ich kann das mal... Okay, ist das eine Wahl oder...? Danke dir, Cole. Nee, es ist nicht eine Wahl. Okay! 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 Das meinst du mit Halten? Ich weiß nicht, welches Körperteil du halten möchtest. Aber lass uns loslegen. Hä? Diese Münze? Glaub nicht, dass uns Geld viel bringen wird. Das, äh... Die Leute sind hier schon längst weg. Ach so, dass eine Münze hier rumlag. Äh, du bist... Du, du... Du Idiot, ne? Das ist nicht für die Lebenden, das ist für die Toten. Für die Toten? Aber warum nur einen Cent? Es ist ein, äh... Glücksbringer, ja? Du trägst das mit dir und, ähm... Sie werden dich nicht, ähm... Angreifen. Wie ein Talisman der Sicherheit. Ach so, ich dachte, das ist mehr so wie... Du legst, ähm... Die, äh... Die Pennies auf die Augen für den Fährmann. Oder so, damit sie... Den mitnehmen können. Ey, ich will aber noch kurz mal halten, ey. Ein Talisman? Ich glaube nicht, dass Magie real ist, aber ich wünschte, sie wäre es. Diese Münze bedeutet Cathy viel. Ich wette, jemand Wichtiges hat es ihr gegeben. Ah, ich kann mich entscheiden. Ein Save. Okay, hab ich nicht. Aber ich hab davor gesaved, ne? Auf der 2? Auf der 2. Merken wir uns auf der 2. Natürlich halt ich. Ich kann es nicht ertragen, dass Cathy so traurig ist. Sie hat recht. Wenn wir jetzt nicht menschliche Wesen sind am Ende der Welt, was ist dann auch der Punkt? Cathy. Ah. Okay. Okay! So wie das hier. Oh, Cole. Deine Hände sind so warm, so soft. Okay. Nein. Mach weiter, mach weiter. Ah, ja, ja, ja. Okay. Okay, das werde ich nicht alles übersetzen. Ah, mach weiter, mach weiter. Oh Gott. Das war wunderbar, Cole. Du bist eine wirklich spezielle Person. Mhm. Ich kenne dich kaum und ich konnte mit dir reden, als ob wir seit Jahren Freunde sind. Das ist keine Kraft, die alle haben. Eine super Kraft? Ich wünschte, ich könnte einen Weg finden, um die Zombies damit zu bekämpfen. Hey, du hast ja schon eine Weile gelebt, oder? Vier Jahre. Vier Jahre? Aber wir haben uns nie getroffen. Ich hätte gedacht, dass ich dich wenigstens beim Vorbeigehen mal gesehen habe. Ja, es ist merkwürdig. Aber komm, wenn er vier Jahre lebt, dann war er 20 und sie 16. Jetzt, wo sie 20 ist. Es ist merkwürdig. Ich nehme den Zug die ganze Zeit und ich esse oft an diesem kleinen Restaurant. Fast jeden Tag. Oh Mann, ich muss los. Sheila kommt wahrscheinlich jetzt bald wieder zurück. Okay, aber wenn ich dich wiedersehe, dann erzähl mir den Rest der Story. Okay, äh, goodbye. Bye. Okay. Ist Sheila wieder zurück? Uh, ich habe ein bisschen, ich habe ein bisschen Angst. Also jetzt, oh, jetzt fühle ich mich schlecht. Warum hast du, einmal kurz halten, einmal kurz reinstecken war das eher. Was passiert dann, wenn wir nicht mit, ähm, mit der Shekan, nennen wir es mal so. Also, äh, sie ist noch nicht zurück. Okay, wir haben bei der 3 gesaved, ne? Load. Erstmal. War das jetzt, wo wir noch nicht gesprochen haben? Kathy, kann ich reinkommen? Also, gehen wir die, innen steht jetzt einmal durch. Also, das, das ist, äh, er, es hat mich ja sogar zweimal gefragt, ne? Es hat mich ja sogar zweimal gefragt, ob ich jetzt halten möchte oder nicht. Ähm, das ist bestimmt so ein Entscheidungspunkt, ne? Da muss ich mich gleich entscheiden, welche, in welche Richtung ich gehe, ne? Wenn er mich zweimal fragt, dann kann es nur so eine Abzweigung sein. Und dann habe ich mit dir gebumst, während Schäler unterwegs ist. Aber vielleicht ist es auch wirklich die letzte Gelegenheit, die er hatte. Weil die Regeln der Gesellschaft, des guten Anstandes, geht das nach einer Zombie-Plage? Okay, also. Jetzt ist es da. Okay. Achso, das mit der Münze. Muss ich hier einmal sehen. Okay, Refuse. Ich kann es nicht ertragen, Kathy so zu sehen. Sie hat recht, wenn wir jetzt hier nicht Menschen sein können. Ich bin auf Refuse gegangen. Okay. Okay. Danke, mir so eine Illusion einer Wahl hier aufzustellen. Aber ich kann nichts, ich kann nichts machen, außer, dass Cole hier einfach Bumsibumsi dann macht. Ich habe zweimal Refuse gemacht. Gut. Anscheinend nichts. Vielleicht ist Schäler aber doch jetzt zurück, wo ich... Ne. Auch nicht da. Es scheint so, als ob sie noch nicht zurück ist. Okay, Game. Okay. Was auch immer. Äh. Move. Schäler ist noch nicht zurück. Runde 2. Wenn du noch so genug Energie hast. Wir gehen in den Meetingraum. Ist jemand da? Okay, das ist ein Whiteboard. Brauchst du irgendwas? Okay. Also. Das ist nichts, was ich mit... Oder... Wir reden mal kurz mit... Ja, sie hat uns ja gesagt, dass wir zu Kaffi sollen. Ja, brauchst du, musst du mit mir reden. Kannst Kaffi besuchen, aber... Wird nicht involviert mehr. Ich glaube, wir werden... Okay, also. Gehen wir raus. Wir hatten mit denen allen gesprochen. Die Münze ist dann vielleicht noch wichtig. Okay, ich kann mir also nur hier aussuchen. Meeting Raum, Cassie. Kann ich reinkommen? Ja, es ist offen. Toll. Hast du wieder dich angezogen? Es ist Schäler, oder? Sie ist nicht zurückgekommen. Ich mach mir Sorgen über sie. Was ist, wenn ihr was passiert ist? Wenn Schäler nicht zurückkommt, verspreche ich, dass wir gemeinsam nach ihr schauen. Das war unser Bumsversprechen, ey. Bin mir sicher, dass ihr gut geht, aber... Vielleicht sollte ich mit Chief und Ray darüber sprechen. Mit Chief und Ray. Okay. Gut, 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 gut. Das ist mega lustig, ey. Das ist großartig. So, also mit Chief und Ray. Im Meeting Raum. Das ist fantastisch, ey. Drehen wir das mit Ray. Cole, was machst du da? Achso, über seinen Haar wollen wir natürlich. Wir wollen mit ihm reden. Ray, weißt du irgendwas über Bloody Fox? Das ist doch meine Gang. Diese Loser? Ach, das ist nicht deine Gang? Diese Loser? Ich bin mit... Ah, nee, doch. Das war seine Ex-Gang. Ich bin schon seit Jahren nicht mehr bei denen. Aber ich kenn nur den Namen. Was für eine Art von Typen sind sie? Das sind Crazy Motherfucker. Das sind welche. Wenn du einen Bloody Fox siehst, dann schieß als erstes und schieß weiter. Ja, sie werden dich in der Sekunde gleich erledigen. Aber sind sie einfach eine Gang? Ja, eine Gang. Ja, die Bloody Fox nehmen sich, was sie wollen, wann sie es wollen. Und sie lassen niemanden ihnen in die Quere kommen. Wenn ich nicht ausgestiegen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich tot. Aber warum fragst du mich? Ah, könnte dann Scheler von dem Bloody Fox, weil die Zombies sind ja nicht da, aber die Bloody Fox, die sagen ja, wir brauchen ein bisschen Frischfleisch. Ich meine, es ist in die 28 Days Later Nummer. Bei einem Film, der viel später gekommen ist, als Dad of the Brain. Ach, es war was, was Q gesagt hat. Ich denke, dass vielleicht Scheler sich mit diesen Typen angelegt hat. Und wenn sie nicht wüsste, also mit diesen Typen dann, mit denen zu tun hat, wenn sie nicht wüsste, wer die sind. Oh, das rede ich schon seit einiger Zeit. Es sind die Tränen dieser weinenden Stadt. Dieser sterbenden Stadt. Ich habe heute was Neues von dem Typen namens Cole gelernt. Oh. Ach, haben wir jetzt zu Kane geschaltet? Aber mein Herz, es brennt immer noch nach Rache. Ich kann nicht wieder zurück zum Hotel, bis ich weiß, wer mein wahrer Feind ist. Dieses Geschäft war eine Fabrik der, das war nochmal Despair, das war nicht Traurigkeit, sondern der Verzweiflung. Verzweiflung ist Despair, ne? Genau, das haben wir so viel bei Danganronpa. Despair, Despair, Despair. Aber seine Zerstörung. Guck mal, der Dialog von Kane ist schwieriger zu übersetzen, weil er so blumig ist. Dieser Kane ist so ein blumiger Typ. Der denkt in blumigen Schemen. Die kann ich nicht so schnell übersetzen, leider. Seine Zerstörung zeigt nur, dass was Schlimmeres gekommen ist. Also dann saven wir auf der viermal. Also sie haben all diese überall in Amerika. Wie heißt das? Make Numbers? Make Nost? Make Nose. Irgendwas anderes. Das lachende Gesicht kann nicht den Geruch... Der traurig... Ach ja. Oh Gott, diese ganzen... Ich werde es nicht alles von dir übersetzen. Misery, ey. Geh doch kacken. So. Zombies haben ihre eigenen Türen gemacht. Sie sind nicht an soziale Geflogenheiten gebunden. Manchmal, ja, aber nur manchmal, haben Zombies ein kleines bisschen durch die Fenster gehen. Gern. Nein, ich beneide sie fast. Sie nehmen die kürzeste Route, sogar durch feste Fenster hier, ne? Wenn nur menschige Wesen so rational wären. Keine Zombies, aber sie werden auftauchen, wenn Dinge so schlimm sein werden. Du kannst dir sicher sein. Ein falscher Move. Und ich werde so wie sie. Ich werde stinken und ich werde ein Haufen von Fleisch werden. Geld, Geld, Geld. Hier war eine Firma daneben. Die Drohnen, sie klingen nicht mehr. Okay, Mülltoner. Du kannst entweder den Körper oder die Seele mit ihnen füttern, wenn du ein bisschen Arbeit da reinpackst. Okay, was redest du denn da? Deshalb haben sie es illegal machen lassen, dass man sie durchsucht, ja. Wir können nicht einfach den Pöbel sich da durchfüttern lassen, wenn der Meister dann nicht... Ey, der Typ geht mir jetzt schon auf den Sack. Ist das eine Handwerke, wollte ich sagen? Das ist ein Aschenbecher oder so, ne? Okay, okay, also go. Winter. Also, ähm... Oh, diese Kette war kürzlich in den Nachrichten, weil die verrückten Leuten Pistolen verkauft hat, wie man es in Amerika macht. Ich hoffe, dass sie ihren Weg nicht geändert haben. Es wäre nett, wieder ein bisschen Firepower zu haben. Oh! Ich habe gedacht, da wären sehr viele Pistolen, weil das ja ein Waffenladen ist, aber... Hier gibt es nur einen einzigen Uzi. Also, hier geht das Magazin rein. In Zeiten wie diesen sollte ich mehr Pistolen-Magazine sehen. Und guck mal, wie viel... Any Bullets. Das sind 20 Schuss. Jemand hat hier die Sachen schon rausgenommen. Okay. Wenn die Zombies durch die... Hier durch das Glas gekommen sind. Guck mal, und das Spiel ist auch wesentlich vor Resident Evil 2 rausgekommen, wo sie Kendo durch das Glas quasi sich geholt haben. Also, Dead of the Brain war seiner Zeit voraus, ne? Jetzt. Oh, nee. Kann ich noch nicht getten. Ich habe noch nie mit einer Uzi geschossen. Bin mir sicher, wie man das Ding... Verdammte Ding lädt. In den Filmen ist das immer so leicht. Ist diese Kanone bereits geladen. Ich habe nur eine Handpistole benutzt bisher. Sind gut für Beginner. Aber diese hier... Besser als nichts. Ich behalte sie, bis ich was finde, was ich benutzen kann. Okay. Ah, ist nur ein weiterer leerer Schrank hier. Nichts da. Jemand hat hier wirklich die Sachen ausgeräumt und alles mitgenommen, was er tragen konnte. Und dann die Uzi dagelassen. Also mit dem Plan hier. Drei. Du weißt, das ist das richtige Kaliber. Die Uzi ist berühmt dafür, dass sie verschiedene Kaliber nimmt. Aber ich glaube, so eine Konvertierung ist dafür nötig. Okay. Oh, nicht load. Okay, also ich muss noch weiter gucken. Man hat es hier gelootet. Okay, es wiederholt sich, aber ich kann nichts anderes machen. Nothing but Boxes of Bullets. Oh, was könnte denn jetzt hier das Richtige sein? Look who get move ist nicht. Use go. Die Papierfetzen vielleicht. Okay, das ist also beides ein Drawer. Die Box hier ist relativ egal. Okay. Der Zettel, den kann ich eh nicht lesen. Jetzt kann ich get machen, okay. Also irgendein neuer Satz ist da noch gewesen und jetzt geht get. Also ich packe es hier rein und hoffe, dass es funktioniert. Ich glaube, die Kugeln kommen so rein. Wenn sie nicht so rein gehen, werde ich es wahrscheinlich rausholen, wenn ich versuche zu schießen. Eins, zwei, drei. Irgendwas stört mich. Was ist, wenn hier ein Kampf war, wo sind all die Blutspuren und wo sind die Zombies? Ah, vielleicht ist es die Gang. Okay, 23 Kugeln. Ich hoffe, ich habe das Magazin richtig geladen. Wenn nicht, werde ich meine eigenen Kugeln, werde ich denen ausweichen müssen. Das ist nämlich die Sicherheit noch an. Ah, hier ist ein, hier, ähm, sprechend, äh, ein Knopf, ne? Oder, ne, ein Lever ist mehr ein Hebel. Der Hebel, genau. Ich sollte ihn runterdrücken oder sollte ich ihn nach oben packen? Wenn ich alles richtig habe, dann sollte die Ozi jetzt bereit sein zu schießen. Ich wundere mich, wenn ich das testen kann. Oh, der Schrei einer Frau. Was denn bei der war das? Jemand ist in, äh, Problem. Hilfe, Hilfe. Da ist es wieder. Okay. Nein, helf mir. Das sind nicht die Zombies. Oh, aber das ist, das ist Schäler, oder? Oh Gott. Was macht ihr mit Schäler? Ah, mach so viel Geräusch, wie du willst. Hier wird niemand kommen. Die Welt ist am Ende. Aha. Die ist ja komplett, die ist ja komplett feucht. Okay. Nein, hilf mir. Hey, du wirst mir helfen müssen. Hey, schnapp dir diesen Motherfucker. Also jetzt greifen sich Leute einfach hier direkt im Licht an, ja? Vielleicht, äh, sollte unsere Spezies sterben. Ah, du weißt nicht, wer wir sind. Wir sind die Bloody Foxes, ja? Wir haben keine Reue. Es ist eine neue Welt, jetzt unsere Welt. Wenn wir dich umbringen, werden wir dich kochen und essen. Ihr Typen seid keine Zombies, also gebe ich euch eine Chance. Wenn ihr diese Frau gehen lasst, dann werde ich euch nicht, ähm, schaden. Ha, hast du das gehört? Dieser Idiot denkt, er kann, äh, sich anlegen mit den Bloody Foxes. Du, ihr Dummen. Ihr interessiert euch nicht für eure Leben? Ich habe euch gesagt, lasst das Mädchen gehen oder ihr werdet sterben. Unser Leben? Ja, ähm, was, äh, werden wir denn für niedere gestalten, wenn wir uns um, um unser Leben kümmern würden? Ja? Glaubst du, wir sind von so einer kleinen Uzi? Haben wir Angst? Ihr sollt sein. Ihr seid immer noch menschliche Wesen. Ihr habt keine, kein Interesse an eurem Leben? Okay. Oh, es tut mir leid, der andere Typ, er hat, ähm, mich dazu gebracht. Bitte, bitte, ich will leben. Schieß nicht. Was zum Teufel ist mit dir los? In einer Zeit wie diese, wenn Zombies hier unterwegs sind und da bekämpft du Leute. Oh, was ist, wenn ich den anderen erschossen hätte dann, ne? Ich weiß, es tut mir leid. Ich werde eine bessere Person sein, also pack die Pistole runter. Du hast mich dazu gebracht. Warte, du kannst dich nicht umbringen. Die leben, denn wir sind alle in den Rimmen. Aber diese Typen, die hätten dich. Sie sind Monster, aber sie sind immer noch menschlich. Bitte, für mich, gib mir eine zweite Chance. Ah, ich meine, du bist die, die ihm vergeben muss. Wenn du nochmal sowas wie das hier machst, werde ich dich finden und dich umbringen. Hast du verstanden? Ich verstehe. Ich werde das nie wieder tun. Nie wieder der Vergewaltiger sein hier. Ha, was ein Idiot. Sie einfach umkehren zu einem Typen, der dich umbringen will. Okay, zu spät. Fuck! Ich bin abgerutscht. Aber jetzt nochmal. Okay. Also, dann lassen wir da hier nochmal durch. So ein Bloody Foxes. Ihr Arschlöcher, ey. Also nochmal. Ich bin in die Mitte. Okay, ja, also. Konzentrieren, konzentrieren. So viele Kugeln. So viele Kugeln. Das war vielleicht... Puh. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf mindestens. So viele Kugeln. Oh, eine sechste da unten. Mindestens. So viele Kugeln für diesen Trash. Aber ich kann mir doch seine Pistole nehmen. Mein Name ist Sheila. Ich verdanke dir mein Leben. Ich danke dir. Oh, dieser Name, der klingt vertraut. Kennst du einen Typen namens Cole? Du kennst Cole? Das ist ja wirklich eine kleine Welt. Ich habe ihn gestern getroffen. Er hat mir einige interessante Dinge erzählt. Ah, du bist Kane. Cole hat gesagt, dass du sein Leben gerettet hast. Ich danke dir. Du bist ja ein richtiger Held. Na, ich war nur am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Was machst du denn hier? Wo ist Cole? Nun, er hat immer noch geschlafen während der Zombie-Attacke. Also bin ich losgegangen, um was zu essen zu finden. Du sollst vorsichtiger sein. Diese Bloody Fox-Typen sind komplett verrückt, ja. Denen ist egal, ob du lebst oder stirbst. Oder am Unleben bist, ja. Ich solle wieder zurück zum Hotel. Cole macht sich vielleicht Sorgen, ja. Oder er knattert Kathy währenddessen. Ja, ich habe mir selbst gedacht, ob ich beim Hotel noch mal vorbeigehe. Da gibt es ein paar Antworten, die ich mir gerne holen will. Ein paar Fragen, auf die ich Antworten brauche. Könntest du Cole sagen, dass er mich auf dem Parkplatz, in der Parking-Garage treffen sollte, so um 10 Uhr? Für den Mann, der unser Leben gerettet hat, alles. Er wird auf jeden Fall da sein. Kane, sei vorsichtig. Die Welt braucht Männer wie dich. Ich sehe dich später. Also Kane ist schon, da ist sie. Kane ist schon ein coolerer Typ eigentlich. Schäler, was ist passiert? Geht es dir gut? Es tut mir leid, da gab es ein bisschen Ärger, aber es ist alles okay. Ich bin nur froh, dass du sicher bist. Was hat es so lange gebraucht? Die wurde angegriffen von Leuten, lebenden Leuten. Sie nennen sich die Bloody Foxes. Diese Typen. Kiel hat gesagt, dass sie hier unterwegs sind, aber ich hätte nicht gedacht. Ja, ich hatte wirklich Ärger, aber dein Freund Kane ist glücklicherweise vorbeigekommen. Kane? Ja, er sagt, er will dich treffen um 10 Uhr in der Parking-Garage. Ich werde da sein, aber du musst mir versprechen, dass du nicht einfach losgehst und wieder sowas Gefährliches machst. Ich muss dir gleich nochmal sagen, du riechst nach einer Frau, ey. Okay, Jupp, ich verspreche, das war zu viel Aufregung für mich sowieso. Schäler scheint in ihren Gedanken versunken. Ich bin mir nicht sicher, was ich sagen soll. Ich fühle mich total schlecht wegen Doc, aber ich weiß nicht, wie ich sie besser sich fühlen lassen soll. Wenn ich nur ein starker Typ wie Kane oder Nose wird. Du hast keine Schuldgefühle wegen Kathy? Ja. Okay, kann ich mit dir nochmal reden? Was ist so mit Kane passiert? Dieser Typ, er ist weggegangen vielleicht, um mir Leuten zu helfen. Er ist wie Batman, ja? Er ist da, wenn man ihn braucht. Kane, du bist kein Superheld, also sei bitte vorsichtig da draußen. Hier ist eine Pistole, ich habe sie dann doch nicht benutzt. Ich verstehe, jemanden zu erschießen ist nicht wie ein Zombie zu erschießen. Kane hat eine Maschinengang gehabt. Ähm, ich bin aber, ich habe aber Angst, dass ich ein paar Kugeln gekostet habe. Ich muss ihm wieder, oh, kommt Schäler mit Kane jetzt zusammen? Sie muss es wieder ein bisschen gut machen. Kane braucht keine Pistole. Gestern hat der einen diesen Zombie mit seinen Händen einfach getötet, mit einem Stahlrohr. Gute Stahlrohr hat er benutzt. Cole, äh, riechst du Parfum? Parfum? Oh, das ist wahrscheinlich, als ich Kathy besucht habe, die Blonde im anderen Raum. Oh, geht's dir gut? Sie brauchte nur einen Freund. Sally hat mich geschickt. Ähm, sie sagt, ich habe eine Art, um Leuten zu helfen, äh, helfen zu entspannen. Das ist wahr. Sally hat wirklich ein gutes Auge dafür. Ja, Frauen sind oft. Äh, wie spät das ist? Ich glaube, es ist fast Dach. Gehst du irgendwo hin? Ich muss Docs Haus mir angucken. Den Schlüssel, den er dir gegeben hat. Ich glaube, er ist wichtig. Zwei Stunden sollen genug Zeit sein, um wieder zurückzukommen. Cole, Doc war auch mein Freund. Lass mich mit dir gehen. Was soll ich machen? Ich habe nur... Okay, Doc hat dir den Schlüssel gegeben. Mir gibt's keinen Grund, sie hier alleine zu lassen, außer meiner eigene Angst. Dann gehen wir zusammen. Das ist auch natürlich... Ist es eine Wahl oder ist es wieder so eine Fake-Wahl, wie wir sie vorher gehabt haben? Ich speichere jetzt bei der vier, würde ich sagen. Es ist jetzt komplett dunkel. Wir müssen uns beeilen, sodass wir zeitig wieder am Hotel sind. Naja, während die... Ach, einfach so alleine durch die Zombie-Stadt jetzt hier laufen. Also, vier. Gestern hat Doc noch draußen gewartet, um mich reinzulassen. Wie werde ich jetzt reinkommen? Docs Intercom. Ich glaube, da ist wirklich was falsch damit. Okay, und hier ist überall noch Efeu drüber. Der Efeu ist hier schon die ganze Zeit, seitdem ich mich erinnern kann, seitdem ich Doc der Kuga kenne. Jedes Mal war ich immer ein bisschen aufgeregt, als ich durch die Tür gegangen bin, um mir die neueste Erfindung anzugucken. Den Schlüssel, den ich habe, der öffnet nicht die Tür. Die Tür ist aber eh nicht verschossen. Wir haben keine Zeit gehabt, um von dem... Als wir vorbeigelaufen sind, weggelaufen sind vom Policeman. Das war schon eine lange Zeit hier. Ähm, Move. Okay, gehen wir rein. Wieder so ein Gang. Ohne den Doc fühlt sich dieser Ort einsam an. Der könnte rappelvoll sein jetzt mit Zombies. Dieser Typ war ein berühmter Wissenschaftler. Aber ich habe keine Idee, wer es ist. Ein berühmter alter Mann. Und da ist... Ist es Mark Twain? Oder soll das Einstein sein da hinten? Okay, das war das Schlafzimmer vom Doc. Das war sein Arbeitszimmer. Und das ist zum Labor. Move. Äh, Go. Sind wir hier schon drin gewesen? Scheint so, als ob Dr. Kuga gleich hier irgendwie auftauchen würde. Okay, da ist sehr viel Staub auf dem Tisch. Er hat wahrscheinlich diesen Raum nicht häufig benutzt. Ab und zu mal habe ich auf diesem Sofa gesessen. Da kommt man sein Haus ist schon ein bisschen runtergekommen. Hier, ne? Und da ist auch sein Bett. Also, siehst du die Risse an den Wänden? Durch die Tapete oder was ist es? Oder die Farbe, die da abplatzt? Oder macht man das so? Dieser Schreibtisch wurde nicht häufig benutzt. Da ist wirklich viel Staub. Hier ist populäre Bücher. Oh, ich erkenne ein paar von denen. Ich will das nicht berühren, aber ich sollte wirklich. Hier ist nichts abgeschlossen. Da braucht er einen Schlüssel. Oh, aber... Okay. Ich hätte gedacht, dass man die Tür vielleicht öffnen kann. Das ist das Größte, was er hat. Nur eine alte Tür. Ich kann mich nicht erinnern, wo man hier den Schlüssel benutzt. Okay, gehen wir. Wir können ja wieder zurück. Dann, aber leave. Muss hier tausendmal gewesen sein, aber jetzt wirkt auf einmal alles neu. Was hattet ihr denn mit einem Doktor hier zu tun? Das ist doch nicht so eine Marty McFly und Doc Brown Geschichte. Gehen wir rein. So ein Arbeitszimmer. Würfel der Bücher wie eine Bibliothek. Also, sein Tisch ist hier sehr sauber. Ich bin mir sicher, dass er es jedes Mal sauber gemacht hat. Wobei, ich sehe da lauter Papier und zusammengeknüllte Sachen. Ein Medical Dictionary. Reinschauen. Ich verstehe nichts davon. Und, oh, hier gibt es ein Lesezeichen. Es scheint über neurale Wege der Nervenbahnen hier was zu haben. Da ist ein Buch, eine Uhr, ein Notizbuch. Oh, und eine Fernbedienung. Geht aus wie eine Fernbedienung. Das ist nicht für den Fernseher, aber was könnte ein Dr. Kuga, so ein altmuscher Typ, damit denn machen? Ähm, kann ich sie mitnehmen? Ja, Power und Open. Hm, zwei Knöpfe. Aber was öffnet es? Merkwürdig. Okay, Bild an der Wand. Also, das Bild geht auch nicht weg. Ah, Kira hat gesagt, sie sollen auf Zombies aufpassen, aber ich sehe da keine. Wo können sie sich verstecken? Oh, hast du es gehört? Ich glaube, da ist da jemand draußen. Das ist nur der Wind in den Bäumen. Da ist ein Park. Guck mal, der Regen hat aufgehört. Das wird schon besser. Ja, es hat nicht für lange Zeit geregnet. Es war nur ein Nachmittagsregen. Bild einer Blume. War nicht so ein Bild von der Blume, war auch bei Snatcher? Wobei Snatcher dann? Nee, das originale Snatcher war vor dem Game hier. Wofür? Also, hier ist kein, irgendwie, keine Schublade zum Abschließen. Wo hat er das benutzt? Okay, also hat er die Fernbedienung mitgenommen? Oh, ja, nee, das ist der falsche Raum. Meine Frau hat mir immer Kuchen gebracht und ich habe ihn hier gegessen. Stimmt, seine Frau ist ja auch... Er ist aber ein sehr kleines Appartement, wenn er hier mit seiner Frau gewohnt hat. Also auch, es ist ein Bett hier. Okay, ein Bett für beide natürlich, aber ein Wohnzimmer und Schlafzimmer gleichzeitig und ein Arbeitszimmer. Also für zwei Leute ist es schon... Weiß ja nicht. Ähm... Geh raus. Leave. Also, ich will nochmal gucken, ob ich die Fernbedienung nehmen kann. Okay, ich muss vielleicht da erstmal finden, was es ist. Das Labor kennen wir ja. Da gehen wir jetzt nochmal hin. Mal, auf der vier. Okay. Okay, das Labor. Äh, oh, okay. Sie wollen nicht zum Labor hinten. Müssen uns beeilen. Okay, jetzt sind wirklich nur diese beiden Räume. Ich kann nicht Use machen. Okay. Ah. Also Move... Okay, hier bedeutet Move wahrscheinlich bewegen drauf. Wenn ich das mache, wird dann irgendwas angehen? Ist das... Ah, ich habe nichts gehört. Power. Open. Bewegt sich was? Ah, eine Safe! Eine Safe hat sich bewegt. Okay. Also. Was ist das? Ein Lock wie beim Hotel? Oder es braucht einen Schlüssel und ein Passwort? Aber wir kennen das Passwort nicht. Der Schlüssel ist auf jeden Fall hierfür. Wir müssen den Code finden. Okay, beim Lesezeichen hier vielleicht. Da war doch irgendwas mit dem Lesezeichen, ne? Wir brauchen die Nummer. Da muss der andere Raum für gut sein. Muss im anderen Raum sein. Ah. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Es ist die Uhr, die sich nicht mehr bewegt. Das klingt so klischeehaft, dass es das sein muss. Die Uhr bewegt sich nicht mehr. Das ist die Uhrzeit. Ah, verdammt. Also ist es nicht. Äh, stay, nein. Okay, also. Schade. Ja, ich dachte schon, ich habe das Klischee für mich gehabt. Vielleicht hier eine Nachricht mit dem Security Code? Nein. Oh, es ist vielleicht in seinem... Es ist vielleicht in seinem Labor, ne? Wenn es wichtig wäre, hätte Doc sich die Nummer gemerkt. Da ist nicht viel auf dem Tisch. Nur ein altes Foto. Oh, und eine handgeschriebene Notiz. Die hat eine Art von Formel, aber ich bin kein Wissenschaftler. Also es ist merkwürdig für mich. Okay, also. Nichts wirklich hier. Den Kuchen. Schöne Sofa. Das Bett. Ah, er hat es gekauft, nachdem seine Frau gestorben ist. Er konnte in dem anderen nicht mehr schlafen, ne? Das kann ich verstehen, mein Freund. Das ist die Tür hier, oder? Wo ist der Code? Vielleicht kann ich jetzt ins... Vielleicht kann ich jetzt... Oh, und ich hätte mal Move probieren sollen, ne? Ich hätte mal Move... Vielleicht kann ich die Uhr bewegen. Das kann es sein. Ne, Move geht hier nicht. Okay, dann lasst uns nochmal gucken. Der Stuhl. Ganz normaler Stuhl. Es ist nur Staub. Noch ein bisschen japanisch hier ruhig. Hier gibt es nicht viel. Handwritten Notes. Okay. Ist nur der hier. Der Uhrzeiger ist es echt nicht. Für irgendwas muss der Raum ja gut sein. Nichts Interessantes auf dem Bookshelf. Bettisch. Das Bett. Also. Er wird dich hier immer schlafen nach der Arbeit. Oh, guck mal. Oh, da gibt es ja was neben dem Bett. Ach, als sie jung waren. Schau dir das mal an. Was für ein heißer Stecher der war, ne? Oh, das ist das Bild eines jungen Mannes und einer jungen Frau. Sie sehen sehr happy aus. Ja, er hat seine Frau wohl sehr vermisst. Das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, war vor drei Jahren. Das Bild muss jahrzehnte alt sein. Ich habe den Dock noch nie so jungen gesehen. Ah, vielleicht der Geburtstag seiner Frau. Er hat es genommen, als sie so alt war, wie ich es bin. Er scheint so glücklich hier. Er und Dr. Kuga waren ein schönes Paar. Ja, sie ist plötzlich gestorben nach einem Autounfall. Das ist eben das Leben, glaube ich. Okay. Also, es sagt, happy birthday, Mary. 20. Oktober 1900. Mein Bruder hat am 20. Oktober Geburtstag. 1987. Also, das wird es wahrscheinlich nicht sein, aber es wäre sehr lustig. Nein, es ist wahrscheinlich viel früher. Am 20. Oktober. Also, 10, 20, 19. Ein Gentleman never tells. Okay. 10, 20, 19. 10, 20, 19. Oktober. Ich schreibe es mal auf. 20 ist 19 XX, weil wir die letzte Zahl nicht brauchen. Äh, lief. So, hier rein. So, muss ich jetzt... Use, move. Ok, ich mach mal 20, 10, 19. Die amerikanische Schreibweise. Wenn ich 20, 10, dann 10, 20. Wenn es 4 sind. Ah, das ist die amerikanische Schreibweise. 10, 20 ist sie. 20, 10 ist ja unsere. Ok, der Safe ist offen. Es war der Geburtstag seiner Frau. Das ist irgendwie süß. Ok, dann lassen wir uns gucken, was dem Doc so wichtig war. Das sind Bücher und Umschläge. Das ist alles. Es ist ein ungewöhnliches Buch. Es ist kein Buch, es ist ein Tagebuch. Ich wusste nicht, dass Doc sowas überhaupt macht. Ich halte kein Tagebuch, aber warum sollte es im Safe behalten? Kann es denn so wertvoll sein? Was ist im Umschlag? Ein einziges Bild. Es ist Doc bei irgendeiner Wissenschaftskonferenz. Außer diesem Bild gibt es nichts da drin. Das Datum sagt 6. Februar. Das war vor zwei Monaten. Ich notiere das auch mal. Aber das wird hier irgendwie passen, weil vor ein paar Monaten ist ja auch schon anderswo die Zombieplage ausgebrochen. February 6. Vor zwei Monaten. Okay, in sein Tagebuch. Ah, 6. Februar. Doc hat nicht viel in sein Tagebuch geschrieben, aber 6. Februar. Ich weiß nicht, das Datum auf dem Foto. Ja. Also das erste 24. Januar. 24. Januar. Eine einzige Injektion des Serums in ein totes Meerschweinchen. Hat keine signifikanten Resultate gegeben. Für die ganze Körperreanimation waren 6 Injektionen wichtig. Gehirn, Körperteile und hier Extremitäten und dann in die Brust. Aber dann wurde das Meerschweinchen sehr wild. Jeder Test ist der gleiche. Das Meerschweinchen hat gewalttätige Impulse bekommen und war oft auch suizidal. Es hat sich selbst geschadet und anderen. Danach gibt es nichts bis zum 6. Februar. Ich habe die Reanimationsdroge bei einer kleinen Konferenz angemeldet. Es war Perlen vor die Säule. Sie haben gelacht, sie haben gelacht. Aber okay, er hat doch gesagt, er hat niemandem was davon erzählt. Vielleicht hat er gelogen. Aber ist da immer noch irgendwie so eine Timeline-Scheiße? Gerade los? Doc, was ist, wenn jemand nicht gelacht hat? Was ist, wenn jemand hier geglaubt hat? Der nächste Eintrack ist es. 25. Februar, fast drei Wochen später. Der Grund des Reanimationswahnsinns ist unbekannt. Das Gehirn ist nur ein Organ. Nicht anders als eine Lunge oder ein Herz. Warum dann? Wenn ich einfache Logik an diesem Problem anwenden kann, dann wird der Nobelpreis mir gehören. Wissenschaftler werden alle meine Größe anerkennen müssen. Es tut mir leid, Doc. Es tut mir leid, dass du nicht den Wahnsinn lösen konntest. Ich denke, sie würden dir den Nobelpreis so oder so geben können. Oder 27. Februar, noch zwei Tage später. Jemand hat die Reanimationsdroge gestohlen. Das Labor war durcheinander und einige Fiolen haben gefehlt. Ich habe die Polizei kontaktiert, aber sie können nichts ohne einen Verdächtigen machen. Der Schuldige oder der Verbrecher hat gewusst, wonach er sucht. Okay, einer, der ihn bei der Konferenz zugehört hat. Vielleicht hat jemand meine Präsentation ein bisschen zu ernst genommen. Das ist es, Doc. Sie haben dich nicht alle ausgelacht. Da war jemand, der wirklich dachte, dass du einen Weg gefunden hast, den Tod ein Schnippchen zu schlagen. Vor einem Monat, das war als Keynes Familie getötet wurde. Nur ein paar Tage, nachdem das Serum gestohlen wurde. 28. Februar, ich werde das Serum resynthetisieren und ich werde meine Resultate veröffentlichen. Ah, aber erst werde ich es kurz zeigen, einfach nur um sein Gesicht zu sehen. Der Doc, er war auf Freude darauf, es zu sehen. Also jemand wollte ihm zuvorkommen, hat die Droge geklaut, hat aber da eine Zombieplage ausgelöst. Und wir haben parallel hier eine Zombieplage ausgelöst. Was für ein Typ. Aber es gibt keinen Hinweis, wer das Serum gestohlen haben könnte. Es könnte jeder sein, der wir in der Präsentation gesehen haben. So, ich will jetzt nicht viel spekulieren, aber es ist natürlich... Ja, wir haben einige Leute getroffen, ne? Ob es jetzt Sinn ergibt oder nicht. Irgendwas sagt mir, dass Sally... Irgendwas lässt mich, also... Könnte sein, dass Sally... Die Böse ist. Weil jetzt so einen, wie Kai, aus der Kiste da einen neuen Bösewicht irgendwie rausholen zu lassen. Bye. Na gut, wenn Sally ist, da brauche ich hinterher einen kleinen Freundsprung, weil ich es erraten habe, ja? Dann gibt es da nichts für einen Monat bis zum 25. März. Ich habe das Serum resynthetisiert. Das ist der letzte vor einer Woche. Es gibt keinen Zweifel, dass jemand Docs Wissenschaft gestohlen hat und in Keynes Town losgelassen hat in seiner Stadt. Okay, und da kann man sich alles wieder von vorne angucken. Wer war denn der Dieb? Wer hat Keynes Familie getötet? Okay. Auch wenn der Dieb auf diesem Foto wäre, die Chance ist groß, dass er von Zombies gegessen oder getötet wurde. Doc, sieht so glücklich aus. Ich denke, er denkt, dass all diese Leute... Er denkt an all die Leute, die ihm helfen werden. Andere Wissenschaftler, die sehen alle gleich aus, hm? Dieser Typ da vorne, ist das nicht... Ist das nicht Kiel? Guck mal, Kiel ist kein Polizist. Kiel ist ein fucking Wissenschaftler. Sein Name ist auf der Liste der Leute, die da vorstellig waren. Aber warum? Er ist nur ein Cop. Was macht er denn da bei den Wissenschaftlern? Sind sie unter Untersuchung? Vielleicht war er an der Kaufer, vielleicht ist der aber auch kein Cop, sondern tut nur so. Wenn Kiel seinem Talk zugehört hat und er involviert war in die Untersuchung vor einem Monat, könnte er den Doc untersucht haben, um herauszufinden, was da passiert ist. Er erscheint verdächtig. Warum würde Kiel Doc untersuchen, bevor irgendwas passiert ist? Nachzudenken, dass Kiel, könnte er wirklich so böse sein? Ja, einer, der Flensburg heißt, ne? Kiel Flensburg. Ich will das nicht glauben, er schien doch ein normaler Typ zu sein. Ja, dann ist es nicht Sally. Aber vielleicht, Sally arbeitet mit Kiel zusammen. Das kann es vielleicht sein. Vielleicht hat er nur den Angriff auf Kane Stadt untersucht. Aber das ergibt keinen Sinn. Seit wann untersucht die Polizei denn Dinge, bevor sie passieren? Aber wenn er der Dieb war, als er Doc gesehen hat und mich beim Hotel, da muss er erkannt haben, dass wir es herausfinden. Wollte er uns dann umbringen? Vielleicht hat er nur gewartet, dass er uns drei separat gemeinsam töten kann. Ah, es wird spät. Ich muss los um Kane treffen. Ich habe mich in der Zeit hier verdammt. Sheila, lass uns los. Da sind wir. Cole, es tut mir leid, dass ich spät bin. Ich habe ein bisschen Untersuchungen angestellt. Ich auch. Ich habe nach Hinweisen beim Doc gesucht. Ich danke dir sehr, Kane. Danke, dass du auf Sheila aufgepasst hast. Nun schulde ich dir zwei. Du bist ein wirklicher Held, Kane. Bin ich das? Ich wundere mich. Sheila, es tut mir leid, aber ich muss mit Kane reden. Es könnte spät für Chief Coles nächstes Meeting sein. Ich werde dir alles dann erzählen, was passiert. Es macht nichts Dummes. Okay. Wir saiden. Hier. Odin wäre ich schon lange tot. Das sind einige Autos noch hier. Ein paar schöne Sportwagen. Das heißt, sehr Policenauts war schon hier. Talk, natürlich. Was hast du bei Dr. Kugels gefunden? Sein Tagebuch war in seinem Arbeitszimmer. Aber, hör dir das an, jemand hat sein Reanimationsserum vor einem Monat gestohlen. Ich verstehe. Es scheint so, als ob er einen Talk bei einer Konferenz gegeben hat, wo jemand dachte, dass da was dran ist und hat sich in sein Labor geschlichen. Jemand? Du meinst Detective Kiel? Ja, wenn du schon Bescheid weißt, warum muss ich denn das dann alles machen? Oh, woher weißt du? Ja, als ich bei der Polizeistation vorbeigeschaut habe, waren einige von Dr. Kugels Notizen über das Serum auf Kiels Schreibtisch. Und zu der Zeit dachte ich, es war ein Zufall. Also hat Kiel wirklich Docs Untersuchungen gestohlen? Ich habe versucht herauszufinden, dass ich etwas mehr über den Typ weiß, aber er ist verschwunden. Ich habe Angst, dass er ein Zombie geworden ist, wie das meiste dieser Stadt. Ich werde keine Antworten aus ihm rauspressen können. Kane, ich weiß nicht, wie ich das sagen kann, aber Kiel ist ein Überlebender, er ist in diesem Hotel. Was zum Deibel? What the fuck? Ich habe mit ihm nur einmal gesprochen, er schien wie ein richtig berechnender Typ zu sein. Er war der erste Typ, den wir getroffen haben. Einmal einen Schluck, damit die Stimmbänder auch weiter funktionieren. Wenn er die Untersuchung vom Doc gestohlen hätte, dann hätte er vom Moment an gewusst, als er uns gesehen hat, dass ihm Ärger bevorsteht. Aber er hat nicht. Warte mal eine Sekunde. Es war wirklich sehr hilfreich für ihn, dass der Doktor gestorben ist. Was ist, wenn es nicht ein Zombie war, aber Kiel? Ich war da. Ich habe gesehen, wie er einen Zombie geschnappt hat. Ich glaube nicht. Vielleicht hat Kiel den Zombie losgeschickt. Ich weiß nicht, vielleicht hat Kiel ja Kraft über diese Dinge. Vielleicht hat er, oh, vielleicht hat er einem Zombie befohlen, das zu machen. Wer weiß, was für abgefuckte Sachen er macht. Kraft über die Toten könnte so eine Fähigkeit existieren. Er hat seit über einem Monat an Menschen mit diesem Serum herum experimentiert. Wer weiß, was er entdeckt hat. Kiel ist kein Wissenschaftler, er ist ein Cop. Außerdem, der Doc hat seit Jahren daran gearbeitet und verstand immer noch nicht, wie es funktioniert hat. Ein Cop, ja, aber wir sehen früh genug, was er wirklich ist. Gleich vielleicht ist er ein Wissenschaftler, der so tut, als er aber im Cop ist. Verdammt, dieser Kiel, ich werde ihm nicht vergeben. Wo ist er jetzt? Ich denke, er ist immer noch im Hotel. Wir haben ein paar... Ich habe ein paar Fragen, die ich ihm gerne stellen würde. Ich komme mit dir. Ich kann dich nicht... Diesen Bastard sich dich alleine stellen lassen. Letztes Mal, als ich Kiel gesehen habe, war er im Meeting-Raum. Wir gehen erstmal kurz hier rein. Wo ist Scheler? Ich wollte sie fragen. Vielleicht sind alle beim Meeting-Raum. Okay. Save it. Ach, kann ich nicht. Okay, gehen wir zum Meeting. Keiner da? Okay. Sind sie alle bei ihren Räumen jetzt? Und wichtiger, was ist mit Kiel? Ich bin mir nicht sicher. Das sind Scheler Fragen. Chief, Cole, was macht ihr da draußen? Ihr habt doch jedem gesagt, dass sie zurück zum Backup-HQ sollen. Wir verlassen das Hotel. Unglücklicherweise ja. Unsere neue Heimat ist das Riverside Community Hospital. Ich war gerade auf dem Weg dahin. Und wer es dann freut? Ich bin Kane, Sir. Kurz hier zu treffen, mein Sohn. Habt ihr beide irgendwelchen Ärger draußen gehabt? Nein, aber da ist etwas, was ich Ihnen über Kiel erzählen muss. Es gibt keine Zeit dafür. Wir haben ein Problem. Ich schätze, das kann ein paar Minuten warten. Was ist das Problem? Zombies. Sie sind irgendwie in die Lobby reingekommen. Was zur Hölle ist mit der Sicherheit da passiert? Cole, du und Kane geht los und erledigt die Zombies im Erdgeschoss. Ich werde durch die Feuerleiter flüchten und wir treffen uns im Hospital. Verstanden. Aber warum sollen wir sie hier aus dem... Also wenn wir das eh verlassen? Na, vielleicht wollen wir wieder zurück, ne? Ich vertraue auf euch beide. Besuch jetzt deinen Kopf. Ich sehe, du hast ein Abzeichen und eine Kanone und einen Boss. Chief Cole, er ist unser Anführer hier. Er ist okay. Er ist daran gewöhnt, Befehle zu geben. Also er ist ein Chief, ne? Klingt ja nach einem Typen, den ich wohl kennenlernen muss. Wenn wir uns nicht beeilen, werden die Zombies von der Lobby rauskommen. Okay, wir wollen das nicht komplett aufgeben anscheinend. Okay, lass uns die erledigen. Holy fuck! Okay, Cole, da ist keine Zeit, sie zu bewundern. Okay, egal wie viele ich schieße, wir kommen immer mehr. Shit, und sie kommen einfach nur. Cole, das ist vorbei. Wie kann ich hier nicht bleiben? Ich wollte die Granate eigentlich werfen, aber... Was passiert? Ist das ein Erdbeben? Da war eine Art von Explosion. Die Decke kommt runter. Eine Explosion, aber warum denn jetzt? Wer interessiert das? Wir haben keine Zeit, das zu untersuchen. Warum sind auf einmal so viele Zombies? Wo kommen sie her? Komm, die Nottreppe, lass uns die nehmen. Verdammt, Cole. Das ist Zeit, loszugehen. Warte, da sind mehr Zombies. Wo kommen sie alle her? Okay, ja, die waren hier irgendwo hin verschwunden alle, ne? Sogar wenn jemand die Tür aufgelassen hätte. Warum sind da so viele? Cole, beeil dich! Ah, ich hoffe, dass es jeder geschafft hat. Sheila könnte noch drin sein. Ich muss sicherstellen, dass sie da ist. Zu spät, Cole. Da gibt's nicht mehr, was du machen kannst. Aber ich muss Sheila retten. Es tut mir leid, Cole, aber das Hotel fällt schon in sich zusammen. Ähm, wir müssen nur darauf hoffen, dass sie bereits entkommen ist. Verdammt, Sheila. Wo auch immer du bist, bleib wieder im Leben. Es ist keine Möglichkeit, dass das Hotel bombardiert und von Zombies zur gleichen Zeit irgendwie. Dass es von alleine passiert, ne? Das hat, damit hat Kiel auf jeden Fall zu tun. Kane, wie viel ist es noch? Diese Treppen, sie machen mich müde. Verdammt, die Treppen, sie hören hier auf. Was werden wir machen? Die Zombies kommen hoch. Es ist eine Sackgasse. Die haben die Arbeit hier noch nicht dran beendet. Warum würden wir denn die Nottreppe als letztes bauen? Da ist ein Fluss unter uns. Cole, wir müssen springen. Warte eine Minute. Der Needle River, der ist nicht so tief. Ja, da gehen Kinder drin schwimmen. Macht dir keine Sorgen, es hat viel geregnet in letzter Zeit. Außerdem gibt's keinen anderen Weg. Die Zombies sind fast hier. Ich glaube, wir haben nicht viel Wahl. Sogar der Tod wäre besser, als eines dieser Dinger zu werden. Lass uns los. Uff. Alter, eine Explosion. What the fuck? Cole, geht's dir gut? Ich bin am Leben. Aber ich könnte eine Dusche und ein kaltes Bier gebrauchen. Kiel muss eine Art von Zeitbombe benutzt haben. Er hat versucht, das Hotel zu sprengen und uns umzubringen. Wenn Schiller tot ist, dann werde ich sicherstellen, dass dieses Arschloch dafür bezahlt. Kane, lass uns zum Hospital. Ich werde zuerst eine Faust durch den Schädel von Kiel treiben. Okay. Für mich ein bisschen, ist das schon Finale? Wobei, da ist noch ein bisschen Platz für Gebäude. Aber der Umfeld ist so bisher ganz ordentlich, finde ich. Das ist doch ganz okay. Oh? Cole, meine Ohren. Die, äh, klingen die noch nach? Oder was ist los? Hörst du was? Ja, ist irgendwas hinter uns. Irgendwas Lautes. Ein Hubschrapp-Schrapp. Oh Gott, ein Attack-Helikopter. Schau dir das an. Er muss hier sein, um uns zu retten. Nee, der hat Kanonen drauf. Großartig, vielleicht haben sie schon deine Freundin mitgenommen. Ja, vielleicht werden wir das doch irgendwie rausschaffen. Hier, ich bin hier. Hilfe. Es kommt, es hat uns gesehen. Ey, das Ding will euch angreifen. Kane, ist irgendwas falsch mit diesem Helikopter? Hä? Worüber redest du denn? Da sind ja Kanonen auf dem Ding drauf. Cole, lauf! Ich werde es ablenken. Es schießt tatsächlich. Holy Shit! Warum passiert uns das hier immer? Ist ja großartig. Ist ja fantastisch. Ich weiß nicht. Ich dachte, Kiel sollte doch beim Hospital sein. Ja, irgendjemand stört das Ding. Ja, das ist... Was ist die Frau? No? Das ist Sally. Sie ist immer so kalkulierend, ne? Deshalb ist sie hier, um diese Operation zu beobachten. Rede nicht, lauf! Ich weiß, lauf... Laufen ist all das, was ich gemacht habe, seitdem es gestartet ist. Cole, komm hinter mir. Kane, wo hast du denn... Komm her! Geh runter! Jetzt, wo sie geflohen sind, sind sie wieder normal. Geht's hier gut? Ja, wir haben's irgendwie geschafft. Zombies? Sicher. Explosion? Oh ja, aber Helikopter? What the fuck? Das gesamte Hotel ist explodiert. Wenn wir ein paar Sekunden später gesprungen wären, ich hoffe, dass Chief Goal es rechtzeitig rausgeschafft hat. Sobald Kiel aufhört, uns zu jagen, bin ich mir sicher, dass er die anderen Überlebenden angreifen will. Ich glaube, wir sind erstmal okay. Der Helikopter stellt uns immer noch nach. Ja, er scheint nicht wie der Typ, der gerne zugibt, dass er verloren hat. Da ist irgendwas Bekanntes an diesem Helikopter dran. Bekannt? Ist es nicht ein Militärhelikopter? Vielleicht habe ich ihn in einem Film mal gesehen. Okay, vielleicht hängen die wirklich alle mit drin. Dann ist es doch hier unser Freund hier, der freundliche Ex-Militär. Wie ist der denn nochmal? Bone, wollte ich sagen, aber der ist nochmal irgendwie anders. Vielleicht. Aber wo würde man sowas landen? Es gibt ja keine Luftbasen und die Helikopter vom Hospital haben keine Pistolen dran, keine Kanonen. Cole, ich muss was erledigen. Irgendwas, was ich checken muss. Ich treffe dich am Hospital. Wir teilen uns auf, aber wo gehst du hin? Es ist nur eine Idee, aber ich glaube, ich weiß, wie ich dieses Ding aufhalten kann. Für immer. Keine Angst. Wenn ich Kiel finde, dann hole ich dich, bevor ich versuche, diesen Bastard umzubringen. Ich verstehe. Sei vorsichtig. Das ist das Hospital. So wie bei Snatcher. Das ist das Hospital, das ist komplett zerstört. Aber es ist noch nicht das Finale. Da gibt es noch ordentlich was. Aber jeder, den ich treffen sollte, das sollte ja hier passieren. Es ist sehr dunkel. Weder Leute noch Zombies. Aber es ist eine gute Gelegenheit zu speichern. Das erste. Die Fenster im ersten Stock sind kaputt. Könnte die Elektrizität auch weg sein. Ach, da oben. Da oben. Also Upper Floors. Da ist ein einziges Licht im ersten Stock. Ja. Das ist ein, wo die anderen sind. Wird gedacht, dass sie sich mehr verteilen. Scheint, als ob es da eine Explosion war. Vielleicht Nose. Ja, Nose heißt ja nicht. Bone. Aber was anderes mit vier weiter, ne? Wenn ich schätzen muss. So. Es ist sehr ruhig. Wo sind die denn alle? Ja, es sieht aus wie eine Kriegszone hier. Und hier wolltet ihr euch zurückziehen. Aber es ist vielleicht danach bisher. Es ist sehr ruhig. Was ist, wenn alle schon weg sind? Eine Cola-Maschine. Alle Pflanzen sind weg. Okay. Oh, der Elevator ist broken. Aber die Stairs sind auch kaputt. Wie kommt man denn dann sonst hoch? Too heavy. Da passiert nichts. Okay. Kann ich denn da nach hinten? Impossible. Ja, muss ich noch weiter mich umschauen. Oh, ja. Move to the office. Dann go into the office. Musst vorsichtig sein. Holy shit. Alter, nee. Das sind Sally und Ray. Fuck. Wieso sind die gleich nackt? Ray und Sally. Nein, nein, nein. Oh, und gerade musste Ray seine Freundin begraben. Das ist nicht fair. Warum sind sie nackt? Haben sich erschossen, als sie gerade hier Ärger mit der Liebe hatten? Denken, dass Sally, die so gütig war, so enden würde. Das ist wirklich ein Albtraum. Sally wurde auf die gleiche Art getötet wie Ray. Ja, sie haben einen Brustdurchschuss. Oder ja, beide zumindest. Da ist ein großes Loch in ihrer Brust. Das könnte diese Art von Wunder machen. Hat Kiel das auch gemacht? Rays Pistole, leeres Magazin und keine Kugel. Haben sich selbst getötet mit den letzten Karnen. Oh, das könnte natürlich sein, dass die vielleicht so sich den Gnadenschuss gegeben haben. Rays Pistole. Er hält die Pistole, als ob er sie benutzt hat. Wer hat er angeschossen? Ein Zombie, aber ich sehe keine Teile. Hat er auf Sally geschossen, aber ich sehe keine Schusswunden oder defensive Sachen. Rays Schulter wurde aufgekratzt, aber von was? Uh, so ein Tyrant oder so, ne? Die Wunde scheint nicht tief genug, um zu töten. Und da gibt es keine Möglichkeit, dass seine Kugel das gemacht hat. Okay, also wenn Kiel sie beide umgebracht hat, dann könnte das ein schwerer Kampf gewesen sein. Aber ich sehe kein Anzeichen, dass sie sich gewehrt haben. Das einzige Blut ist auf dem Tisch. Was könnte das bedeuten? Was zum Teufel? Rays Sally, warum passiert das? Einige Papiere, könnte da was sein. Okay, Only Blood is on the desk. Nichts für mich mehr hier drin. Ja, wenn ich mir ihre Körper ansehe, macht es mir krank, überhaupt am Leben zu sein. Okay, also, da hört sich... Wenn ein Kampf mit den Zombies war, warum gibt es hier keine Kugellöcher hier überall? Und warum sehe ich auch keine Patronenhülsen? Was für eine Art von Kampf ist hier überhaupt passiert? Ich glaube nicht, dass diese beiden da getötet wurden. Kiel muss sie hierhin gebracht haben, nachdem er sie umgebracht hat, kann ich wieder rein. Frage ist es, ob ich etwas Bestimmtes suchen muss hier. Sie haben das nicht verdient. Doch, kann ich nicht noch. Zombies heißen Gehirne, aber diese beide haben noch... Die Köpfe sind noch intakt. Das muss ein Mensch gemacht haben, das muss Kiel gewesen sein. Vielleicht muss ich das richtige Papier finden. Aber es ist der exakt gleiche Satz überall. Ihre Pistole... Moment. Sie halten... Okay, sie halten ihre beide Pistole beide in ihrer linken Hand, aber... Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand von dir in Linkshänder gewesen ist. Da achtet doch niemand drauf, Leute. Immer diese Links- oder Rechtshänder-Kacke bei sowas. So, da habe ich drauf aufgepasst. Und es gibt keine Anzeichen, dass die Magazine auf den Boden gefallen sind. Ich glaube, ich weiß, wer das gemacht hat. Nachdem Kiel sie umgebracht hat, hat er versucht, so zu positionieren, als ob sie sich gegenseitig umgebracht haben, dieser Ficker. Es hätte ihnen leichter sein können, für Kiel da nah heranzukommen. Beide haben ihm vertraut. Sie hätten nicht wissen können, dass er eine verräterische Schlange ist. Nachdem Kiel sie umgebracht hat, hat er versucht, so zu positionieren, als ob sie sich selbst erschossen haben. Okay, Ray's Gun. Jeder wusste, dass Ray an Sally interessiert ist, aber... Warum? Ist Kiel einfach nur ein Serienkiller? Nein, ich glaube das nicht. Wir haben die beiden über Kiel's Geheimnis was herausgefunden. Kiel, du Bastard! Du wirst dir etwa alle umbringen. Du musst Kiel stoppen, bevor da noch mehr Opfer sind. Müssen da aufhören. Okay, also da sind noch mal ein bisschen mehr Text. Papers sind es nicht. Das Einschlussloch vielleicht. Warte, so eine Desk. Natürlich er. Achso, er liegt hier schön auf dem Bauch, damit er nur sein Lulu nicht sehen kann. Aber ihre Täters schön in die Luft hier, ne? Okay. Wir können nicht hoch. Was steht da? Death Space? Ich bin mir sowieso nicht sicher, als ob ich in einen kleinen Raum dauerne. Was ist denn hier hinten? Okay, hoch kann ich nicht. Da ist too much shit on the stairs. Oh, wenn ich eine Granate benutze... Oh, okay. Eine gute Idee, aber es ist zu schwer für einen Schuss. Aber nochmal ein Save. Vielleicht können es ja die Kugeln ausgehen oder so. Ja, ich werde das... Ich werde da durchkommen, auch wenn ich einen Schuss nach dem anderen brauche. Aha, nur noch ein bisschen. Ich habe ja gespeichert. Okay, warte. Wie habe ich denn durch den Schiss... Den Schiss da durchgeballert? Okay. Ja, ist das? Ah! Nose, geht's dir gut? Was machst du hier? Cole, ich hätte nicht gedacht, dass du es schaffst. Alter! Jetzt hat er die... Warum zieht er die alle aus? Hier. Du, ähm... Ha, du, du sollst doch tot sein. Die Explosion im Hotel hätte dir das Maul stopfen sollen. Du hast Docs Arbeit gestohlen. Du hast mich zu einer Waffe gemacht. Du hast es zu einer Waffe gemacht und versuchst, mich umzubringen. Du lässt es so klingen, als ob ich ihm was abgenommen habe, aber ich habe nur eine Kopie gemacht. Es war seine Schuld, ja? Dass er dachte, dass er so eine Entdeckung von der Welt geheim halten kann. Was hat er denn gedacht, was passiert? Doc wollte es teilen. Es war sein Traum, dass er den größten Feind der Menschlichkeit oder der Menschheit irgendwie überwindet. Den Tod! Ah, ist das Shela? Sie ist, ähm, ohnmächtig. Was hast du mit ihr getan? Sei nicht eifersüchtig, Cole. Sie schläft nur wegen des Chloroforms. Sie war ein bisschen aufgeregt, als ich erzählt habe, dass ich, ähm, ihr und dir den Bauch aufschlitzen werde. Hier, äh, ich werde, ich werde dich mit meinen eigenen Händen umbringen. Versuch nichts komisches. Ja, ich könnte mit geschlossenen Augen deinen Kopf von hier wegsprengen. Ray und Sally, du, du hast sie getötet. Das stimmt. Sie haben ihre Nasen da reingesteckt, wo sie nicht gehören, also habe ich sie schlafen gelegt. Die Überlebenden sind alle tot. Und, ähm, diese Göre Cathy, die ist sicher in der Explosion gestorben. Was ist mit dem Boss? Hä? Hä? Ich glaube nicht, dass er ein Problem sein wird. Jeder, äh, der dir hilft, äh, füttert die Fische. Das ist, ähm, Schachmatt Cole. Okay, dann war der Boss vielleicht, ähm, das ergibt aber keinen Sinn, wenn der Boss uns irgendwie dann gerettet hat und dass er den Hubschrauber gesteuert hat. Aber Nose hat dein Leben gerettet. Wie könntest du so undankbar sein? Goodbye, Cole. Ich bin, ähm, zuletzt durch, äh, eine schlimme Phase gegangen. Aber jetzt, wo ich dich sehe, hat mich das daran erinnert, okay, Cole und Nose wird sich für uns opfern, ne? Hat mich daran erinnert, was wirklich wichtig ist. Ich werde dich zur Hölle schicken, Kiel. Nose? Oh, oh. Jetzt ist deine Chance. Erschieß den Motherfucker. Okay. Schön Headshot! Headshot! Splatt! Ah, Nose. Dir wird's gut gehen, wir werden das schaffen, das glaube ich nicht. Cole mit dann, mit dem ich glaube, ich kann dir es wieder nicht, ähm, zurückzahlen. Nose, du musst dir keine Sorgen dafür machen. Halte durch, das ist ein Hospital. Ich glaube, ich habe mein letztes Steak gegessen. Nachher, die wollten den Hotdog essen, ne? Ich habe meinen, meinen letzten Schinken glasiert. Nennen wir es und glazed my last ham? Nein, nein, äh, versuch deine Stärke nicht zu verlieren. Ich werde einige Medizin finden. Du hast einen glatten Durchschuss, Mann. Ich habe mein letztes Bacon, Lettuce und Tomato Sandwich gegessen. Äh, oder, ähm, die, der Senf drauf getan. Da haben sie ein bisschen Spaß mit der Übersetzung gehabt. Hey, halte durch, wir werden genug Essen wieder essen. Ich meine, sag Schäler bitte auf Wiedersehen. Oder, naja, nicht auf Wiedersehen, sag hier Adieu von mir und Cole. Mein Name ist nicht Nose, nenn mich. Nose bleibt bei mir. Was wolltest du sagen, Nose? Du kannst doch nicht sterben, Nose. Ich kenne nicht mal deinen Namen, Nose. Ah, aber egal wie oft ich ihn gerufen habe. Der Mann hat nicht gerufen. Oh, ich hätte seinen Namen gerne noch gewusst. Zu mir leid, Nose, ich, äh, hätte gerne den Big Dog mit dir gegessen, aber, mag eigentlich nicht mal Hot Dogs, aber ich hätte mich drauf gefreut. Wenn Nose Kiel nicht erschossen hätte, also, als Nose Kiel nicht erschossen hat, bin ich verdächtig geworden. Ah, und, ähm, ja, seine Pistole hatte nicht mal Kugeln drin. Das Magazin ist leer. Er wusste, dass er sein Leben opfert, um mich zu retten. Was für ein Typ. Nose hatte immer ein gutes Herz, er war eine gute Person. Ach, der arme Nose. Ja, und da ist nicht mehr viel durch. Und Shela? Nackig liegt sie da. Shela, geht's dir gut? Bitte sei okay. Mal hier, Kiel ist komplett tot, ja? Die atmet immer noch vielleicht. Komm, Shela. Shela, wach auf, ich bin's Cole. Oh, es fühlt sich an, als ob ich von deinem Truck getroffen bin. Warum hat er sie nackt ausgezogen? Es ist jetzt gut, ich bin hier. Nose hat uns gerettet. Shela, bitte wach auf. Okay, der wird nichts mehr sagen. Wenn ich nicht so, nur so ein Feigling gewesen wäre, würde all von mir nichts passiert sein. Es tut mir leid, Shela. Wenn du dir keine Kleidung anziehst, dann wirst du krank. Ja, du sollst dir Kleidung anziehen, auf jeden Fall. Ich hatte Angst, ich hoffe, dass du mir irgendwann vergeben wirst. Okay, da wach auf, ich spin's Cole. Okay. Muss ich mir ihren Körper angucken, oder was? Wie kann ich mir nochmal in den Spiegel gucken? Ist mir leid, Shela. Okay, die Bullet hat ihn direkt in den Kopf getroffen, die Kugel. Glaub nicht, dass er es schaffen wird, aber... Cole. Was ist der Böber? Cole, ich habe deiner Frau keinen Finger da angelegt, du musst mir glauben. Wieso lebt ihr denn noch? Cole, ich habe nichts, worüber ich mehr lügen sollte. Ich sterbe jetzt. Ach du Scheiße! Oder hat er sich das Serum gegeben irgendwie? Nee, das ist ja nicht so schön. Aber du, warum? Wie? Mach dir keine Gedanken, das ist die wahre Power des Reanimationsserums. Aber du hast nur ein halbes Gehirn nur noch. Du, du warst tot? Dr. Kuga hat sich nur um die Toten geschert, aber das Serum benutzt man am besten an den Lebenden. Ja, es gibt einem Stärke und es macht den Altersprozess wieder rückgängig, es heilt Krankheiten. Was sagst du denn, das Reanimationsserum, es ist eigentlich ein Elixier des Lebens. Ach, er hat es selbst benutzt bei sich. Okay. Ich sag dir die Wahrheit, Cole. Goal, er hat mich mit dem Serum injiziert. Okay, Goal? Goal, ist er nicht tot? Er ist nicht tot. Ich glaube nicht, dass er sterben kann. Alles, was ich hier getan habe, war seinen Anweisungen zu folgen. Es tut mir leid. Was hat er dich angewiesen, das zu tun? Das erzählen wir uns, während hier Sheila nackig vor uns liegt. Ich war bei einer Wissenschaftskonferenz, Goal und ich sind zusammengegangen. Dr. Kuga war auf einem Paneel. Er hat gesagt, dass er daran arbeitet, den Tod zu besiegen. Diese Art von Anknigung. Du kannst dir vorstellen, wie das aufgenommen wurde. Er wurde aus dem Gebäude rausgelacht. Einige Leute waren richtig aufgeregt. Aber da war irgendwas in seinen Augen, als er das gesagt hat. Wir können nicht einfach alte Prozeduren imitieren. Wir müssen neue machen, welche, die sogar den Tod besiegen können. Ich habe nicht die Details verstanden, aber ich brauchte es nicht. Goal hat mir aufgetragen, in sein Haus einzubrechen, das Serum zu stehlen. Er hat mir gesagt, wenn ich es nicht tun würde, werde ich gefeuert. Meine Familie würde auf die schwarze Liste kommen. Und niemand in dieser Stadt würde mich mehr... Ja, jetzt tue nicht so, als ob du jetzt so ein Opfer bist. Ich weiß, Goal ist mindestens genauso schlimm. Aber ich wollte es wissen, ne? Goal, aber es schien so so normal. Goal hat meine Familie gekippnet und hat sie für sein... Okay. Seine Experimente mit dem Serum benutzt. Das macht dich ein bisschen sympathischer. Aber ich weiß immer noch nicht, warum du... Voll nicht so... Ach. Das ist ja schrecklich. Es tut mir leid, Kiel. Ich hätte ihn damals schon töten sollen, aber es war zu spät. Irgendwie hat er diese Dinger gezähmt. Gezähmt? Du meinst die Zombies, die ihn nicht angreifen werden? Und diese... Auf einmal diese Ansammlung im Hotel. Ich dachte, es wäre sicherer zu warten, aber am Ende wurde ich einfach weggeworfen wie eine Labormaus. Aber als wir im Hotel waren, warum hast du nicht mit dem Doc gesprochen? Wir waren alle da. Ich hatte Angst, nachdem ich einen Typ geschickt habe, der sich darum kümmern sollte, bin ich weggelaufen zum Hotel, als der Angriff passiert ist. Du hast Officer Jack geschickt? Ach, du warst das, ne? Wir haben versucht, das Serum auf ihm zu benutzen, aber er war schon tot. Es arbeitet nur mit den Lebenden. Denn sobald du gestorben bist, ist der Schaden für das Gehirn so groß. Das Serum lässt das Serum laufen, aber es repariert es nicht. Aber wenn ihr das Serum einem sterbenden Mann gebt, dann überleben sowohl Körper als auch Hirn. Okay. Ewiges Leben ohne den Zombie-Wahnsinn. Zu denken, dass das Serum bereits komplett war? Der Doktor wusste nur nicht... Also, da muss jemand am Sterben sein, bereits so am Weg. Und dann sollte man das Serum bekommen, in dieser ganz kleinen Phase. War Officer Jack nur ein weiteres Opfer? Wollte er uns wirklich... Oder war eine Schachfigur hier? Sollte er uns töten? Das waren seine Order, ja? Der Chief hat Jack dann erpresst. Er hat ihm das Elixier trinken lassen. Er hat ihm gesagt, er soll Dr. Cougar umbringen. Also, der Officer Jack war schon da drin in der Sache, ne? Okay. Aber er hat es nicht getrunken, oder? Vielleicht hat er immer noch ein menschliches Herz gehabt. Aber Jack, wenn er bereits das Serum getrunken hat, wie ist er dann gestorben? Ja. Die Medizin muss durch das Hirn zirkulieren. Aber Jack muss irgendwas im... Ja, der Blutung im Hirn gehabt. Ja, stimmt. Die Halsschlagader war durch, ne? Das heißt also, das Blut ist nicht mehr zirkuliert. Aber als du Doc getroffen hast, hast du nichts getan. Der Chief hat gesagt, dass er sich um dich, um den alten Mann kümmern wird. Aber es war nur, als du zurückgekommen bist, dass ich realisiert habe, was für Schmerzen du verursachen wirst, wie nervig du sein wirst. Ich wusste, dass die Zombies nicht denken, dass Ghaul ein Gegner ist und ihn nicht angreifen würden. Aber wie viele Zeiten wurdest du denn attackiert? Ja, die Zombies sind mir ständig nachgestiegen. Ich war bei Dr. Krugas Haus, um die Beweise zu vernichten. Das Foto und das Tagebuch, das musste zerstört werden. Und als ich die Bombe im Hotel dann für dich dann gelegt habe und Schäler gekippt habe, du bist trotzdem am Leben geblieben, ja? Ich habe gedacht, du würdest nicht dein Leben für sie riskieren. Der Plan ist nicht so gut ausgegangen. Du wirst viel tougher, als ich dachte. Wo ist Ghaul jetzt? Er ist mit seinem Helikopter geflohen. Er ist beim Bayside Science Institute gelandet. Okay, jetzt ist der Resident Evil Style, ne? Viele Jahre bevor Resident Evil rausgekommen ist, gehen wir jetzt zur wissenschaftlichen Basis, wo die Zombies wahrscheinlich alle rumlaufen. Also, Mann, 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 Mann. Zwei mehr leben, die Ghaul, für die Ghaul verantwortlich sein muss. Oder er muss dafür gerade stehen. Dieser Typ hat ein paar besondere Waffen. Sei bereit für alles. Kohl, vielleicht kannst du noch ein Held sein. Rambo, Rocky, Kohl, Kiel. Kohl und Kiel. Ruhe in Frieden, du Bastard. Okay, dann. Jetzt warst du auf. Zieh dir was an, Mann. Zieh dir was an, Schäler. Geht's dir gut? Ja, äh, wo sind wir? Das ist das Hospital. Und warum bin ich nackt? Und warum liegt da eigentlich Stroh? Oh, deine Kleidung ist hier. Zieh dich an, ich werde dir alles erzählen. Ich habe dir alles erzählt, was passiert ist. Es hat eine Weile gedauert. Und, ähm, wir sind die Einzigen, die die Wahrheit wussten. Wir mussten zum Bayside Science Institute und Ghaul stoppen. Ich habe Schäler gesagt, dass sie hier bleiben sollte, aber sie hat verlangt, dass sie mitkommt. Nächster Halt, Bayside Science Institute. Okay, das ist das Finale. Da, noch ein Ort. Oh, ich hätte ihn da oben erwartet, muss ich sagen. Ich hätte hier erwartet. Aber es ist Bayside, ja. Das ergibt natürlich mehr Sinn, wenn es dann hier ist oder hier jetzt auch sein können. Okay. Gehen wir hin. Das ist ein tolles Spiel. I like it. Oh, CD wechseln. Was war's? Äh, Diskette wechseln. Control als D. Sehr praktisch. Das ist das Bayside Research Institute. Kane hat den Helikopter hierher gefolgt. Unser Gegner ist da drin. Wir speichern ab auf der... Lass mal die 5 machen. Also, keep out. Das ist wahrscheinlich für andere Leute gedacht. Ich habe Angst, wenn wir da reingehen. Wir könnten nicht wieder rauskommen. Es scheint wie eine Fabrik, aber es heißt Research Institute. Ich wundere mich. Da sind überall Gerätschaften auf dem Dach. Keine Ahnung, was die alle machen. Okay, vielleicht solltest du hier warten, Sheila. Vielleicht sollte ich hier warten. Vielleicht solltest du hier warten. Wir werden wieder reinkommen. Okay. Ist das wirklich, äh, die Höhle von Guol? Würde er da... Warum sollte er da sein? Ich sehe hier nichts von ihm. Es fühlt sich an, als ob alles hier hingeführt hat. Wie werden wir da reinkommen? Ah! Eine Tür hinten. Natürlich. Ich weiß nicht, wo dieses hinten ist, aber... Es ist dreckig. Es scheint, als ob sie schon 10 Jahre lang nicht benutzt wurde. Cole, was ist falsch? Ich habe nur ein schlechtes Gefühl. Äh, als ob jemand über mein Grab gelaufen ist. Bist du bereit für das? Ich bin so weit gekommen. Wir haben keine Wahl mehr, als reinzugehen. Kane wird warten. Sheila, bist du okay? Ich verspreche dir, wir werden das überstehen. Wir haben nichts von Terry gesehen, ne? Nichts von Terry. Bisher. Vielleicht kommt er ja noch. Es wird irgendwie warm hier. Wo, äh, führt dieser Tunnel uns hin? Ja, es riecht nach Schimmel hier. Cole, beeil dich. Also hier ist es warm. Kann dieser Korridor sein. Kann der am Ende da sein? Es ist zu eng. Wir müssen einzeln hier den Korridor runtergehen. Okay, hier gibt es eine Art Moos. Ich glaube nicht, dass dieser Ort hier sauber gemacht ist. Oh, eine Kakerlake. Wie geht's? Das könnte am Ende sein. Da sind oben Rohre, die entlang führen. Drei Rohre im ganzen Gebäude. Heißes Wasser, kaltes Wasser und erkundig ein Ding. Also hier ist es so eng. Wenn Zombies angreifen, werden wir auf jeden Fall hier empfangen sein. Okay. Oh nein, ups. Es ist sehr heiß. Ich werde meine Hand verbrennen, wenn ich da nah rangehe. Das rote Licht erinnert mich an einen erotischen Ort. Ich kann nur gucken. Der Boden ist feucht von den löchrigen Rohren da oben. Ich glaube, jemand hat diese Passage schon lange nicht mehr benutzt. Es ist so eine Art Notfluchtrunde. Wo könnte er führen? Okay, ich werde noch einmal hier. I don't have time to be distracted. Ja. Das klingt so fast. Das Spiel versucht noch. Jetzt kann ich Go machen. Danke. Es fühlt sich an, als ob ich in mein eigenes Grab laufe. Ah, was ist das? Eine Art von Eisengitter? Ist da irgendwas dahinter? Ist das ein Warenhaus oder sowas? Mal durch. Ist das Terry? Ach, Terry! Ich bin Sheila! Guck mal, Terry! Jetzt habe ich gerade gesagt, wir haben Terry nicht gesehen. Das ist nicht möglich. Aber es sieht aus wie er. Warum sagt er nichts? Warum? Oh nein, Terry ist schon gezombiet. Terry, ich bin's. Ich bin's, Cole. Kannst du mich hören? Sag was. Cole, Cole, das ist ein Gefängnis. Oh mein Gott, diese armen Leute. Da ist ein Schloss an der Tür. Wenn wir es nur öffnen könnten. Was zum Teufel? In was zum Teufel sind wir hier reingeraten? Terry, ich bin's, Cole. Cole, diese Gefangenen. Sie scheinen schon eine lange Zeit hier gefangen zu sein. Sogar vor dem Ausbruch. Das bedeutet, Cole, hat Ghoul das alles gemacht? Ghoul? Ja, aber ich habe ja schon gedacht, dass Ghoul oder Ghoul, das muss ja ein Hinweis sein, dass ein Ghoul einfach ist, ne? Er verdient es nicht, ein menschliches Wesen genannt zu werden. Ghoul ist verrückt, Leute hier so einzusperren. Ich werde ihm nicht dafür vergeben. Oh nein, oh nein. Okay, endlich eine Tür. Du gehst sogar direkt rein. Oh Gott, da ist der Tyrant drin. Ich sehe schon, da liegt der Tyrant drin. Sehr viel Maschinerie und ein leerer Raum. Ich wundere mich, für was das alles ist. Ist erstmal wichtig, dass wir speichern auf der 6. Also für meinen, wahrscheinlich ist es nur, oh, es sieht ein bisschen aus wie die, hier, die Wissenschaftsanlage von Hojo in Final Fantasy VII Remake. So ein bisschen, ne? In der Mitte des Raumes ist das eine Art Sarg. Ein Glasschild. Ja, wie eine Art Konsole. Man kann es nicht sagen von hier. Maschinen sind hier überall. Was ist der Sinn und Zweck dieses Raumes? Die Wände sind perfekt sauber. Was zum Teufel ist dieses komische Metallbett hier? Ja, da liegt doch jemand drin, aber... Was kann ich denn machen? Get, move... Ja, da liegt jemand drin, oder? Aber ich kann da nicht draufklicken. Wow, dieser Raum. Ja, das Research Institute, das ist richtig groß. Es ist keine Überraschung, dass es hier ein paar richtig geräumige Räume gibt. Also, Glasschild, man kann von hier aus nichts sehen. Eine Art von Maschine. Gabel. Poliert wie ein Spiegel der Boden. Nicht wie die anderen Räume. Das Gabel ist sehr dick, es muss sehr viel Elektrizität führen. Diese Kapsel, ist da jemand drin? Was zum Teufel? Ah, es ist Cain! Oh nein, Cain wird verwandelt in den Tyrant. Cole, ich habe nicht erwartet, dich hier zu sehen. Cain, wir haben dich gewonnen, aber geht's dir gut? Was machst du da? Es war Goal. Bleib da, ich finde, den Weg erst zu öffnen. Ah, ich... I'm afraid. Oh, ein Schreibfehler. Ich befürchte, die Kapsel kann nur von diesem Raum geöffnet werden. So spreche ich jetzt als Oberbösewicht. Da hat der Goal jetzt seine wahre Natur gezeigt. War schon ein bisschen Kinski-esk, oder? Ich habe Angst, diese Kapsel kann nur von hier geöffnet werden. Cole, da oben! Goal. So, zwei Ratten haben ihren Weg gefunden in die Höhle des Löwen, in die Höhle der Katze. Goal, es ist vorbei. Beende es! Ihr habt es hierher geschafft. Ich glaube, ich kann die Kinski-Stimme nicht aufrechterhalten, glaube ich. Ihr habt es ausgerechnet hierher geschafft, wie unerwartet. Ich dachte, als ich eure vernamten Gesichter von meinem Helikopter gesehen habe, dass es das letzte Mal ist. Was ist dein Ziel? Was ist der Punkt hinter all diesem Wahnsinn? Der Punkt? Es gibt keinen Punkt. Es gibt keinen Punkt im Univers oder es gibt keinen Grund für das Universum oder das Leben oder unsere miserable Existenz. Der Punkt ist das Leiden. Oh, ein Verrückter! Oder ein religiöser? Kann man sagen. Wisst ihr, ich habe bis jetzt schon hunderte von Leuten umgebracht, aber es wird niemals alt. Einfaches ins Auge zu gucken, wenn sie erkennen, was das Leben wirklich ist. Warum hast du alle umgebracht? Was haben sie dir alles getan? Das waren gute Leute. Gut, böse? Was sind das für leere Worthülsen, um den Wert eines menschlichen Wesens zu messen? Tausende von Jahren und das ist es? Das ist kein metrisches System. Erzählt mir, bevor ihr sterbt. Wer ist denn Überlegender? Der, der auf sich selbst nur achtet oder der, der sein Leben riskiert für die, die er liebt? Was für eine Art von Frage ist das? Natürlich der Typ, der anderen Leuten hilft. Was ist so lustig? Lauft er weg von der Liebe oder umarmt er sie? Was zur Hölle redet ihr denn? Ja, und trotzdem habt ihr einen guten Freund Dr. Kuga erschossen, oder? Doc, er kannte das Risiko. Er wollte nicht ein Zombie werden. Wahrscheinlich sagt er auch gleich jetzt, dass ich mit Kathy gebumst habe hier. Er wollte nicht ein Zombie werden. Er hätte dasselbe für mich getan. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Er hätte so große Hoffnung für dich, als du deinen Freund erschossen hast. Kiel konnte diese Entscheidung nicht treffen. Er ist gestorben. Ich habe, er ist gestorben, denke ich mir, befürchte ich, ohne die Wahrheit gesehen zu haben, die direkt vor ihm lag. Ey, du pisst mich jetzt an. Also was zum Teufel denkst du, dass du da machst, einfach Leute wie so ein Wahnsinniger umzubringen. Verdammt, es ist kugelsicher. Ja, was für eine erwartete Antwort von dir. Wenn du nur einfach nicht meine Einladung, wenn du meine Einladung einfach nur abgelehnt hättest, dann könnten wir, achso, wenn du meine Einladung nicht abgelehnt hättest, dann hätten wir Alliierte sein können. Aber jetzt beginnt die Show. Ja, das Serum ist dann ein Gas, dann umgewandelt worden. Und sobald man es einatmet, wird es wieder flüssig werden in den Lungen. Ja, ist denn wissenschaftlich wunderbar? Ich wundere mich, was für einen Unterschied macht die Anlieferung per Gas auf den Empfänger? Okay, also jetzt sprüht er das bei Cole, äh, bei, nicht bei Cole, bei hier, bei Kane hier rein, ne? Stopp, äh, Cole, du musst einen Weg finden, ihn zu retten. Cole, ich verstehe, ich verstehe, was du willst. Lass Kane einfach gehen. Was kann ich sagen? Mir ist es jetzt alles egal. Wenn ich nur Zeit hätte, euren stotternden Antworten zu hören, aber ich befürchte, ich muss den Raum versiegeln, damit kein Gas entkommen kann. Kane, Cole, es scheint so, als ob ich nicht mein Versprechen halten kann. Du wirst, ähm, ähm, der sein müssen, der meine Familie richt. Nein, nein, wir müssen ihm helfen. Kane, schaut nicht, es sollte nicht wieder senden, es tut mir leid. Ah, hilf mir, oh, shit! Fuck! Okay, Kane, das habe ich anders, ich habe gehofft, das würde ich da noch irgendwie retten. Ach, wie schön! Und jetzt für die Zugabe. Ich bin mir sicher, dass ihr wundert, warum der Raum hier so groß ist. Na, es ist eine Gaskammer. Sheila, renn! Oh Gott, oh Gott. Oh nein, das, äh, Shutter hat den, ähm, den Ausgang blockiert. Ich hoffe, ihr werdet jetzt einfach nur sterben. Cole. Oh, wir müssen schnell hier raus, das ist eine Todesfalle. Die Granate, okay, use. Sorry, Kane. Okay, ich will die Granate. Machine Explodes. Okay, ich hätte das mehrfach lesen sollen. Also, auf diese Maschine die Granate. Ich konnte ja vorhin ballern. No? Look, we're running out of time. Use. Done. Okay, das war's. Also, ich muss auf das richtige Ding draufschießen. Wieso sagt er denn dann, ich muss die Bombe benutzen dazwischen? Dann sagt er, ich kann sie doch nicht benutzen. Wir haben's geschafft fürs Erste. Die Treppe, das ist unsere einzige Chance. Da kommt, äh, Rauch rein. Wir müssen hier schnell raus. Oh, da sind wir oben im Kontrollraum. Es ist wie eine Art große komplizierte Maschine oder mehrere. Goal scheint hier nicht zu sein. Okay. Save it auf die 7. Hier gibt's sehr viele Instrumente. Sie müssen Teil von Goals Krankenexperiment sein. Da ist ein Graph auf diesem Bildschirm, aber ich kann's nicht lesen. Hier gibt's einige Monitore, aber ich weiß nicht, was sie bedeuten. Es ergibt keinen Sinn für mich hier. Jede Maschine hat hier ein, äh, einen Hebel, den wir drehen können. Hier, wir sollen lieber nichts anpassen. Hier wird Outrun gespielt. Was für was könnte sie sein? Jemand hat die Kraft angelassen. Ich glaube, sie läuft 24-7, ja? Es gibt keinen Grund, dass, äh, jemand hier wahrscheinlich da sein muss. Okay, get move. Also alles lockt erstmal noch. Okay, wir können aus dem Fenster gucken. Der arme, der arme Kane, ey. Der arme Kane, ist das ein Computer? Scheint hier mit der Fabrik zusammen zu hängen. Ist das hier hinten eine Tür oder ist das einfach nur eine Wand? Also eine Tür, ne? All diese Switches, ich könnte hier sitzen. Ah, einfach hier sitzen und alles bedienen. Der, der es geschaffen hat, muss ein Genie sein. Ja, jemand hat den Stuhl hier festgenagelt. Also das ist eine Nummer auf dem Bildschirm, die sein wichtig. Eine Temperatur oder Pressure. Was kann das sein? Ich nehme den Stift in die Hand. Bedeutet die Nummer auf dem Monitor? Ich habe ein schlechtes Gefühl. Kann ich die Nummer denn sehen? Get move. Go, use, nein. Ähm. Ja, ich würde die Nummer gerne aufschreiben. Die einzelnen Bildschirme anzugucken bringt wahrscheinlich nicht so viel. Sagt immer das gleiche. Ja, die Kraft, die Power hier angelassen. Okay. Was bedeutet die Nummer auf dem Monitor? Und so, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Ich kann nichts machen, ich lege den Stift mal wieder weg. Was könnte es denn sein? Hier, wir haben den Boden. Wirst du den Computer da? Er scheint nicht zu arbeiten. Ich wöhne mich, ob das Glas das gleich ist wie im letzten Raum. Schiller, was ist falsch? Oh, cool. Du dumme Sau. Es scheint, als ob meine Kalkulationen einen kleinen Fehler hatten. Euer verdammter Wille zu leben hat meine Erwartungen stark übertroffen. Mein Gesicht ist da oben recht zu sehen, oder? Lass sie los. Bewege dich nicht, ich will nicht aus Versehen dir deinen Arm abreißen. Ach ja, er ist ja mega stark oder so, ne? Hohl halt an. Lass Schiller los. Befreie sie und wir können das besprechen. Warum soll ich das machen? Ich Okay, das einzige Loslassen, was ich euch Fleischklumpen geben kann, ist das die schöne Erlösung des Todes. Du liegst falsch, die Leute werden herausfinden über diese Stadt, wir werden gerettet werden. Ihr habt zu viel Hoffnung, wer wird denen was erzählen, wer wird es interessieren? Das ist nur ein weiteres Unglück in einem weit entfernten Ort für die meisten Leute. Wenn ein Zombie in dieser Stadt auftaucht, bin ich einfach zum Center Hotel gegangen, habe gewartet, wusste, dass meine vorgeschriebenen Notizen die Leute wie Ameisen anziehen werden. Also, meinst du die Notiz, die war nicht echt? Ja, es ist natürlich das Überleben, die zu den Polizeistationen gehen. Es sollten nur ein paar gut platzierte Noten sein, damit sie zum Hotel kommen. Du hast alles geplant, du dumme Sau. Wir waren alle nur Schachfiguren in deinem Spiel des Unlebens. Von den Überleben, denen ihr das Hotel erreicht haben, ich wurde deren Anführer. Ich habe sichergestellt, dass ich einen unendlichen Zugang, Kaninchen habe. Das ist ja grauenhaft, wie konntest du nur? Ja, warum sollte man Leute einfach wirklich wissentlich mit dem Virus infizieren? Das ist ja verrückt. Ja, der Fortschritt erfordert Testsubjekte. Dr. Kugas Serum kann nur mit Daten verbessert werden. Und wo könnte man sie besser finden als hier? Was ist mit deiner Tochter mit dem Hotel? Ha! Diese Story, die war doch einfach nur Bullshit! Es ist Zeit, einfach dieses Schauspiel zu beenden. Cole, du magst sterben und für dich, Schäler, Bayside Science braucht ein neues Testsubjekt. Ah, Schäler, geht's dir gut? Gute Nacht. Okay, haha, das macht keinen Unterschied. Dieser Typ, er ist wie die Zombies, komplett immun gegenüber Kugeln. Hast du gedacht, du würdest mich einfach mit deinem kleinen Spielzeug besiegen? Was für eine Kraft? Ja, schrei, Kopf so groß, die kann die Granate reinstecken oder so, ne? Für einen Moment, dann leide so, wie ich meine gesamte Existenz gelitten habe. Ah, die menschlichen Hälse, die sind wirklich fragil, ja? Es wird nicht mehr als einen Moment dauern, deinen zu brechen, ne? Das sollte doch ein Research Institute sein. Bist du immer noch am Leben? Vielleicht würdest du gerne eine Gute-Nacht-Geschichte hören, bevor du schlafen gehst, wir haben gehört, wir haben von einer Droge gehört, die die Toten wiederbeleben kann und ich habe sie gestohlen von, oder, achso, und wir haben sie gestohlen von Dr. Kruger. Aber ein Geheimnis für das ist viel zu gefährlich, um es zu halten. Der Director hat alle umgebracht, die darüber wissen, sogar ich, dem Project Director. Du, du bist ein Zombie? Wahrscheinlich er hat es genommen, kurz als er beim Sterben war und deshalb ist er so geblieben, ne? Stahl in diesen Stahlsarg gesteckt. Sogar jeden Tag, den ich gelebt habe und jeden Tag bin ich gestorben. Meine Erinnerungen sind zersplittert. Das Einzige, was ich gefühlt habe, war Hass. Hass für den Director, Hass für die Menschlichkeit. Eines Tages war der Director hat nicht darauf geachtet, was los war und Tag nach Tag des Todes, schlimmer als Tod, so existieren. Mein Körper ist vor langer Zeit verrottet und so wird deiner. Jemand, jemand kommt, Moment, diese Stimme. Cassie, Cassie, habe ich dich also gut gebumst. Ich hatte sie ganz vergessen. Pack deine Hände, wo ich sie sehen kann oder ich werde dich vollbleib pumpen. Aber schau dir mal an, ich habe gar nicht darauf geachtet. Der ist ja ein Roboter drunter. Deshalb von wegen Stahlsarg oder so oder was. Kannst du nicht sehen, dass du hier störst? Ich versuche diesen Moment zu genießen. Lass ihn runtergeholt oder ich werde schießen. Okay, dann werde ich dich zuerst töten. Meine Chance, ich habe nur eine Chance, dass Cassie hat ihn, ja genau, er hat ihn getractet, ich müsste die Granate benutzen. in den Mund rein. Zack, genau, stirb. Ja, mit der Granate ins Maul. Cole, geht's dir gut? Bin okay, dank dir. Cole, Sheila, Kathy, was machst du denn hier? Ich war auf meinem Weg zum Hospital, aber ich habe mich verlaufen. Also bin ich zurück zum Hotel, aber das Hotel war explodiert. Ich habe den Freund getroffen, Kane, der hat mir gesagt, wo du bist. Ruhe und Frieden, Kane. Da waren Zombies überall. Ja, wir haben versucht, uns darum zu kümmern. Oh, war ich zu spät? Besser spät als nie, das ist das, was Doc immer gesagt hat. Aber so etwas zu machen, wie viel hat er umgebracht? Der Typ schien nicht mehr wirklich viel, sich um Menschen gekümmert zu haben, schätze ich. Er war ein echtes Monster, oder? Cole, da gibt's was, ich dir nicht gesagt habe, du bist ein Geheimagenten, ne? Oh! Was ist? Schau dir, die hier unten in der Plant, was ist da los? Holy shit, it's Terminator! It's fucking Terminator-Style! Also, der Director hat sein Gehirn in einen Roboter-Körper transferiert. Goal, wie können er noch immer am Leben sein? Und er hat ein Zombie-Gehirn dafür. Hey, Ugly. Kathy, geht's dir gut? Es geht mir gut, aber was ist mit Goal? Ich denke, ihm geht's auch gut. Das ist, das ist das, was hier neben drin war, die ganze Zeit. Oh, der ist... Kathy, Zeit für uns, um wegzulaufen. Oh, der ist immer noch... shit. Aufs Rote hab ich geschossen. Nicht mal ein Kratzer. Cole, pass auf. Uh, hat er mich durch, hat er durch meine Schulter geballert. Uh, ah. Warum stirbst du nicht? Verdammt. Da kommen wir nicht mehr raus. Kathy, lauf weg. Du schaffst es. Du kannst es schaffen. Oh, er durch die Backe. Cole, lass ihn los. Er ist zu stark. Alles verschwimmt. Kann nicht atmen. Cole, lass ihn los, oder... das ist eine der Bomben, die du im Hotel platziert hast. Ja, lass ihn los und ich werde herausfinden, ob du wirklich unzerstörbar bist. Du bist ziemlich tough, aber selbst Stahl kann nicht einer Bombe standhalten, die stark genug ist für ein Hotel. Oh, ich hier durch ihren Arm geballert. Kathy, Wohl's Hand ist nun frei. Jetzt ist meine Chance. Welche Seite? Ich kann ja left. Okay. Bei Linkshänder. Hallo? Oh, sagen wir nicht, dass es jetzt abgestürzt ist. Oh, das wäre fies. Das wäre fies. Okay, ich habe neu geladen. Wir probieren es mal mit rechts. Wir probieren es mal mit rechts. Also, die Bombe. Vielleicht ist es doch links und ich war ja bei 0,1 Sekunden. Vielleicht hat das das Spiel durcheinander gebracht. Okay, rechts. Kathy, lass los. Lauf. Nein, Kathy. Nein, Es tut mir leid, ich glaube, dieses Ding muss hier sterben oder die Welt wird wirklich Schaden nehmen. Nein, Kathy. Das muss einen anderen Weg geben. Es tut mir leid, es war nett, dich kennenzulernen. Kathy, geh da weg. Ich werde dich nicht lassen. Cole, wenn du stirbst, dann werde ich dir nie vergeben. Achso, wenn Kathy stirbt. Kümmer dich um Shayla, Cole. Und, dass wir gebumst haben, brauchst du dir auch nicht erzählen. Ähm, kümmer dich um alle, die dir wichtig sind. Cole, lebe bitte. Warum bin ich immer der, der gerettet wird? Warum? Warum kann ich nicht der Held sein? Du Idiot, was verstehst du denn nicht? Ja, nur einer von uns kann überleben. Wenn ich in deinen Schuhen stecken würde, dann wäre ich längst weg. Cole, stell bitte sicher, dass du, äh, ein Mädchen irgendwann sehr glücklich machen wirst. Wie? Rede nicht drüber. Versprich mir, Cole. Versprich mir, dass du glücklich sein wirst. Egal, komme was wolle. Was machst du für mich? Machst du das nicht? Kathy, ich kann meine Arme nicht mehr spielen, Cole. Mein, mein ganzer Körper wird taub. Kathy, wenn du das tust, dann wirst du sterben. Ich will nicht sterben, Cole. Du weißt, wir haben, wenn wir es gemeinsam hier durchgestanden hätten, hätten wir, oh nein, Kathy! Und du hast jetzt eine Bombe, oh nein, die Münze, die ja so wichtig war, die ja aus ihren Täters gefallen ist. Oh. Deine Münze, sie war überhaupt nicht glücklich. Nicht für dich, nicht für mich. Ich war nur ein wertloses, menschliches Wesen, was es nicht geschafft hat, alle zu beschützen. Das Letzte, was mir Kathy erzählt hat, ähm, ihre Augen gefüllt mit Tränen. Aber, ich werde mich an ihr lächeln erinnern. Ich erinnere mich an das Lächeln von allen. Dog, Nose, Sally, Ray, Kill, Kane und Kathy, ihr seid alle tot. No? Ich werde eure Namen nie vergessen. Sheila und ich werden glücklich sein wegen eurer Opfer. Ich verspreche, es ist Zeit, diesen Ort zu verlassen. Cole, wüsstest du es? Wir haben es geschafft, wir werden leben, Cole. Natürlich werden wir leben, Sheila. Wir werden leben, wie es noch nie jemand getan hat. Welches Jahr ist es? Lass uns jedes Jahr leben, als ob es unser letztes wäre, vor all die Dekaden, die wir noch haben. Ja, ich glaube, das wäre vielleicht ein bisschen viel. Ja, lass uns auf heute fokussieren. Dir gefällt doch, gefällt dir japanisches Essen? Ich kenne diesen tollen Sushi, das tolle Sushi-Restaurant. Absolut, lass uns was essen gehen. Äh, während die Zombies da verschwinden? Ja, das ist Tag. Kapiere ich jetzt auch nicht, aber das war Death of a Brain. Wäre was passiert, wenn ich Links gemacht hätte. Ich werde es noch einmal probieren gleich. Während ich da mein Fazit mache, aber schönes Spiel, ne? Natürlich jetzt nichts vom Aufwand her aus, was du länger spielst, als wirklich ein Nachmittag oder zwei. Aber das waren eben so die Grafik-Adventures damals, ne? Also die Visual Novels. Viele Adventure ist da jetzt hier nicht gewesen, ein bisschen, hier und da. Und es ist schon sehr Snatcher-ich, ne? Also, und das originale Snatcher ist ja Ende der 80er rausgekommen. Ich meine, das war ja auch, die Leute hier von, was war das die im Fairytale? Glaube ich, hießen sie? Oder Fairlight? Ne, Fairlight war was anderes, Fairytale oder so. Die haben normalerweise eben Adult-Visual-Novels gemacht, das haben wir hier auch gesehen. Ach, guck mal. Bessere Zeiten da, ne? Da werden sie als Helden empfangen hier, von den Zombies hierhin kommen. Die haben die Erwachsenen-Visual-Novels gemacht, wo es eigentlich nur um Hanky-Panky gibt und haben sich hier nicht zurückgehalten mit nackten Tatsachen. Aber das war ja nur ein bisschen ergänzend. Schöner Splatter, schöner Anime-Splatter. Geschichte jetzt nicht zu spezielles, aber war nett für so einen kleinen Plot. Also, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ihm zu folgen. Es ist schön, mal wirklich so eine, so eine Splatter-Zombie-Visual-Novel, ja, mit so vielen Zitaten. Also, gegen später hin wurde es ein bisschen legerer, ne? Aber zu Anfang, da erkennst du natürlich Dawn of the Dead wieder, da erkennst du Reanimator wieder, da hast du Elemente aus Return of the Living Dead und so weiter. Und das in dieser Pixel-Optik zu sehen, schöne Musik im Hintergrund, ja, und auch die schöne Übersetzung hier. Also, natürlich in ein paar Stellen, ich weiß nicht, ob die im Original so geschimpft haben, wobei sie könnten es gemacht haben, ne? Dass sie die ganzen Schimpfwörter benutzt haben, weil, ist ja ein bisschen der Erwachsenere Anspruch und die werden sich da, wenn sie sich schon beim Splatter bei den nackten Tatsachen nicht zurückgehalten haben, das gemacht haben. Ja, sehr schön. Schade, zu dem aktuellen Zeitpunkt, es gibt noch ein Death of the Brain 2, was, soweit ich weiß, storytechnisch ein paar Jahre, nachdem hier anschließt, auch herausgekommen, das ist jetzt die PC-98-Fassung, sozusagen, heißt das, es ist eine PC-Plattform aus Japan, aber die hier auch in DOSBox unterstützt wird und dafür ist die Übersetzung eben dann herausgekommen, vom Fairytale hier, 1992. Oh, guck mal, Cliffhanger? Ja, natürlich leuchtet das Auge rot. To be continued. Genau, und die PC-98, die andere zumindest im Aufnahmezeigen, wurde noch nicht übersetzt, da würde ich mich persönlich sehr freuen. Es gibt auch eine zusammengenommene Fassung für die Turbo Duo, für die japanische PC-Engine, aber das ist eines der seltensten Spiele, die es auf der Plattform gibt und da hat die auch nochmal geguckt auf Ebay, also da wird teilweise ein Vier-Schläger-Betrag dafür genommen. Passiert jetzt hier, wenn ich was draufklicke? Nein, nicht unbedingt, sondern das ist das Ende hier. Aber ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, das war sehr unterhaltsam und ich hoffe, wir können demnächst wieder mal was machen und ja, hey, wie immer, kennt ihr ja, hier auf rpghaven.de mehr Stuff, Podcasts und Applauschangriff.de und wenn ihr es noch nicht macht, ich habe es ja am Eingang schon mal gesagt, gerne unterstützen unter patreon.com.rpghaven, steadyhaven.com.rpghaven oder paypal.me. kartios, dann kann ich mir die Zeit nehmen, um mehr Videos wie das hier oder auch andere für euch zu basteln. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und ich verabschiede mich. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.